Die Drafts hat aber auch S von NNO Prime. Ja. Jetzt kommt der nächste Patch, auf den haben sie sich angeblich vorbereitet. Toi, toi, toi. Aber jetzt müssen wir echt anfangen, Wins zu holen. Ebenensspinne. Danke dir für den Support. Was ist dieses Upseids? Upseids. Ich glaube, das ist, wenn du den Ball ins Aus schießt über die Seitenlinie. Und dann, ja, und dann der Einwurf oder dass die Ecke kommt. Ja, ja. Danke, Arno Rotas, für den Support. Okay, wir müssen jetzt 1v9 carryen. Lass uns Lucien spielen. Jetzt langt's. Jetzt langt's, ja. Was ist das eigentlich für Musik, ey? Ich kann immer noch nicht fassen, dass wir gerade ein Game verloren haben. Stehst du mit Kani im Einzimmer? Ne, wir haben tatsächlich 3 Zimmer, haben wir ja. Wir haben 3 Zimmer. Eins für Jan, eins für mich, eins für Kani. Und fährst du zum Airbnb nach dem Stream, also so gegen 1 Uhr nachts eurer Zeit und 17 Uhr Mexiko-Zeit. Leider ist der Stream heute sehr spät gestartet, viel später als ich wollte, weil wir keine Setups hatten. Ist Jan bei dir fest angestellt? Ja. Gonna be alright. Wie stehst du zum neuen Bayern-Trainer? Weil Bayern hat einen neuen Trainer? Ich dachte, keiner will den Scheiß machen. Ich dachte, keiner will den Scheiß machen, weil du also, naja, also das ist halt, sagen wir mal, eher so ein Schleudersitz, so ein Raketensitz. Da, 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 da. Vincent Kompany übernimmt bei Bayern? Was? Wer ist denn Vincent Kompany? Da habe ich noch nie gehört, ja. Musst du die Kicks nicht dann auch vor Ort covern? Morgen für zweimal 20 Minuten, ja. Morgen, morgen für zweimal 20 Minuten. Und dann am Dienstag, glaube ich, nochmal für zweimal 20 Minuten. Und da werde ich euch mein geballtes Wissen über Fußball, werde ich euch präsentieren, Leute. Also DFB-Pokal, Champions-Liga, ne, alles, was ihr wissen wollt, ich habe es für euch. Ne. Wenn ihr wissen, also, ich kenne die Aufstellung, ich kenne die Spieler, alle Namen, namentlich, und ich kenne die Regeln sehr, sehr gut. Also es wird, es wird sehr krass. Ja, also morgen, der Cast wird aus dem, also aus diesem Hallenbereich sein. Und mit Mario Götze und Yunus. Ja. Mit Mario Götze und Yunus. Kann ich dich was fragen? Na klar. Ja. Die Zahlen der 10K-Reisekosten für 80 Minuten Stream? Ja. Du hast Mario Götze im Stream? Hab ich ja. Wann geht das morgen los? Um 19 Uhr geht's morgen los. Ich sollte mich wahrscheinlich noch ein bisschen, wenn ihr Informationen zum Fußball habt, damit ich nicht wie der komplette Vollhorst wirke, könnt ihr mir das alles auf Twitter schicken, damit ich mich einlesen kann. Bitte. Alles, was ihr habt. Ich muss heute Nacht echt ein bisschen lernen. Also alles, was ihr habt. Danke an Mr. Shadow für den Support. Gibt's da Abseits? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Regelwerk ist 7 gegen 7, zweimal 20 Minuten. Du hast das verkleinerte Feld und die verkleinerten Tore. Mario Götze war ein guter Torwart. Okay. Ich sag euch, als Mario Götze uns zum WM-Gewinn gecarried hat, da hab ich sogar geguckt. Also das weiß ich noch. Also es war 2014 war das. 2014. Das weiß ich sogar noch. Oder? Bitte sag mir, das ist richtig. Ich trau mich nicht, in den Chat zu gucken. Ist das richtig? Ich sprich das Tor nicht bei jedem an. Er hat deswegen eine harte Zeit. Wieso hat er eine harte Zeit? Wieso hat er deswegen eine harte Zeit? Ist das nicht eins deiner krassesten Achievements? Danke an Issy für den Support. Willkommen, Issy. Schön, dass du da bist. Er wird auf das reduziert? Okay. Ich meine, hattet ihr ja nicht eine insane Karriere im Fußball? Ich muss sagen, also alles, was ihr habt an Infos, damit ich mich nicht blamiere. Ich glaube, ich sollte über den DFB-Pokal reden können, die Bundesliga, über die Teams der Spieler. Das wäre sehr, sehr wichtig, weil dann setze ich mich heute den ganzen Abend hin und büffel. Okay, Kani. Warum hast du Ignite dabei? Ähm, kennst du die Geschichte, kennst du die Geschichte des mexikanischen Flammlachses? Nein. Erleuchte mich. Ja, das bin ich. Ich bin der mexikanische Flammlachse. Mexikanische, da bräuchten wir eigentlich den Brand dazu, der wäre ja richtig nice gewesen. Ne, ich habe einfach gepennt in Champ Select, ich habe es nicht gesehen. Wir können die jetzt doppelt igniten, das ist ja auch relativ stark. Aber die haben doppelt exhaust. Wait, ich baite hier, maybe? Wusstest du, dass heute DFB-Pokalfinale ist? Ja. Ich nicht. Aber der Bord zieht nicht auf Smartcard. Äh, Theo? Spann den Wagen an. Okay. Aber wir spielen das noch, oder Team? Ich glaube, ihr könnt das vielleicht noch spielen. Naja, also nicht so. Okay, ähm. Ähm. Äh, ich würde es nicht sagen. Aber das sieht fucking Game Over aus. Oh mein Gott, er ist auch hier. Ich kann nicht flashen mit dem Ping. Du kannst auf Reaktion nichts flashen mit dem FPS. Ja, das habe ich gerade auch gemacht. Ich wollte auch die Nautilust Ding flashen. Oh mein Gott. Ja, ja. Zackig hart. Theo, spann den Wagen an. Okay, okay. Aber ist, 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 ist Mexiko einfach der härteste Server, den es gibt? Ich glaube, das ist der härteste fucking Server der Welt. Also, als Korea, da bin ich einarmig mit einem Auge durch die Elo durchgekommen. Da werde ich komplett durchgejodelt nach Challenger. Weißt du? Die Mexikaner sind Pilte. Hm. Sag mal, wo ist denn der Mexiko-Server, wenn du aus Mexiko statt Hyping hast? Wo soll der sein? Also ich hab, naja, Hyping, ich hab 48 MS. Ich hab 52. Aber das ist ja nicht gut. Nein, 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 nein. Es ist actually Hyping, glaube ich. also, ja, für unsere Verhältnisse, sagen wir mal. Wo ist denn der Server? Der wird doch nicht in Amerika sein, oder? Für Lateinamerika-Nord. Oh, obacht, obacht. Oh, oh. Ja, easy movement. Jetzt Mili in den Hortilus wieder reinrennen. Hab ich. Ich bin jetzt mal Bubble Second gegangen. Rüsst du dir? Ja. Zum Glück. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist fucking, ich klicke so viel rum und weil das so delayed hat, attack ich die ganze Zeit Minions. Aber das fühlt sich nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, das fühlt sich nicht wie 50 Ping an. Nein, nein, das ist, der Ping ist irrelevant. Es geht darum, dass wir so wenig FPS haben. Ist das die FPS? 100 Pro, oder? Also es ist wahrscheinlich die Mischung aus beidem, aber ich glaube, es sind mehr die FPS. Oh, schade. Ist das doch ein Heal? Ja. Warte, wann bin ich noch keine Lippe 3? Die jenen haben Doppel-Exhaust, by the way. Ja, ja, ja. Wenn du tankst, ich kenne mir hier. Let's go! Der mexikanische Flamlax! Wann hast du wieder Buffs? Äh, äh, kein Mana. Kein Mana, aber wir spielen es. Maschine. Assecinato una amigo, Baby. Jetzt push mir die Scheiße rein. Karne, wir zwei sind nicht aufzuhalten. Mexiko liegt uns zu Füßen an. Wo sind denn die Mana-Kosten? Wo kann man die einstellen? Jetzt sagen wir mal mit deinen Einstellungen jetzt proben wir an hier, wie die schön. Was ist denn was hier? Ja, für die Mexikaner reicht. Jetzt hältst du den Schnabel und spürst mal an hier. So, Darkseal, rein. Darkseal, BJs, Abfahrt, Junge. Abfahrt. So, ich meine jetzt wieder die Maharaja-Band war jetzt wieder unten her. Dann geht's wieder nach vorne. Chan, chan, Abfahrt. Wo ist es? Ah, hier ist was Belkost. Let's go. Una cerveza, por favore. Heute Abend gibt's einen schönen Tequila und ich werde heute Abend noch ein bisschen büffeln müssen. Damit ich nicht so ganz die Presse kriege beim Fuskal Knowledge morgen. Ich muss es ja mit Mario Götze machen. Das wäre voll awkward. Ich bin sicher, einer deiner Co-Kommentatoren wird dich da nicht reinreiten und dich Sachen fragen, von denen er weiß, dass du sie gar nicht beantworten kannst. Kann ich? Kann ich? Kann ich? Ah, nee. Frederic, wie war es für dich, als Deutschland 2006 die Weltmeisterschaft im eigenen Land gewinnen konnte? Wie hast du dieses Erlebnis für dich mitgenommen? Oh mein Gott. Das war das Verrückte? Für mich persönlich war ein absolutes Highlight meines Lebens. Noch bedeutender war es aber 2014, als Deutschland die nächste Weltmeisterschaft für sich entscheiden konnte. Die nächste. Was machst du denn? Oh mein Gott. Kann ich rennen. Ich block. Aber jetzt kommt auch noch Muchacho Danger kommt jetzt auch noch. Aha, Muchacho Danger. Ich habe schon wieder keinen Mana mehr. Warum bin ich denn immer oben? Aber wenn ich keinen Mana-Flow dabei habe. Das war sick. Da kommt noch jemand. Leider Juicy kommt auch noch. Oh. 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 Jetzt nehmen wir doch. Hopse. Und. Nehmen wir nicht. Kann ich spielen. Wir spielen auf. Wie ist die? Okay. Disengage. Ich habe die WM gemisst. No. Äh. Adi Gap. Adi Gap. Adi Gap. Adi Gap. Adi Gap. Ne. Ne. Es ist Rage Bait. Chat. Chat, lasst euch nicht hilton. Es ist Rage Bait. Es ist Rage Bait. Es ist Rage Bait. Chat, es ist Rage Bait. Beruhigt euch. Legt die Fackeln weg. Gebt ihm nicht das, was er haben will. Kommt zur dunklen Seite, Chat. Kommt zur dunklen Seite. Wir haben ihn schon lange durchschaut. Er hat mich gar nicht durchschaut. Ich bin mysteriös. Wie heißt nicht der Song? 54, 74, 90, 2006. Ja, so schauen wir uns alle an. Dass du die zwei Jahre davor wusstest. Ich weiß viele Dinge. Äh, wir sind wieder heuer oder nicht? Das gibt's doch nicht. Nein, das gibt's nicht, Kani. Ich hab sie! Kani, das war das Worst Play Ever. Von mir. Du hast dann Ast reingespielt. Also das war ja so horstlich. It's fine. Ich hab jetzt, ich hab sieben Dark Seas Decks. Can't win. Ja, ja, ja. Musst du auch für Mages upgraden. M-m-m. Das stand im Chat. Das stand im Chat. Achso, okay, okay. Leute, es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass wir zum Wrestling dürfen. Als Zuschauer möchte ich hier kurz erwähnen. Als Zuschauer möchte ich hier kurz erwähnen. Nein, nein, nicht als Zuschauer. Wir werden wohl einmal weggebrastelt von so einem Profi-Wrestler. Wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte, lass das schon wieder Rage-Baid sein. Ne, ne. Also die machen einmal, sie bringen uns einen Trick bei. Und das soll wohl sehr cool sein. Wenn ich das korrekt verstanden habe, ich bin los. Ha, Movement für zwei, ja. Ich komme. Ich bin in einem CS Level 6. Bro, ich nehme wirklich jeden einzelnen Hit hier mit. Nein, es ist, oh, Taliyah ist auch hier. Du bist auf dich allein gestellt. Ne, es ist absolut unplayable. Ist es, oder? Ich bin ausnahmsweise bei dir. Ja, ja, ja. Das ist echt, das ist so schwer zu spielen. Das kann nicht nur die FPS sein. Ich habe früher immer auf der FPS gespielt. Da muss irgendwas noch mehr sein. Wie viel Money habe ich eigentlich schon geprintet? Oh, gar nicht so viel. Strong. Die Taliyah ist fast tot. Die Taliyah ist fast tot. Nicht nur was. Aber Tungus. Asesinato double, baby. Fuck, ich will es auch die Sprache umstellen. Asesinato double. Das Geist ist, wenn du einen Killing-Spray hast, als wenn du dominierst, dann steht da, äh, El Destructo steht da. Oh, shit. No. Meine Stacks. Ein Aeroplane. El Destructo. Und wenn du Articary bist, tipp mal, wie, was heißt Articary auf Spanisch? Äh, Atacos Damatros Carriaros. Nein, Inferior. Die englische oder die deutsche Übersetzung, das ist also nicht der geilste Name. Wenigstens irgendjemand nennt's beim Namen. Inferior. Wer denkst du gewinnt heute den DFB-Pokal? Ähm, ich hoffe, dass wir den Begriff Vize-Kusen nach dem heutigen Abend zurückbringen können. Das ist mein Take. Vize-Kusen. Ja, aber die waren einfach cracked. So, also. Naja. Die hatten einfach Glück, finde ich. Über die gesamte Liga hatten die einfach sehr viel Glück. Ich würde sagen, dass, also, man kann sich sehr, 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 sehr sicher sein, dass der FC Bayern nachweg vor das beste Team ist der Welt. Scheiße, da kommt noch was. Äh, Löffisch. Aber ich finde es gut, dass er perma-pinkt in dem Moment, wo sie in unserem Face drin stehen. Ich wünschte... Okay. Bro, wir haben die Tadeln so weggesmurft, ey. Ich wünschte, der Luschen würde mich auch mal El Destractor... Oh, ja, der würde... Pass auf, ey. El Destractor. Oh, Leverkusen führt schon 1-0. Scheiße. Tja. Gibt es so was wie Hände in Mexiko? Leute, wir haben schon eins verloren. Wir können keine Scherze machen hier, bitte. Erst wenn wir wieder 90% Hinrage haben, dürfen wir Scherz machen. Davor haben wir Verbot. Die Frage ist, gibt es auch so was wie Füße in Mexiko? Ah, nee. Ah, nee. Ey, das... Aber das doch diskriminiert den Füßen gegenüber, wenn es immer nur um Hände geht. Warum geht bei dir immer alles um Füße? Weißt du, das ist irgendwie ein bisschen... Ja, ja, ich würde sagen weird. Ich hab... Was heißt El Amo? Gottgleich? Oder was ist das? Eine Ahnung. Boah, was weiß ich, wie krass ist spanisches Dota? Oh, true. Die sind doch... In welchem Spiel ist denn Spanien gut? Oder Mexiko, meine ich. Fußball, ne? Aber in dem Videospiel? Die sind doch in allen Spielen scheiße, oder? Oh mein Gott. Wir sind zu Gast in dem Land. Wir sind hier noch zwei Wochen, ne? Also vorsichtig, was du hier sagst. Das können wir wohl tun. Ich komme hinten rum. Wir spielen noch. Wollt ihr? Ja. Der Bokon wollte nur leider nicht. Er wollte leider nicht, ne. Kommt die wieder alle runter? Anscheinend kommt die Wex. Ja, ja, die Wex kommt. Die Wex war bei den Goobies. Ah, true. Nein, ich wollte in die Ultra einflashen. Wenn mir das geboten ist, hätten wir gewonnen. Ja, 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 ich glaube auch. Ich blame den Pink. Oh, die Le Babelö. Hilfe! Oh, Dreck. Nein, nicht lüften. Meine Milch-Eisticks! Oh, no! Ich weiß eigentlich nicht, in welchem Videospiel... Sind die vielleicht denn so Beat'em-Ups? So Streetfighter oder so? Nee, ne? Sind die auch schlecht? Das könnte sein. Ich glaube, legit, die sind in jedem Spiel schlecht. So, First Strike hat uns... ...230 Gold gegeben. Actually not bad. Huh. Wait, wir haben schon 220 Gold zurückbekommen. Ey, du hast First Strike dabei. Du trollst ja komplett. Nein, nein, First Strike ist der Shit. Das spielen sie in... Klaro ist das der Shit. Das ist der Cashback-Build. Mit First Strike und Cashback. Das ist der Money-Printer. Ja, ich hätte einfach mit-Bird-Buschen sollen. Klar, fighten. Wie sieht's hier aus? Right behind, ja. Warte, ich geb dir Buffs. Mhm. Ich bin ja alle, ne? Alter, Schwede. Wir sind so am Kochen gerade, Karne. Der ganze Hass aus der letzten Partie kommt raus, ey. Der ganze Hass. Muss auch mal sein. Das war also so eine freche Niederlage, ey. Ja, vor allem direkt im zweiten Game. Solche Games hat man ja immer irgendwann. Aber direkt im zweiten Game? Für mich war es das fünfte. Genau das letzte Placement, Mann. Aber weißt du, was das Wichtigste ist? Ich hab gerade einen L-Triplo gemacht. Ich liebe es so sehr, ey. Okay, ich hab am Anfang noch gesagt, die Stühle hier im Airbnb sind fein zu zocken. Das ist okay. Das ist absolut nicht fein. Du wirst dir deinen Rücken brechen. Ich bin jetzt eine Stunde 40 live und mir tut jetzt schon der Rücken weh. Ja, du wirst dir letztendlich den Rücken brechen auf den Stühlen. Habt ihr ein Ziel für Mexiko? Rang 1 und Rang 2 ist das Ziel. Würde ich sagen, oder? Chat, wir wissen alle, wer von uns Rang 1 macht. Aber sag es ihm nicht. Ja, sag es ihm nicht. Es wird seine Gefühle verletzen. Warum es sich gegen den Super-Gefiederten-Schen? Wollen wir wohnen? Ihm? Wollen wir ihn? Oh, ich bin ein Super-Gefiederte. Drei Items wie du du 16. Ich hab nicht drei. Ich nur 2,5. Okay, also, was stelle ich für Fragen morgen an Mario? Ich werde ihn auf jeden Fall fragen, ob er League of Legends spielt. Du könntest ihn fragen, ob ihm der Kings League World Cup mehr bedeutet, als die Weltmeisterschaft 2006, die er gewonnen hat. 2006? Ich glaube, dann kriegt er mich wahrscheinlich aus der Arena. Wenn ich ihn das frage. Es ist impossible, irgendwas zu dodgen. Es ist so unfair. Das ist krass, oder? Ich weiß nicht, wie das... Mit Luschen geht's doch, weil du dashest hast halt. Aber... Das ist fucking unplayable. Mit 52 Ping und 80 MS. Ich kaufe jetzt Shurelia, damit wir einfach mit mehr Movement Speed doch was dodgen können. Kannst du gleich eine Runde Milieu spielen? Sorry, Champion Requests werden nur von Subs angenommen. Ja, das gilt auch bei mir im Übrigen. Ich werde euch dann gleich meinen Draven nochmal präsentieren. Mein 0% Winrate Draven. Nee, wir werden safe noch Milieu spielen. Safe, safe. Ich will einmal Bugfish, würde ich gerne spielen, aber dafür brauchen wir AD-Gymains. Ja, ja. Okay. Irgendwie ist es Starsax nicht mehr auf Nami. 1, 2, 1 Versuch wert. Wenn der nächste... Oh, ja, das können wir machen. Ja, welchen... Okay, machen wir Piraten, chill. Oh Gott, was ist denn gerade abgeschlossen für den Deal? Mal ein guter... Mal ein gutes Geschäft. Ich bin ein Businessman. Ja, den Blue brauchst du dringend, du Pfeife, Theo. Unser gesamtes Team ist schon wieder komplett Dogshit. Was ist das? Oioio, ich kann nie. Verstehst du mich so eigentlich auch noch? Ja. Okay, dann muss ich gar nicht so nah ans Mikrofon ran. Gut. Wir können theoretisch Hevel nehmen. Mh... Ah, Nautilus ist unten. Können auch denen ihre... ...Hauptseite vielleicht inwäldern. Mitte, Shen. Aliyah ist irgendwo bei Grom. Kapatungus. Und Blue auf dir wäre relativ wichtig, älterweise. Äh, wächst es hier? Boah. What the fuck? What the fuck? Ich geb mich 100 Nulls. Ich wollte... Ich wollte noch mit der Ulti baiten. Äh, ich bitte. Damn. Wait, 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 wait. Das Camp sieht auch wieder sauhart aus, äh. Unser Wullybear kriegt vielleicht oben den Töt. Was kann ich denn hier als letztes Item bauen? Also Crypto-Item. Oh... Rapidfire? Meinst du? Ja, ne? Wobei bei... Ja, doch. Der Reveal ist fein. Canon de fuego. Haben wir den Hammer wenigstens bekommen? Ne, ne? Nope. Oh, Gott. Äh... Äh... Ist der Lachs hier wirklich rough? Äh, ich kann auch die... Ich kann nicht dodgen. Also ich... Ich kann legit nicht dodgen. Yep, yep, yep. Das ist... Ich kann aber wieder das gewinnen. Die Peen sogar für den Bär. Oh! Er kann dodgen. Nice, ich komme. Ich komme, ich komme. Er lebt vor allem. Fighting? Die haben jetzt hier überall Vision, ne? Nein. Äh, reden wir nicht drüber? So, das war so eine spicy Bubble. Ich dachte, die wollen nach da hin. So was wie Essence Reaver wäre auch nicht schlecht. Der war, Mana ist so geil, ne? Da kickt er mit den Main. Netzt, das ist also auf den meisten Chapits... Oder ich könnte auch Flicker Blade actually gehen, oder? Ich nehme noch mal ganz kurz ein Base. Äh, ja. Dann ist es actually noch besser. Ich tanke einmal kurz Worts nach. Ich fange gleich wieder rein. Mhm. Fünf Meter. Okay. Gut, gut, gut. Es ist halt auch mega ätzend für dich. Du kannst basically nie nach vorne dashen, weil die so viel Easy-CC haben. Wir machen Nash? Talia ist unten. Also impossible, dass die Nashen, oder? Oh, ist die Snare, oder? Ja, ja. Die ist noch hinter dir. Wirklich hier drauf, vielleicht? Oh, ich hab die Wechsel gesagt, Sepp. Ab jetzt ist alles möglich. Du hast auch geflasht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Asesinato triple. Hast du noch was? Oh! Ja. Ja, jetzt sollten wir, wir können nicht Nashen, ne? Ich glaub nicht. Ich glaub, ich hab keinen Lifestyle. Ich clear kurz die Vision. Boah, ey. Also, wenn die Games weiter so schwer bleiben, das ist ja wirklich Höchstleistung, ja. Das ist, also unser Team ist legit, ist alles, was sie machen, ist runtersprinten. Das ist völlig illegal, ja. Was hat heute eigentlich mit Fußball zu tun? Ach, warum die, ähm, warum die Kicksteak auf mich zugekommen ist? Es gibt einen Fußballer, der heißt Martin Hinterecker. Und die dachten, das bin ich. Dementsprechend haben die aus Versehen mich jetzt eingeladen. Das ist es. Die haben einfach gedacht, sie haben den Martin an der Hand, aber es war eigentlich nur der No-Wave. Und das ist ihnen erst am Flughafen aufgefallen, dann war es schon zu spät. Ja, genau. Und am Flughafen hab ich mich da vorgestellt, und dann dachten die, hey, ich kriegst du nicht 100 Kilo mehr als auf der Doppelschreibung. Aber das ist, dann war es schon zu spät. Der Nash, der Nash, der Nash. Oh mein Gott. Oh. Ah, ich hab ihn. Easy, easy. Ja, ja, ja. Pass hin. True story, true story. Ja, die Musik ist so geil, ne? Wollen wir heute in diese Bar unter uns gehen? Safe. Ich hab heute noch fast nichts gegessen. Also, ich würd mich da sehen. Was essen zu der Maharaja-Band und einen schönen Tequila zwirbeln. Jo, machen wir. Top-Lane, was machen wir jetzt? Ja, ja gut, aber da... Unser Team ist halt nicht da, ne? Ich hab vom Gefühl her, würde ich sagen, dass der mexikanische Server schon sehr, sehr schwach wirkt in Emerald. Also, das ist wirklich... Das ist, glaub ich, Brose in EO West. Oh nein. Äh. Ich hab so gegrieved, wow. Ich hätt's nicht sagen sollen, es tut mir so leid, Garni. Jetzt mein Fisch, mein Fisch, das ist auch noch tot. Scheiße. Ah, ist fein, ist fein. Ich muss das Video verkaufen. Bitte nicht aus Versehen zu Render drücken. Bitte nicht, bitte nicht. Unser Team gibt ja alles. Nein, 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 auf keinen Fall. Unser Team gibt legend alles. Wenigstens der Brüge, wie der Sidelane pusht wenigstens. Der splittet wenigstens. Ja. Ja, ja, ja. Äh, wie viel Gold? Wir haben bis jetzt mit Fast Strike 400 Gold gemacht. Und 500 Gold haben wir durch Cashback bekommen. Das ist schon sehr krass, ne? Ja, also, ich hab 900 Gold durch Ruhen bekommen. Aber ich glaub halt, actually, das Beispiel Magical Footwear hat halt auch sehr viel Gold-Value. Naja, so 350, 400 hat der. Äh. Cashback scaled halt obviously gut. Ich mag die Ruhe auf Midlanern tatsächlich sehr, sehr gerne. Alter, dieser Wukong ist ja so ein gemalles Verbrechen, ey. Oh, wir haben Check of All Trades, haben wir noch nicht mal geprockt. Perfekt. Was macht das eigentlich? Das hab ich noch gar nicht verstanden, wie das funktioniert. Du kriegst Ability Haste, wenn du ganz viele verschiedene Stats kaufst. Aber auf AP-Land ist das komplett troll. Also, es ist nur auf, basically, auf Hybrid-Champions gut oder auf Tank-Supports. Weil Support-Item plus Mercs plus Locket plus Redemption löst das voll aus. Oder die erste Stufe zumindest direkt. Okay. Also, es ist eigentlich nur auf Hybrid-Champions und Tank-Supports gut. Das war gut striken hier. Mhm. Ja. Hier hat gerade jemand das Hex-Geld genommen. Wo ist der Kling? Ah, nee, ist doch umsass. Ah, nee, jetzt kommt. Was ist das? Oh, da ist ein Tipi. Ja, cool für ihn. Warum ist mein Fisch weggeportet, ey? Äh, weil das... Ach, du bist über die Wand gegangen. Ja, klar. Oh mein Gott. Ja, gut. Wir haben halt lauter Poin in den Klick zu ziehen. Das ist so unflevel, ne? Das ist ja crazy. Ich glaube, wenn du da bist, kennen wir die alle tatsächlich. Ja, ich glaube auch. Alter, das Game wird fucking hart. Das wird so hart. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Ich hab so Hunger, ey. Ich trinke jetzt einen Protein-Shake. Aber das sette ich nicht, ne? Ähm... Ich weiß es exakt nicht. Ich hab nicht so viel Erfahrung mit Protein-Shakes. Also, wir haben natürlich... Please group with me and Nami. And we just win. Also, ich... Wir verlieren das. Wenn die weiter splitten, verlieren wir das Game. Ich brauch einen Wave, und dann hab ich item. Ich weiß nicht, wie gut unser Rabadon... Wulibär halt im Teamfight ist. Ja, von mir aus kann der splitten, aber... Komm, komm, komm. Das ist gut, das ist huge der Fall. Nice. Hier ist die Katelyn maybe noch. TP hinterher. Ah, wir haben TP'd, wir haben TP'd, wir haben TP'd, wir haben TP'd. Ich hab... Nice. Okay, unser Rabadon-Vulibär doing God's work. Ich hab actually Mikael für die Vex-Ult gleich. Okay, hab die sogar... Strong. Der Fake-Out hat funktioniert. Was können wir entnehmen, damit ist die Frage. Double In-Hip, Mid-Top. Ja. Und dann Res... Äh... Kannst du die babblieren? Nee. Okay, nice try von hier. Oh. Nice. Nice. Okay. Let's go. Panther. Oh, go, go, go. Ich denke, ich denke. Willst du sie nicht haben? Hast du die Bubble? Scheiße. Also, sie hat keine Space, sie hat keine Space, sie hat keine Space. Ah, die hat sogar Flash auch noch. Ah, okay, gut. Anyways, GG. Oh. Feilt das? Nice, sir. Ich will es sehen. Let's go. Oh, shit. Nice. Let's fucking go. Beta 1, baby. Let's fucking go. Emerald Promoted. Let's go. Let's go. Schön, rein. Keine Losers mehr, wie jetzt. Ich dachte eigentlich, wir spielen zu Null, aber... Also, AFK und Infi, das ist schon eine schwierige Kombo zu carryen. Ja, ich dachte auch nicht, dass wir so schnell unser erstes Game verlieren. Ich hätte niemals gedacht, das ist so crazy, wie schwer Games sind, wenn du zwei gegen acht spielst. Schweine, ey. So, kurz Nase schneuzen, gleich wieder da. Und ich mache mal kurz das Fenster auf. Vielleicht ein natürliches Licht könnte mir helfen. Ich bin ehrlich gesagt immer überlegen, mir ein Kissen hinten in den Stuhl reinzustopfen. Ich glaube, das mache ich. Okay. Könnt ihr mich noch sehen, so? Ich hoffe. Hilft das was? Oder macht es es schlechter? Das ist jetzt der Flip. Ey, ja, schlechter wird es schon nicht machen, oder? Irgendwann, glaube ich, kriegen wir ja unser gescheites Setup. Preach. Diese Aussicht hier ist so krank, ey. Das stimmt. Das ist so krank, diese Aussicht. Ich glaube, dass man das nicht zeigen kann. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf, ehrlicherweise. Es ist ja nicht dein Zimmer. Ist das von dir? Ja, wie aussehen ist das denn? Das ist ja nicht dein Zimmer. Vorhin habe ich es probiert, aber da war absolute Flashbang. So, gleich wieder da. Ja. So, Leute. Medivin, Limortes, 28Black, Lucas, Sirlock, Happy Tom, der Yannick. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Boah, Leute. Das ist so ein Abenteuer hier. Also, viele Sachen haben jetzt nicht geklappt. Wir haben jetzt irgendwie ein sehr spontanes Setup. Ich sitze bei jemand anderem in der Bude. So, aber das ist einfach so krass, dass ich hier in Mexiko sein darf und streamen darf. El Buruk. Vielen lieben Dank dir für den Support. Schön, dass du da bist. Hola de ninguna manera pare que... Was bedeutet das? Was bedeutet denn das? Jetzt lassen wir es mal übersetzen. Rens Diepel muss man da nehmen, ne? Diepel. Hallo, auf keinen Fall. Du scheinst eine tolle Zeit, in Mexiko zu haben. Yes, Mexiko is really nice. Very, very good weather. Very friendly people so far. It's really nice. Setup is a bit scuffed, aber that's alright. Wie kann ich das Setup ein wenig weniger scuffed machen? Freut mich für dich. Ach, das ist so cool, ne? Und alles nur, weil sie mich mit Martin Hinterecker verwechselt haben. Das ist das Geilste, ne? Jetzt sitze ich hier einfach und kann hier nerden. Wie sehe ich denn aus mit der Beleuchtung? Oh Gott. Musst du denn nicht die Kingsley casten? Doch morgen um 19 Uhr. Ein Spiel, zweimal 20 Minuten. Und dann nochmal am Dienstag, glaube ich, noch ein Game für zweimal 20 Minuten. Hm. For real, haben die dich echt verwechselt? Ja, ja. Die dachten, dass ich ein Fußballer bin. Ich meine, normalerweise, wenn du jetzt nicht einfach nur mich so siehst, weißt du? Weil ich saß dann halt so im Meeting, ne? Und wenn du mich nur so siehst, dann verwechselst du mich halt für einen Profisportler, weißt du? Das ist ganz normal. Danke an Yubi für den Supporter auch. Willkommen. Findierst du noch Götze in League? Morgen ist er mit dabei beim Cast. Also mal schauen. Bekommt ihr noch bessere Sachen fürs Setup? Ja, kriegen wir. Also morgen, wir kriegen morgen nochmal besseres Zeug. Ja. Ich würde so gerne nochmal Draven spielen. Aber meint ihr es zu risky? Der Draven war vorhin eigentlich stabil. Das ist nochmal Draven spielen. Wie warm ist es gerade da? Ich glaube, 32 Grad hat es. Nee, also ich glaube, ich bin mir nicht so richtig sicher, warum die mich genommen haben. Weil ich habe ja eigentlich gar nichts am Hut mit Fußball. Aber vielleicht geht es auch genau darum, wisst ihr? Vielleicht geht es genau darum, dass ich nichts mit Fußball zu tun habe. Weil praktisch sie jemanden, also sie wollen halt wahrscheinlich andere Communities ansprechen. Das könnte ich mir vorstellen. Dass sie einfach sagen, okay, der hat vielleicht nichts mit Fußball zu tun, aber der könnte halt trotzdem zu uns passen. Tja. Naja, es wird schon um die 10.000 bis 15.000 Zuschauer geben. Ich habe keine Ahnung, ob das morgen gut ankommt bei den Leuten. Das kann ich null einschätzen. Ehrlicherweise. Ich kann ja null einschätzen. Sie wollen international zu sagen, du bist ja nicht bezahlt. Na gut, ich werde indirekt bezahlt. Das ist schon eine teure Reise, weißt du. Also mit den Flügen und allem, das kostet um die 10.000 Euro, kostet dir das. Streamst du hier? Ja, ich streame einfach hier auf dem Kanal, ja. Ich streame einfach hier auf dem Kanal. Papa Platte wurde auch von Piqué gefragt vor einiger Zeit. Ich meine, ich bin bestimmt nicht die erste Wahl gewesen. Da mache ich mir nichts vor. Das ist genau wie bei den Streamer Awards, wisst ihr. Ich bin nie die erste Wahl. Aber ich sage immer Ja bei solchen Sachen. Deswegen, wenn Sachen halt übrig bleiben, kriege ich sie. Aber ja, also die erste Wahl bin ich nicht. Wie viel Uhr ist es in Mexiko? Gerade ist es 13.30 Uhr. Und bei euch sollte es jetzt 21.30 Uhr sein. Vielleicht hat Papa Platte dich ja vorgeschlagen. Ja, der hat mir auch schon bei den Streamer Awards die Türe geöffnet, tatsächlich, der Kevin. Der hat mir auch schon bei den Streamer Awards die Türe geöffnet. Die Streamingzeit ist für dich eigentlich perfekt. Die ist sehr, sehr gut, ja. Amerika ist zum Beispiel auch sehr, sehr gut für jemanden wie mich. Weil du halt einfach, du hast noch den ganzen Tag und du hast Sonne. Was findet da statt? Es findet der World Cup von der Kings League statt. Das heißt, es gibt 32 Teams aus der ganzen Welt, die alle hier sind. Ich habe auch schon Ibai gesehen im Gang. Piqué ist hier, Zlatan Ibrahimovic, Totti, wer ist noch alles da? Das sind crazy Leute, sind da, Leute. Das ist insane. Zuck, zuck, zuck. Schauen wir, was wir hier machen können. Irgendwie das mit der Beleuchtung sieht noch nicht so gut aus, ne? Aber was sollen wir machen? Ich hoffe, es ist okay für euch. All right, let's go. We can make. Haben wir unseren ersten Diamond-Spieler? Ne, wir haben jetzt Platin-Spieler mit dabei. Okay. Wir wurden down-seated. Weil, ich habe, das geht erst los, sobald ich aus Placements raus bin, ne? Mhm. Aber ich kriege tatsächlich nur 29 LP, ne? Wir müssen echt jedes Game gewinnen. Oh, shit. Du, du, du. Ich weiß nicht, diese Gedudel-Musik, jetzt wo wir in Mexiko sind, in Europa, ist mir die so auf die Eier gegangen. Aber ich lasse mich gerade den ganzen Tag volldudeln. Nee, nee, bei mir wird noch geballert. Bei dir wird geballert? Ja, für Draven muss ich eigentlich Dart-Style anmachen, ne? Ja, 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 ja. Come to Valhalla, wo ist es? Ja, Trip to Valhalla. Actually wäre das das perfekte Game gewesen für die Jack-Rune, weil wir genau in die Night-World gehen. Soll ich jetzt vergessen. Wollen wir hier für... Das ist ein Fiddle. Da kann ich mir kurz drei Gold holen und einen Stack, ne? Zwei Stakes sogar. Yumi Vayne. Ja. Ich habe French Core an jetzt. Also ich will aggressiv spielen. Ja, ich habe French Core an. Geil. Ich glaube, du kaufst dann hinten raus, kaufst du einfach einen Maw oder irgendwas? Nein. Dann ist es unbehemd. Oh, okay. Okay, sorry, Mr. Alpha-Draven. Das ist Alpha-Draven. Was haben die denn? Ghost Exhausted Knight. Warum ist die low? Ach, du hast sie gehittet, oder? Ne, habe ich nicht. Gewinnen wir Level 1? Safe, oder? Ja, ja, klar. Aber die haben einen Summoner mehr an dem hierhin. Ja, deswegen ja. Lass dich nicht treffen lassen, damit sie sich nicht heilen können. Man hat auch nicht immer so viele Mana-Probleme mit Draven, wenn man die Äxte fängt. Oh, shit. Kosten die Mana? Oh, ich habe die Axt nicht gefangen. Und ich habe den Lasted verkückt. Ich will, ich muss eigentlich rein, der Drop kommt. Okay. Ich muss da rein, weißt du? Du hast dich gehealt. Okay, ich hätte niemals bewegen können. Hätte er etwas geändert? Nein. Aber ich wollte es trotzdem. Ah, es ist actually back. Die hat so viel Zs verloren. Die hat einen Minion. Sail to distance chance. Ich glaube, so sind die Draven-Spieler jedes Game drauf, ehrlicherweise. Das kommt einfach, der French God, wenn der Bass droppt, musst du rein. Kann der Jungler hier sein? Ähm, na, es sind Viertelsticks, was soll schon passieren? Ich will leider kein Cleanse. Ey, wenn du das dodged, dann kriegst du keinen Damage und sie heilen sich nicht. Den habe ich verdient, ja. Ich habe Heal. Ich kann nicht die reinbaiten, du wartest im Busch? Mhm. Hinter mir? Und dann bait ich sie rein und wir killen? Ja, ja, genau so wird es laufen. Die dash jetzt gleich vor? Oh, die hatten auch Ignite, leider. Ich hätte ihn eh noch werfen können. Ja, du bist fein, oder? Du bist am Chillen. Big Boy chilling? Das ist ja keine Wave, leider. Das war kein Drop, das war kein Drop. Das war mal wert. Kein Drop, kein Drop. Ähm. Deswegen war nicht Draven in Solo-Came momentan, aber... ...und die Wave ist absolut atrocious für sie. ...und die Wave ist absolut atrocious für sie. Was... Twitch hat, was kann man denn bauen, wenn man so einen beschissenen Supporter hat? Damit man ein bisschen Frontline kann. Gibt es da irgendein Item-Build? Der hilft mir nicht mal, meine Äxte zu fangen. Komm nach Mexiko, Kani. Da können wir zusammen do queuen, Kani. Das wird super. Es ist eine Farce. Und du hast mir geglaubt. Wie fühlt sich das an? Ich wurde gefated. Aber wir segeln jetzt rein, ne? Ja. Permasegelung. Ich muss meinen Axe einmal anleuern, ja? Ich bin voll... Ja, wenn sie... Was ist das? Ich habe jetzt aber mehr Items, als wir. Ich glaube, das ist egal. Ich habe Ignited Solo. Ich hex Flasche hier mal. Vielleicht hat es Sinn. Joke. Schon sehr awkward, muss ich sagen. Wir haben eine große Wave, die zu denen stackt. Ja. Oh, what the fuck was? Ich habe sie gecancelt. Ich habe beide Äxte gedroppt. Ich habe die Achse auf die Hülle geworfen. Ich dachte, das ist unser Jungler. Oh nein. Ich hätte die Achse alle gekillt. Nein, never mind. Ich nehme da gar kein Blame auf mich. Du pickst nie wieder Draven. Bro, das war so well executed von mir. Wie kannst du es wagen? Wie lange ist es her, dass er gesagt hat, wir müssten jedes Game gewinnen, weil er nur plus 29 bekommt? Wie kannst du es wagen? Und dann ist das das Gameplay! Das war Choc Tücel, wie wir in Mexiko sagen. Ich könnte jetzt daheim sitzen. Ja, das könntest du. Das ist eine verdammt miese Zeit, der Solkion. Den Hook verkacken und dann die Fresse aufmachen. Den habe ich wieder gern. Bin ich so wütend, Claude. Ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Ich hätte das nicht physisch besser spielen können, weißt du? Aber für Kani ist wieder nicht gut genug, die alte Diva. Ja, 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 ja. Ich bin fucking Level 3. Ich bin Level 3. Dreimal gestorben. Ja, Mexiko scheint noch nicht ganz, das scheint ein bisschen über deinem Speed zu sein, spielerisch. Mhm, mhm, ja, 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 ja. Ja, hast du recht, hast du recht. Ich guck die mal an. Okay. Bruh. Ich wollte den Q prediken, aber sie spielen hier leider anders. Das ist der winning place, sag ich doch. Bruh. Ja, push und dive. Beautiful. Kann einer mal checken, wie viel Tequila steht da schon? Hat der sechs? Ja. Ich finde, du hättest ja noch ein bisschen Zeit lassen können mit dem Cancel auf seinen Drain. Findest du? Ich fand, er war eigentlich gut bezahlt, der Cancel schon. Ich hab leider keine Exe gehabt, die sind irgendwie verloren gegangen bei Flack. Die sind leider verloren gegangen, Kani. Die mogen nicht, Mr. Noway. Die mogen nicht. You mogen immer. Ich hab leider meine Exe verloren. Wo sind die nur hin? Mann, ey. Ich stehe 1-4. Ja, weißt du, dass du einen Kill klaust, du Pfeife, ey. Also, keine Ahnung. Ja. Also, gegen gute Dravens ist es actually fast impossible, Kills zu lassen, weil die so viel Damage machen. Also, halt gegen gute Dravens ist es. Mit den besten Dravens wird es ja wieder leichter, weißt du, das ist so eine Sinus-Kurve. Ja, ja, ja. Ja, ich hab auch keinen Hardstyle mehr an, das ist halt, so funktioniert das halt nicht. Ich hab nur 120 Beats per Minute jetzt gerade. Das geht so nicht. Muss ich danach mal neu kalibrieren, die Playlist. Oh mein Gott. Kannst du, die, Mate, please, Kani. Es ist, es ist terrible. Ja, das ist echt nicht gut. Ich glaub, die werden uns halt super, super hart ganken weiter, ne? Ja. Ich glaub, wir werden auch super hart outscaled. Also, jetzt nicht unbedingt mal wir, aber halt so generell. Also, das Game wird, ich glaub, später wird das sehr, sehr hart. Oh, hier? Oh, die haben einen Dragon, gell mal? Willst? Aber da kommt gleich ein Viertel dann rausgeholt, ne? Oh Gott. Okay, lass dich eigentlich einfach nicht zerbotlen. Push du deine Wave, push deine Wave. Mhm. Warte in den Busch, warte in den Busch. Die kommen doch hier niemals durch, oder? Wir diven die Formtürk. Go, go, go. Push da vor, push da vor. Lass sie nicht zum Töt. Nein. Nein, Kani, nein. Okay. Okay. Du warst nicht da. Du warst einfach nicht da. Oh shit, der ist auch noch hier. Fucking hell, Mann. Hol Zeit raus. Bro, sie verliert super viel am Turret zuerst. Ich rage quitter gleich. Bro, das ist einfach, du musst dich konzentrieren. Du musst anspannen. So können wir nicht gewinnen. Ich rage quitter gleich. Du spielst hier so ne Scheiße zusammen. Ich bin richtig sauer, gerade. Da unten gäbe es so leckeres Essen und ich hocke hier. Ich bin so wütend hier. Was ist das für ne Scheiße, Bro? Jetzt konzentriere dich mal. Jetzt 1-5 in mexikanischem Emirates. Wir spielen jetzt für Toplane. Es ist, der Draven ist keine Wincon. Ich mein, du hast den Anker gepickt, aber musst du deswegen der Anker sein? Mhm. Es ist, der Yon wird carry'n. Der Yon wird's machen. Wir machen Twitter-Posts danach. Die outfuck die Riven. White. Als ob der hier Wards hat. Oh mein Gott. Sie ist actually faker. Okay, nice. Das war actually White Plattformier. Schade, dass es nicht gereicht hat, aber... Oh, es reicht sogar. Okay, ich hab die Win Condition gefunden. Ich weiß nicht, wenn die mich jetzt unten killen, ist das Game Over, ne? Ja, ja. Hinterher, Jungs! Oh, die geht oben ganz schön rein, ne? Ich verstehe nicht. Unser Team macht Goobies, anstatt einfach... Na gut, I guess wir haben 6 Goobies. Die hat volles Blade, hä? Ja. Wie sind denn so viele Kills, ja? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist okay, wir geben jetzt dem Draven... ...dem Auto-Filled Draven-Main nochmal ne Chance. Actually läuft das sehr gut hier, Tobi-One. Mhm. Bei mir läuft's auch gut unter dich. Kann ich wissen, wir müssen noch Monate zusammenspielen, ne? Ja, halt, zweieinhalb Wochen. Kann's jetzt nicht jetzt schon direkt der Boomhahn sein. Alter, macht die Damage. Ja, die hat volles Bläht. Ja, wir hauen uns einfach den Turm weg und dann killen sie, oder? Hat die oben der Fiddle geholdet? Äh, ja. Ja, 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 hat er. Ich bin nur hier, um die Platten zu klauen. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Fiddle ist mit dir. Oh, eigentlich, Fiddle ist tot. Ja, ja, ja. Asesinato doble. Dive mit dir? Das brägt ein gewisses Risiko. Ja. Schön. So, leider vorm Drop. Der Kill war nichts wert. Wir müssen, wir müssen nochmal. Chrono-Breaken. Chrono-Break die Scheiße, ne? Ich muss jetzt gleich den neuen DJ Peacock-Banger an. Oh, shit. Der Vladimir wird später, also ich kann doch gegen Vladi Fiddle gar nichts machen, oder? Später. Ich sage dir, du sollst einen scheiß Moor kaufen. Muss ich einen Moor holen? Ja, denke ich schon. Ich glaube, das war meine eigene Idee, Moor zu kaufen. Ich bin halt einfach so schlau und gut aussehen und schön. Ich werde dich morgen so, ich werde dich morgen, du wirst es morgen so bereuen in deinem Fußballstream. Moritz und ich, wir werden einen Schlachtplan machen. Den darf man noch nicht erwähnen an sich, ne? Der ist top secret und soll morgen erst revealed werden. Das ist straight up falsch. Der macht doch schon Insta-Stories, oder nicht? Nein. Nein, macht der nicht. Also, ich bin schon zufrieden, Chad. Das müsst ihr wissen. Das ist auch ein bisschen unangenehm. Hä? Oh, den stacket ihr nicht gerne gehabt. Hier sind Fiddle-Sticks. Du hast ja zum Glück nicht gesagt, welcher Mooritz. Das sollte alles passen. Welch? Hä, was für ein Mooritz? Ja, wir reden hier nicht über Mooritz. Was hier? Problem ist, ich habe noch keine Ulti. Warum? Okay. Ich glaube, ich wollte Cleanse gegen den. Der Bruder von Max. Genau. Der Bruder von Max ist da. Oh shit. Nein, meine Stacks. Wieder für sich. Das ist so bad. Oh, ich habe so viel Stacks verloren. Scheiße. Dann auch mal den Flash nutzen, ne? Kann ich. Biss ja. Hier kann ich im Übrigen. Das ist alles schon announced. Das muss ihr keine Sorgen machen. Das ist wirklich alles schon announced. Ich hatte so eine Angst. Ich hatte jetzt wirklich Angst. Nein, das ist alles schon announced. Okay. Der hat auch schon eine Instagram-Story gemacht, wo er mich getaggt hat. Hat der, ne? Hat der, ne? Ja, er hat eine gemacht, wo er mich getaggt hat und gesagt hat, er ist beim Sport, wo bin ich? Oh Gott, oh Gott, sei Dank. Ich hatte so Angst, weil ich habe vorhin noch mein Chat meinte, sie hätten gern Leaks. Und ich habe noch so gesagt, ja, nee, so etwas kann ich nicht machen. Das ist so ein großes Event. Da geht es um so viel Geld und so viele Persönlichkeiten. Da muss ich mich zusammenreißen. Und zehn Minuten später sind wir hier. Ah, sick, sick, sick. Das hat es verdient für die Nautilus-Performance. Und jetzt spann mal an, Herr, bitte. Ja, 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 ja. Hier kommt gleich eine Junge. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh, das ist noch nie passiert in dem Game. Bitte, Kani, mach irgendwas mal. Ja, ja, ich komme. Der Drowen und ich verkühle ihn jetzt. Kein Ult. Kein Flash. Ich hatte keine Stacks. Ach, Mann, ey. Suckt so sehr. Ihr müsst dringend weg, deine. Echt aufpassen. Nee, 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 nee. Ich hätte noch Block jetzt. Nee, da kommt aus dem River, kommt auch noch irgendwas. Ah, okay. Ja, und der Riffen kommt da. Nee, der Fiddle war da, der Fiddle war da. Ah. Die wird jetzt gleich gefiddelt. Aber tatsächlich ist die... Die sind mittlerweile sehr, sehr strong, ne? Ja, wir haben actually... Ja, ja, wir sind wieder komplett am Griffen. Oh mein Gott, Mann. Wir können das Legend verlieren. Weil ich kann hier später nicht carryen. Ich kann hier später Legend nicht carryen. Das Game ist fucking... Fucking hard. Oh, oh. Okay, jetzt ist der Marge bei mir. Haben wir Dragons? Einen. Bei welchem Moritz geht? Moritz Leitner. Der MVP? Von woanders. Es sieht nach zweiten Lose aus, ja. Nein! Jetzt hat auf. Okay. Komm Richtung Mitte. Oder wollen wir Bot machen? Lass den Ion machen. Ah, nee, der hat sich der Sack. Oh mein, er ist sowieso am... Cruisen. Okay. Okay, ich verspreche dir, das ist mein letztes Draven-Game. Ich fand, das erste wäre ganz okay. Oh, das ist echt G. Sehr bad. Wenn wir da Mitte was... Ne, wir brauchen den Jarvan, ne? Kex-Flat O. Okay, ich komme. Das ist eine geile Saison mit dem Hook. Neuße. Nice. Einfach Mitte durch, oder? Ja. Kann man ja Harald auch noch? Ja, wir haben Harald auch noch. Ja. Da, da, da. Oh, da um. Der ist auf Blue-Buff. Ja, ja, ja. Moving. Oh mein Gott. Hm. Aber jetzt haben wir irgendwie den Harald nicht bespielt, ne? Doch, doch, Mitte, Mitte. Aber die leben halt alle wieder und wir nicht. Ist eigentlich sehr risky. Hat der Mittel geultet und... Nein, ich glaube nicht. Oh mein Gott. Aber die Wand... Also ich glaube, wir werden hier geäst. Ja, ja. Wir müssen raus. Was baue ich jetzt? Lord Dominix? Oder gehe ich jetzt schon mal? Ne, ich glaube, du musst Dominix L. Ja, glaube ich, musst du gehen. Weil die alle so viel HP kriegen. Ja, na ja. Die machen wahrscheinlich nur Drake. Oder? Schill geht zu Drake. Okay. Der Jarvan hat gerade drei EQs in Folge daneben gehauen, ne? Und das ist unser gefieldestes Member. Mit Action-Li Lord Dominix macht gar keinen Max-HP-Damage mehr. Wird ja rausgenommen. Äh, das wusste ich, lol. Können wir zum Drake vielleicht noch gehen? Die werden doch da jetzt recoillen erst. Ich glaube, da waren nicht viele Leute von denen, oder? Capacchungos. Fuck, man, wenn du einfach da bist. Schade. Ah, ist fein. Ist fein. Ich habe es schon da gekriegt und wir kriegen... Ne, ne, ne Bonus-Yomi. Die Piñata. Die Piñata, die gibt's. Die holen wir uns immer da raus, da. Ja, ich glaube, ich gehe lo... Ich brauche... Rapid-Fire brauche ich auch. Hier. Weil die machen... Also die... Keine Ahnung. Die machen alles so viel Damage, die gehen da. Hm. Gibt's eigentlich irgendein Szenario, wo du Mercurial baust? Oder ist das Item immer noch zu schlecht? Boah, ich weiß jetzt nicht, ob das mal... Wurde das mal gechanged? Ja, das wurde jetzt gechanged, zu dieser Season wurde's gechanged, ja. Eigentlich klingt das schon geil, so gegen... Wobei, die Viertel-Ultz waren bis jetzt nicht das größte Problem, oder? Ne, der Vladimir ist ein Riesenproblem. Und die Vayne tatsächlich, wenn sie mich hitten darf. Ist auch ein Riesenproblem. Können wir bitte einfach instant rein? Ja, ich hatte Flash. Aber wir brauchen, glaube ich, einfach den Jarvan bei uns, oder? Hier, die Katze. Oh, scheiße. Geh zurück. Schneller, dann kriegen wir sie. Ich glaube, es wäre gar nicht gut gewesen, weil die Vayne mich dann hinten haben, ehrterweise. Ja, wobei, ich kann sie ulten. Na, Vladimir war auch da. Wir müssen einfach warten, bis er das grouped ist. Doch haben sie nicht gestartet. Jetzt haben sie gestartet. Brent hat kein TP. Ich kann nicht spielen gegen die... Ich kann wirklich nicht spielen. Schade. Ich habe sogar die Vayne gehuckt bekommen, aber es war leider... Der Rupen-Fiddle-Unge-Flash is fucking unplevel. Ne, ne. I mean, actually, wir haben gleich Nash gestoppt sogar. Nice! Oh mein Gott, nice. Okay, strong. Wait, das ist huge! Diesmal... Vladimir hat kein... Wait, wait, wait. Winnable, Winnable. Vladimir und Fiddle-Flash sind raus. Jetzt bin ich wieder up. Oh nein. Ich glaube, der Vladimir macht die alle beide. Ich glaube, das ist fein. Ich komme da mit dem... Das ist actually sehr, sehr gut. Ich komme leider nicht ran ums Eck. Nope. Ist das disgusting, ey. Der hat keinen Pool, aber der ist gleich wieder ab. Der hat auch wieder Ult jetzt, glaube ich. Probably, ja. Ja, ich will noch kurz das Fingercleanen. Top-Win-Walf-Bisschen. Wenn ich hitten kann, mache ich schon Schaden, aber... Ja, aber es ist halt immer irgendjemand in deinem Gesicht. Ja, ja. Bei der in Teamcom. Die haben direkt angefangen. Der hat ein Item, Bro. Ich... Es ist... Also... Die werden den haben, ne? Ja, Javan... Es war tot und Bran... Oh, schade. Das war richtig Knabbel. Ja, guck, 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 guck. Der Shield-Ready, aber das bringt nichts, Leute. Bringt nichts. Maybe Overse Extended der Vladimir da oben weiter. Ne, was ist mit denen hier unten catchen auf der Bot-Wave? Ich komme. Overse ist keiner groß, nämlich. Weil die, die nicht buffen können, wäre wichtig. Ich kann mich nicht raushucken. Ne. Das haben wir zu hart getrollt. Und der Intim-Comp ist auch sehr viel besser. Das ist einfach zu krass, ja. Okay, aber jetzt only try-hard? Ja, only try-hard. Das ist mal bad, auch das Game. Und das ist der letzte Lose. Nein, ich hab auch komplett kein Griff. Wir sind beide runtergerannt. Er hat die Wave gecleared. Wait, hat der Melli-Gals? Oh, der trollt ja komplett. Wait, der ist echt tot, ne? Ja. Oh! Okay. Amen. Wollen wir den Vladimir mal killen? Der Brand war jetzt auch noch nie bei uns im Team dabei. Das ist auch nicht vergessen. Was ist mit Drake einfach jetzt rushen? Zu den rushen, mein Drake. Ja, es hat Brand ist noch 10 Sekunden tot. Genau. Ja. Hast du ihn einmal zu sehen? Oh, der, der killt mich. What the fuck? Der hat zwei Items, ich hab auch zwei. Scheiße, Bro. Verrückt. Na gut, er ist fünf Level über mehr, gell. Die sind, der Yon hat Drake angefangen. Nein. Ist das unplayable, eh? Ne, 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 ne. Da, gehen wir fürs nächste. Ach, ich bin so ein Griefer. Ey, ich werde auch ein Ja zu drücken. Äh, gut, die End, ne. Die End, ne. Ja, die können End mehr. Mann. Ah. Mexico strong. Lateinamerika zu strong. Lateinamerika zu strong. Lateinamerika sind schon zwei Loons, ja. Welcher ADK könnte das spielen? Äh, ich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht was. Gegen Gebiete der Blood ist immer schwer. Ja. Als ADK. Ja, aber als ADK machst du in dem Game nicht viel. Ich glaube, du hast irgendwas, was mehr Range und Zoning Potential hat vielleicht. Also Jinx oder so. Oder Xayah. Oder du pickst sowas wie Twitch und chillst wirklich, bis die Initial Cool Loons raus sind. Ja, aber das kannst du ja nicht. Also tatsächlich, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass hier nie gegroupt wird in Lateinamerika. Also hier wird, actually wird nie gegroupt. Sondern du spielst halt alles irgendwie so Skirmishes und Solo-Play. Ja. Boah. Aber, okay, ich darf keinen Draven spielen. Ich kann den einfach nicht spielen. Ich darf keinen Draven spielen. Ich inter. Wir haben zwei Looses, ey. Es ist Katastrophe. Es ist okay, das ist okay, das sind die Anfangsschwierigkeiten. Das neue Setup, der Ping. Ist für das dann schon alles? Mhm. Also zwei Looses mit Dings. Ich bin doch jetzt Vladimir, glaube ich. Man hat wenigstens eine Hypersmurve, der Vladimir. Bitte sag mal, der ist irgendwie Level 30. Nein. Ist ein normaler Emerald-Spieler. Ich bin gleich wieder da. Leute, ich bin so ein Greedy-Griefer, ey. Was ist denn mit mir los? Warum bin ich so ein Greedy-Kerl? Boah. Das Draven-Game war auch richtig schwer, muss ich sagen. Jetzt mit Corki. Ich finde, Corki ist in der Mitte sehr viel besser als auf Ardicary, ehrlicherweise. Ich muss ehrlich sagen, Corki auf Ardicary fühlt sich einfach zu wenig Level gefühlt. Ja, sehr. Ich habe gehört, Kate zur Seite. Kate können wir spielen, ja. Das hat nichts mit Greedy zu tun, das war leider nur sehr toll. Ja, unser Team war jetzt aber schon auch sehr schlecht, oder? Wir hatten ja praktisch keine Teammates. Es war schon ein schweres Game. Aber man hätte es auf jeden Fall carryen können. Danke an Kane für den Support. Schön, dass du da bist. Seid ihr auf einer Runde, Jin? Ich bin jetzt erstmal den Vladimir, ne? Was mit Yun-Tal passiert. Es gibt nur sehr wenige Champions, die das, glaube ich, verwerten können und wollen. Weil du hast, also du willst ja nur noch vier Crit-Items bauen. Und dann baust du halt sowas wie BT oder GA. Und ich weiß halt nicht, welcher Item Yun-Tal baut. Ich weiß nicht mal mehr, ob Jin Yun-Tal baut. So. Danke an Oberst Küchler für den Support. Einen wundervollen wünsche ich dir. Du hast nicht eine bessere Win-Condition, wenn du Mitte spielst. Du bist ja langweilig für die Dukio. Leute, wir gewinnen. Ich sag mal, ja also... Ich mein, schaut euch mal die Games an. Okay? Wir haben Pentakill 18-8. Dann haben wir 19-7-Game verloren wegen einem AFKler. Und jetzt, gut, das war ein verdienter Lose. Das war einfach zu viel geblödelt. Das war ein verdienter Lose. Das ist keine Frage. Danke an Meadow und Xavinia für den Support. Einen wundervollen wünsche ich dir. Na, wann ist die Du-Zeit vorbei? Ab Grandmaster. Und dann spiel mal bitte. Null Prozent Draven. Ja, ich wollte... Mann! Okay, das war eine Verkettung. Okay, jetzt wieder Tryhard. Okay? Du bist nicht stark mit Yuntal. Ja, das Problem ist, statt welchen Crit-Item baust du es? Weil du... Also, du willst auf jeden Fall... Willst du Collector-Infinity-H haben. Dann willst du Flicker-Blade haben. Und dann brauchst du Lord Dominix oder Rapidfire. Das heißt, du hast einfach keinen Platz in deinem Bild. Das ist oft das Problem mit Yuntal. Du hast einfach keinen Platz für das Item, finde ich. Matek, Not Today und KaiQ. Vielen lieben Dank für den Support. Und der Erdbeerkönig ist mit dabei. Draven auf drei... Wir spielen keinen Draven mehr, Leute. Das war jetzt zu viel. Jetzt gibt's keinen Draven mehr. Jetzt gibt's nur noch Hyper-Carry. Da wird direkt Wladimir gewinnt. Wladimir ist ein sehr frustrierender Champion als Articary, wenn er ahead kommt, ja. Das ist sehr, 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 sehr schwierig, was zu machen gegen Wladimir. Alle guten Dinge sind drei. Ihr gebt mir jetzt weg mit euren Trollpicks. Wir spielen jetzt DAX-Katelyn. Das spielen wir jetzt. Und jetzt wird gecarried wird jetzt. Ich bin kurz vor 1000 Elo Schach, habe Angst vor dem nächsten Match. Dasselbe habe ich auch. Ich habe nicht auf 1000 Elo im Schach gespielt und seitdem traue ich mich nicht mehr zu spielen. Tatsächlich. Ich traue mich nicht mehr zu spielen. Paul Acker-Pinard, viel lieben Dank dir für den Supporter. Können wir eine Runde Pedro hören? Na klar. Wie ist das Niveau im Gegensatz zur EU dein, ey? Also ich würde sagen, das ist sehr, sehr viel schlechter, das Niveau bis jetzt. Also sehr, 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 sehr viel schlechter. Ich weiß, das ist natürlich hart zu sagen, nachdem man zwei Loses hat. Und auf EO West habe ich das nicht gehabt. Wir sind ja mit 90% Winrate nach Master geklimmt, Solo in EO West. Aber das fühlt sich wie eine komplette Clown Fiesta an. Also die sind nie gegroupt, jeder skirmischt irgendwie rein, alle spielen allein, kaum mechanisch. Also der Wladimir war mechanisch solide, aber ansonsten, die Mechanics von den Spielern sind so terrible, ja. Also ich glaube, es ist ein sehr schwacher Server bis jetzt. Ganz spannend. Jinn ist schweres Match, ist einer der besten Picks gegen Caitlyn. Ja, aber jetzt, also. Wir machen jetzt ernst, Leute. Wir machen jetzt ernst. Der Jarvan war insane beschissen, zum Beispiel. Also der hat halt nicht eine IQ-Kombo geschafft. Das ist schon rough, ne? Für einen Emerald-Spieler. Da, da. Da, da. Ich glaube, der Wladimir sah schon gut aus, oder nicht? Der ist halt ein gefiedeter Wladimir, der wie und eh kombiniert klickt, weißt du? Das ist jetzt... Das ist halt... Es gibt manche Champions, das genauso wie ein Katus zum Beispiel gefiedet wird oder ein Echo. Du kannst einfach... Du klickst auf den Gegner und one-hitest ihn und der hat kein Counterplay dagegen. Das ist... Du hast... Du hast kein Counterplay dagegen. Darf man auf dem Mexikanischen die Sprache umstellen? Ja, aber ich finde tatsächlich, du verstehst die meisten Sachen vom Spanischen. Wo sie die Rassel und der Sombrero Kommen-Morgen-Set kann. Feels better, man. Vielen lieben Dank dir für den Support. Schön, dass du da bist, Jeff. So, und jetzt machen wir einen Knaller hier. Jetzt gibt's einen Knaller, Leute. Stört euch eigentlich die Chem-Ingame? Ich mach das immer so bei so... Oh, da sind unsere Diamond-Spieler. Drei Diamond-Spieler. Okay, okay, okay. Fokus. Okay, Kani, jetzt aber richtig. Nein, nein, nein. Es wird nicht mehr getrollt. Ja, das war... Ich weiß nicht. Ich war in so einer Troll-Laune, eh. Ja, ja, safe. Ich war in so... Du hast mich am Anfang noch gewarnt. Schau mal, wie die scalen. Und ich hab einfach so getrollt, ne? Ach. Nee, nee, nee. Jetzt gibt's Only-Wins. Ja, ja, Only-Wins. Bis Master, bis Master. Man muss ja auch irgendwie so ein bisschen sich erstmal ankommen, finde ich, in Mexiko. Ja. Ja. Man muss aber erstmal ankommen. Ah. Jetzt spielen wir auch gegen die ersten Diamond-Spieler schon. Ja. Okay. Der ging doch schnell. Der pick Echo gegen Kasadin. Das ist der komplette Hard-End, ne? Schlechteste Matchup für Echo in-Game. Geil. Ja, vor allem, die haben halt auch keinen Funken-CC für Kasadin. Ja. Ja, unsere Lanes ist nicht so einfach, ne? Die ist relativ schwer. Nö, 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 ja. Aber... Es geht, actually. Kommt drauf an. Solange die Nidderli hier nicht loslegt, ist, glaube ich, sehr over für die Gegner. Du, 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 du. Ich mach jetzt auch die Nachricht vom Sultan an, ne? Dann soll's wirklich ganz klar sein. Jetzt werden alle Register gezogen. Jetzt wird alles gezogen. Hast du eigentlich schon einen Vanguard Game-Auflöser gehabt in deinen Games? Nein, noch nicht. Du? Nee. Nee, nee, noch nicht. Ich hab's auch nur auf Twitter hab ich's gesehen. Ja, weil jetzt die ganzen, diese ganzen, ähm, Third-Party-Programs auch gebannt wurden. Ja. Also nicht nur, nicht nur Scripter, sondern Leute... Der Lobby-Revealer wurde gebannt. Genau. Da gibt's einige Streamer, die da gehopst wurden, ne? Genau. Und dann machen sie noch die erbärmlichen Tweets. Oh, ich hab nie gescriptet und ich hab alle meine Games on-Stream gespielt. Warum werd ich gepermabahnt? Wenn ganz so bad. Und dabei benutzen sie das Lobby-Reveal. Der Lobby-Reveal war aber nur zwei Wochen tatsächlich. Das war nur zwei Wochen. Ja, leider. Ja. Hätte ich durchgezogen. Ehrlicherweise, das ist so unfair, dass das Leute benutzt haben. Das hätte echt ein Permaband sein können. Ja. Das ist so unfair. Vielleicht, dass sie das einfach umgehen und den Lobby-Revealer verwenden. Und dann denken, dass sie dafür, also dafür sollten sie gebannt werden. Ja. Warum geht das Game nicht los? Ich brauch Redemption. Das kann ja nicht wahr sein. Was macht der Lobby-Reveal? Der zeigt dir einfach, mit wem du spielst, damit du das OPGG-Profil checken kannst. Und dann siehst du halt, first time mein Jungler grad seinen Champion. Oder hab ich ein OTP-Auto füllt oder so. Ja. Das ist halt schon ein sehr, sehr starker Vorteil. Und der Anime-Team hat das glaub ich auch revealed, oder? Oder hat's nicht? Oder war's ein eigenes? Ja. Das wär sehr broken gewesen. Das wär echt krass. Das hat nur dein eigenes Team. Aber auch das ist schon sehr, sehr krass. Endlich, ja. Nö, 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 nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Für Professor und Blitz und so wirst du nicht gebannt. Hätte ich jetzt auch nicht mehr bekommen. Hätte ich jetzt auch nicht mehr bekommen. Wie lang machen wir heute eigentlich, Freddy? Komm, also passiert bei dir heute noch was? Also angeblich sollen hier um 16 Uhr Ortszeit ein paar Leute vorbeikommen, ja. Wait, das war doch schon, oder? Nö, 16 Uhr Ortszeit ist in zwei Stunden. Hä? Also das ist um 12 Uhr deutsche Zeit, ja. Wait, auf meinem PC ist 16 Uhr 14. Perfekt. Nein, 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 nein. Aber es ist erst 14 Uhr gerade. Also ich hätte 1 oder 2 gemacht, wenn wir spät angefangen haben. Warte, was heißt 1 oder 2? Ja, das ist 16, 17 Uhr. Ah, okay, ja, genau. Ne, 17, 18 Uhr ist es, ja. Und dann gehen wir schlemmen. Ich würde sagen so 17 Uhr und dann schlemmen gehen, ja. Deal. Aber ich will... Mein Gott, das ist jetzt... Ich habe jetzt für immer 0% Winrate auf Draven, ne? Ja, ich glaube Draven ist halt auch so ein Champion, der ist halt mit den FPS und mit dem Ping halt auch sehr viel schwerer. Ja, das ist allgemein. Also ich muss sagen, dass dieser Unterschied von 80 FPS oder 75 Hertz oder was das ist, zu 240, das macht das Spiel, wenn du es gewöhnt bist, fast unspielbar am Anfang. Ja. Ich glaube, du wirst dich dran gewöhnen mit der Zeit, aber das ist also gefühlt fast unspielbar. Ja, bin ich 100% bei dir. Also wir haben das ja gemerkt, das ist sauschwer Sachen auf Reaktion zu flashen mit der Kacke. Und ich habe ja früher, habe ich immer, da hatte ich 30 FPS, ne, mit meinem Laptop. Und da war das, da habe ich das überhaupt nicht gemerkt, dass das so ein Unterschied ist. Ja. Wann sind wir stärker hier? Nie, ne? Äh... Hä? Du weißt, also... A Chin ist ein Counter für Catelyn, das weiß ich. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich meine, die sind, die sind fucking Emerald. Ja, da habe ich letztes Game auch gedacht. Ich habe Q geskillt, also Level 1 machen wir den Entspannen, da sind die sehr stark. Mhm. Versuch mal, ob ich ab und zu meinen Headshot traden kann. Excellent. Ah, Position, das ist fucking nice. Ich skill E hier, ne? Äh, ja. Ich gehe hier für W. Ah, das ist gut. Ich weiß nicht, ob es schon gereicht hätte. Warst du weh? Äh, auch bei der Säpfen, das soll. Äh, 5 Sekunden. Ja, nicht so greedy, wir haben zu viele Dives gespielt. Nein, nein. Not wrong. Lol. Oh, nein. Och, nee. LOL! Oh, schau, das reicht trotzdem. Aber Double Flash. Wait, das ist der Midlander? Jaja, der Midlander hat uns gerade Level 2 angeroamed. Level 2, KD. Oh, mein Gott. Ich dachte, das ist wenigstens der Jungler. Nein, der hat uns Level 2 angeroamed. Ah, okay. Alles im Rahmen. Die Lane läuft sehr gut. Vielleicht müssen wir mehr auf Spanisch schreiben. um unsere Teammates zu motivieren. Du bestellst jetzt kein Bier im Chat. Ich kann noch mehr als ein Bier bestellen. Bin mir nicht so sicher. Wir haben einen guten Wave State hier. Ja, ich hab noch Flash, die haben beide raus. Ja. Lookin, lookin, lookin. Keine Ignite mehr, though. Hat sie geflasht, die Soraka überhaupt? Äh, ich denk schon, oder? Das wäre sie doch nicht gestorben. Ich bin noch Level 2, ne? Deswegen... Ist okay. Wir können aber den Priest hier spielen. Ich würd sehr gerne für Kill gehen. Ja. Soraka? Das gibt's nicht, oder? Also... Ach, ich hätte nicht zu dir jumpen können. Nein, nein, das ist nicht. Du bist tot nah. Okay, lass uns nur noch defensiv spielen. Die haben mehr Spieler. Aber wir haben Top-Lane-Kill bekommen dafür. Boah, ey, ist das nervig, dass wir da nicht rein gehen dürfen. Wave ist trotzdem gut. Ich krieg die ganze Wave. Bösen da ist super aufpassen, Mitte. Das... Genau, da oben. Oh, mach doch dein Q fürs Schild! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da kannst du nicht hinschauen zu denen! Ja, ja, das ist crazy. Ja, wir haben das. Aber der Brand ist auch noch gestorben. Ja, ja, der hat alles verfehlt, ist reingerannt und hat alles verfehlt und ist gestorben. Der Jin hat ganz gut mechanisch bis jetzt gespielt, finde ich. Jaaa. Was ist das hier kein Smarkler? Wir sind Jetlag-Jet. Das ist noch alles im grünen Bereich, ja. Ich krieg hier ein Plättchen. Ich krieg hier ein Plättchen. Kommt der wieder runter? Mhhh... Eko ist Mitte. Ich glaub wir, wir nehmen einfach die Wave und gehen, oder? Wir haben halt nix kaufen. Du hast halt das... hast du... du hast kein Wort, ne? Ne, der hat meinen grad gekleert. Wait, hat die nochmal gepinkwortet? Wie hat die den... Wait, die muss... die muss dann pink reinhaben. Ich hab ne aufgefasst. Scheiße, man. Ich kann nicht jitten. Schade. Ich hab noch Heal. Nice, gut drauf, top. Nelly's Jungle? Ich geh mal... River, River, River... Genau. River, Pinkwood and Try. Pinkwood and Try auch. Vorsicht. Lieber uns. Hast du noch Dash? Ja. Aber nur den hier. Loll. Oh mein Gott. Flash. Und... Die Niederlehr hat überlebt, oder was? Die Soraka auch. Mit einem mitspielen. Oh mein Gott. Hier, Bot. Aber der Metal Wing hätte einfach rauswählen sollen. Fuck. Der macht so viel Schaden. Alter Schwede. Okay. Topside sieht's gut aus. Das ist unreal. Das ist unreal. Das ist so unreal, dass ich hier gegen vier Leute lane. Dass das erlaubt sein kann. Auch weird. Vor allem, wir kriegen ja nichts dafür. Der Brand farmt ja nicht mal gut. Boah, ist das... das ist ja so... Der hat den Kelly gekriegt, ne? Oh mein Gott. Alter, der hat seinen Sun auf den CC'n Target gemüßt. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Der Jin trappt hier. Ich glaube, wenn du den wies, Kilmin. Wir kriegen gleich die nächste Platte. Wir sind immer noch am Chill. Oh nein, 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 nein. Ich hab gleich ein Wort. Also okay. Also diesmal scalen wir. Ja, wir werden gegen. Die Niederleg. Go, Niederleg. Ja, aber ich muss die Platte kurz nehmen, dann komm ich. Komm mal. Kriegen wir nicht Soraka? Soraka? Weiß nicht? Was nächstes wählen? Sieben Sekunden. Die wird flashen. Die hat noch. Sexy. Nice. Sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich hab gleich Collector ready. Eine Wave und dann Base, Collector und dann... Fangen wir an, den Probelfist ab anzuwerfen hier unten. Ich bin jetzt auch gleich Six. Was mit nem Bot Dive, wenn der bockt? Ja, aber ich glaube, ich bin hier beim Blue schon. Niederleg ist auch da. Niederleg ist auch da. Das ist nicht. Das ist nicht unser Play. Ich hol Collector. Die sind alle da. Der muss weg, der Casanova. As per usual. Ich weiß nicht, ich hab mein Recall abgebrochen. Bitte nicht. Oh mein Gott. Casanova. Boah. Aber wenn ich auch stay, können wir es sogar spielen. Nein, ich hab 2-2. Jetzt aber Basen. Oh mein. Aber was bin ich denn mit Lane? Oh, nevermind. Okay, war wenigstens ein solider Flash. Er hat überlebt. Nein, wir müssen hier, Kevin. Das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Die spielen mit den verdammten Füßen hier. Das Game ist unlosable. Wait. Ich seh das jetzt erst, dass ich ein Windows aktivieren Watermark hab. Ist der PC vom Lastwagen gefallen oder was? Ich hab kein Windows aktiviert auf dem PC hier. Ach du Liebes. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Okay. Ich würde gern fighten unmöglich. Ich bin jetzt auch gleich 6. Ey, warte noch bis ich 6 bin. Das passiert auf der Wave. Ich geh. Ah, meinst du alles vieles raus. Jetzt. Das war's. Wait, die Trap war ja insane. Ich hab geübt. Ich hab ultra viel Schaden, ne? Also... Ich hab die Frage, ob die wieder alle move'n können. Äh, normal wär halt sehr gut. Ich hab krass die Wave zu denen ein. Nein. Ne. Äh. Äh. Let's go. Kannst du mich jumpen lassen? Wuppala. Ich hätte killen müssen, war aber bad. Da war noch ein Schuss. Okay, ich hab auch nicht gedacht, dass mich das killt. Er war. Er war bad, ja. War, glaub ich, eh nicht der Attempt. Ich hab die Teams. Okay, die sind... Ich geh echt hier ganz kurz zur Hobset. Kam... Äh, Soraka ist auch oben. Wow. Damn. Der hauptst uns komplett. Der Dün. Der war aber auch terrible von mir gespielt, ey. Och, hat der aus... Oioioioioi! Der Jim! Oh mein Gott, der Game is sucking! Oh mein Gott! Was passiert hier?! Rettet dein Leben. Okay. Du bist trotzdem tot. Das kannst du nicht überleben. Okay. Okay. Wie kann ich die W missen? Nein, der klingt wenigstens noch ein Kill. Ohhhh. Was passiert denn hier?! Ohhhh, was passiert denn hier?! Ohhhh, es ist... Steht 5 zu... Äh, 515. Okay, wir müssen jetzt anspannen. Wir haben dieses Mal insane scaling. Wir haben insane scaling. Lass Bot töten. Ja, ja, ja. Ist alles easy. Ich hätt da gar nicht... ...hoch gehen dürfen. Ich hätt aber auch nicht sterben dürfen. Der Bro steht 4-0. Was für ne Maschine. Drake? Ja, ja. Wir sollten nicht weitermachen. Eine Wave, Drake. Buh! Entschuldigung. Tolle. Echo kommt. Echo. Aber warum machen wir denn den Drake nicht? Wir machen den. Wir machen den jetzt. Wir machen den jetzt. Scheiß. No, in der Allergie. Äh. Nein. Wichtiger Shotdown. Break holen. Wenn man siegt, dann wird er weiter. Wait, hier? Nein, nein. Ich hab sie. Nein, nein, nein. Wave, wave, wave. Ach, du bist Mitte. Wave, wave, wave. Wave, wave, wave. Ja, nein, nein. Du hast kommende. Geht, ey. Eigentlich glaub ich hätte die Glocke nehmen sollen. Ich hab fast ein komplettes Entfilet jetzt schon Base. Okay, das ist gut. Dann warten wir noch die Wave und danach haben wir ab. Nein, nein, nein. Oder willst du noch Tower hätten? Vorsicht. Nein, nein. Nice. Wenn ich die erste wieder nicht verkacke. Label. Ja, ich muss die Trap kriegen. Alles gut. Wir haben Drake bekommen werden lassen. Ja, ich denke, ich hau jetzt ab. Der, wenn den vierten Schuss oder irgendwas bekommt, bin ich Toast. Fuck, bro. So weit, Kaul, das war's? Oh, nirgendwo. War so weh? Ja. Oh mein Gott. Okay, es ist ein fucking Disaster. Das ist fine, wenn es die Stimme ist, ist es fine. Ich glaub nicht. Okay, alles gut. Hat er sie? Scheiße, Mann. Okay. Alles easy, alles easy, alles easy. Nicht ganz, was wir wollten, aber wir kriegen auch Bounties hier. Das ist huge. Also wir haben 05 Jungler. Es sind zwei riesige Shutdowns auf der Map. Ja. Der Echo ist halt ein riesen Problem, ne? Point-and-Click-One-Hit ist einfach ein riesen Problem. Aber wir haben Rakan-Ult. Also es ist... Ich wollt grad sagen, wenn ich ulti hab, ist es fine. Ich wollt grad sagen, wenn ich ulti hab, ist es fine. Ja, 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 ja. Du musst gleich nochmal basen für Infinity Edge. Mhm. Sooo. Vorsi, Vorsi, wir haben noch keine Vision. Okay, wir leben. Ja. Ja, die hängen jetzt halt die ganze Zeit unmittelnd rum. Das war das einzige, was die machen müssen, tatsächlich. Die laufen aber sehr oft immer an die Traps rein. Was ist mit dem Top-Lane? Fuck. Ja, 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 mach mal. Ja, ja, mach mal. Das ist halt so nervig, dass ihr ihr gesamtes Team gewinnt, obwohl die alle gegen uns landen. Das ist halt wirklich schwer. Ja, ja, ich versteh das auch nicht, dass wir nirgendwo nen Need bekommen konnten, ne? Ja. Wie kann denn der, 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 der Level 2 flasht auf uns drauf, wat? Alles okay. Alles easy, alles easy. Was ist gute Tryhard Musik? Fearless. Okay. Oh, wenn er den kriegt, das wär absolut insane. Ich ging gleich hinter dir. TP an der Seite. Mann, ich hab die Trap nicht von da gepackt. Hast du das Healing Reduction für die Soraka? Ja, eigentlich solltest du der Brand machen, ne? Ja, da hab ich schlechthin jetzt für dich. Haha. Haha. Oh Gott. Ich dachte wirklich, es wäre nicht schlimmer in dem Game Squishy zu sein als Rakan. Aber jetzt wo die alle so fett sind. Ich fix sie alle. Ich fix sie alle, eh? Let's fucking go, Garnet. Du bist eine Maschine. Holy shit, war Rakan. Let's go. Can win, can win. Fighting. Dragon 30. Der hat keinen Flash der Jhin. Ging leider die Bonte nicht. Wir müssen, glaub ich, nochmal Resetten vordrängen. Was brauche ich als nächstes? Maw. Die sind Full AP. Maw. Und Jhin. Oder Antihiel. Aber, aber Shepard, aber Maw gibt doch auch gut AD Stats, oder nicht? Das stimmt eigentlich. Ja, das ist echt nicht so bad, glaub ich. Luke, also, es ist halt, der Jhin hittet dich jetzt eigentlich nicht direkt. Das ist eigentlich nur Magic, der bestätig killt. Die werden mit Töten nehmen. Oh, Maw ist auch Nerven. Ich glaube, ein bisschen weniger Lethality, aber. Gegen für Drake. Irgendwer hat Topling gerade. Echo. Das ist huge. Wir müssen... Der hat keinen TP, der hat doch gerade eben bei uns TP. Soll ich mit Töten nehmen oder Moven? Ne Mitter. Ne Mitter. Einfach nicht sterben davor. Ja, ja. Der Echo wird jetzt von oben kommen. Ne, ne, Timo ist oben. Jetzt können wir. Irgendwer muss aber Top halten, wenn's geht. Ah, die könnte das denn gar nicht. Ja, die kriegt jetzt zwei Top halt leider. Ich meine, die könnte mir auch Anti-Heal holen. Ja, aber also... Ich meine, wir haben einen Brand. Ah, aber... Ja, ja, ja. Bot-Lane. Wait, der Darius gewinnt das. Ich komme, ich komme, ich komme. Wir gehen da drauf. Woah! Yeah, boy. Yeah, boy. Er hat ihn gepickt. Okay. Also dieser Nerf muss wirklich kommen nächste Woche. What the fuck? Kriegt die Nerf? Nein, aber die Items. Die hat keinen Speer. What? Was passiert denn hier? Ich vergesse immer das Ziel. Ich vergesse immer das Ziel. Es tut mir so leid. Nein, 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 nein. Es ist einfach... Ich vergesse das auch, wenn hier die tausend bewunderte Krips durch die Gegend geworfen werden. Ich muss mich so auf diese scheiß Traps konzentrieren, ne? Sowohl von dir als auch von der Niederley. Die hat mich ja auch komplett weg executed. 4000 Gold. Oh. Obacht, ich bin nicht da. Ich bin nur zu zweit. Ja. Kate wird sogar auch genervt. Okay. Dankeschön. Aber Collectoren, die eh werden nicht genervt, oder? Doch. Ich glaube auch nicht, ey. Doch, 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 doch. Collector verliert 5 Lethality und IE bekommt weniger Crit, was weiß ich. Doch, doch, doch. Werden beide genervt. Doch, 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 doch. Ich geh jetzt Yuntal, ne? Einfach für Max-Damage hier. Jo. Yuntal und dann Doctor Mix. Das, das, der, 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 der Mon war auch ein guter Coll. Du wirst nicht sterben, wenn ich neben dir bin. Das ist, glaube ich... Das ist echt crazy gut, ja. Hätte ich letztes Game auch schon bauen sollen. Es ist, also, das ist aber verrückt, wie... Also, dadurch, dass das so niedrig ist, das Level, ist es legit schwer. Weil das ist eine komplette Fiesta. Oh mein Gott. Wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen. Wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen. Wett. So. Weiter, wir gehen. Ja, es ist halt... Es ist einfach schwer, die Leute einzuschätzen, weil die so random Scheiße machen. Lass enden. Okay, Algorin. Okay, Algorin. Wie ist das, der Brent spielt mit uns? Ich brauche, ich brauche für jeden von den zwei Ordos, ne? Das ist crazy. Das ist echt so unbalanced, ne? Dass sie das nicht gehotfixed haben. Also, das ist so crazy. Vor allem ist der Jin ja auch sehr strong. Ja, der macht auch schon Fischer, aber dieser Headshot Damage ist einfach so disturbing. Ich brauche einen Headshot und einen Q oder eine Ult und einer ist tot. Ich gehe nicht von mir. Look Nidalee. Look Soraka. Look both. Wait. Oh, ich wollte Flash ulten, ich habe gar keine Ult. Wunderbar. Hinter mir ist der Echo. ich habe ich habe mich bewegt aber es war ein bisschen schiff jetzt war nicht da wird ich das war leider nicht ein fehler gute nacht ich konnte jetzt die kälte pack ich will kälte und support spielen kann man kann man ich glaube das ist nicht mehr das ist nicht mehr ich glaube jetzt gerade wo es so broken ist muss man sie einfach spielen glaube ich ich glaube wir können auch double adc bot lane spielen das ist einfach für den stomp ja vielleicht sollten wir das wirklich machen ja so kann ich kann nicht an diese lanes tristana support du hast so recht ich habe du kannst stürmer hat man schon mit einer tristana okay heute wird doch noch ein guter tag ist doch jetzt schon da wir sind fein ich habe sechs items jetzt auch das wird so scheppern der wird so jahr los scheppern es dauert ja dieses inventar ich habe 500 ad ich brauche eine ich aber ich glaube ich brauche ein headshot für die oben mein gott meint ihr meine ult killt die trist die 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 zurake ja weil die hat gerade einen haufen der haufen hp gekauft ich glaube jetzt reicht es nicht mehr ich glaube jetzt reicht es nicht mehr ich glaube jetzt reicht es nicht mehr ich glaube jetzt habe ich ein headshot geladen und 30 bleibt stehen das nicht was ich dir kommt Ja, das sieht sehr balanced aus. Ja, 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 ja. Ja, der Jhin macht leider das ähnliche mit mir. Hol dir den Penta! Jawolle! Let's go! Penta auf die 2! Weg! Oh mein Gott! Ich war so am schwitzeln hier! Ich hatte solche Angst! Das war so ein schweres Game! Also was wir da abbekommen haben war krass! Ich hab einfach alle weggewornt! Das ist so filthy dieser Pick! Holy Shit man! Nice! Doch keine negative Winrate! Let's keep going! Das ist mein Emerald 2 Aufstieg jetzt! Oh Gott ich bin Emerald 4 nach dem Placement! Ja das ist einfach der Draven-Incident! Es tut mir so leid! Ne 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 ne! Oder nicht? Wie bitte? Willst du Catelyn im nächsten Game? Nein dann du spielst sie! Ich will den jetzt abusen! Mexiko ist das Land für die AP Tristaner Support! Hau sie raus! Gib mir die AP Tristaner! Kannst du Jan fragen ob die mir einen Red Bull hochschicken können? Jan ist nicht hier! Der ist unterwegs! Okay okay dann ist gut! Okay Freddy ich muss jetzt einmal ganz kurz die Sprache ändern! Weil sonst krieg ich einen Koller wenn ich die Nachricht noch einmal in meinem Chat lesen muss! Was willst du haben? Klassificatori solo du oder was? Genau das! Wo zur Hölle endet man überhaupt die Sprache? Im Client oder? Du musst raus gehen und dann oben auf den Einstellungen die Leaksprache ändern! Du sollst auf WhatsApp schreiben wenn was ist! Er macht das Setup im Stadion fertig! Ja genau! Das ist so surreal ne! Das Setup im Stadion! Ah ne das ist hier League of Legends! Was hast du drin? Espanol Latam oder? Ja genau! Ah nicht Repair! Reicht das schon? Ja! Da musst du kurz downloaden und dann geht's los! Ah hier Update ja! Das ist so ein Befreiungsschlag das Game gerade ne! Das ist so ein Befreiungsschlag! Wir haben morgen einfach das Eröffnungsspiel gegen das beste Team im Turnier! Most likely! Na also was heißt most likely? Das Eröffnungsspiel! Also die haben einfach die Mutterliga gewonnen! Ach der Eröffnungszeremonie! Ja! Ja die Mutterliga gewonnen! Ich bin ja gespannt! Was für ein Stadion ist gemeint? Das ist in der Ausragungshalle von der Kings League Südamerika! Genau! und das Finale ist dann in dem Fußball WM Stadion! Also Mexikos... Doch, doch das darf man sagen! Doch doch doch! Ihr habt einen Instagram Post gesehen! Doch 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 doch! Ich weiß nicht ob die End Arena announced war! Doch 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 doch! Hä klar die müssen ja auch Tickets dafür verkaufen! Ich bin jetzt ganz kurz mal... Ich bin gleich da aber warte warte ich muss ganz kurz einmal Nasen schnäuzen! Ich hörte nach auf zu reden! Neh mal ganz kurz an hier! Ja, ja, ich bin noch am patchen. Dann bin ich gleich da. Ja, dann ich bin gleich da. Ja. Das wird alles sehr klasse, Chat. Ich habe hier überall Wasserflaschen. Das würde er wahrscheinlich nicht begrüßen, wenn ich hier alles voll mülle. Eine richtige Gamer-Höhle aus seinem Zimmer gemacht, aus Versehen. Ist Mexiko jetzt das neue Madeira? Madeira war noch nie cool. Zeige, wie es ist. Wie ist es, deutsches Team einzuschätzen? Wie hat sich das zusammengesetzt? Da gab es wohl einen Draft. Ich habe da tatsächlich, also da weiß ich auch nicht viel drüber. Es gab einen Draft. Man konnte sich dafür bewerben und auch vorspielen. Aber mehr weiß ich nicht. Da bin ich auch lost. Hi Alex. Oh mein Gott, das ist einfach alles Spanisch. Okay. 20. 45. Okay. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch gar nicht so lange machen. Unser Plan ist auch eigentlich, nicht jeden Tag zu spät anzufangen. Heute war das halt mit der Technik alles sehr, sehr schwer. Die Minibar ist abgesperrt bei mir im Raum. Ja, ich weiß. Ich wollte vorhin auch schon in seine Minibar schauen, was Junis noch so hat. Die ist abgesperrt. Ich wollte mir jetzt gerade was zu trinken klauen. Der hat gesehen, dass du in seinem Zimmer bist. Da bräuchte man ein Schlüsselbüro. Und ich trau mich immer noch nicht ein Handbuch zu nehmen. Ich hab mir gerade Wasser ins Gesicht geworfen. Jetzt ist mein ganzes Gesicht nass. Goddammit. Ja, ja. Aber der hat doch safe genügend, oder? Zimmerservice Hummer bestellen. Ey, Junis hat gesagt, du darfst bestellen. Ja, aber ich kann mir ja schon sein Setup. Ich hab jetzt sauhunger und ich hab saudurst. Ich trinke jetzt einfach einen Proteinshake. Ich geh ja eh noch zum Sport nach dem spielen. Nein, 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 nein. Nach dem Spielen gehen wir essen. Erst zum Sport und dann zum Essen. Was? Wie komm ich denn überhaupt zu euch? Aber du kannst doch jetzt nicht komplett ausgehungert dann Sport machen. Du hast heute noch nichts gegessen, außer um sieben Uhr morgens. Darf ich denn überhaupt hier ins Gym? Ich lebe ja gar nicht hier. Da haben wir auch niemanden erreicht. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt reingehen darf. Mir warm ist. Es ist da 32 Grad, Leute. Hat's. Bist du nicht krank? Nee, ich hab nur eine laufende Nase, Leute. Ich hab nur eine laufende Nase, ja. Und ein Husten. Okay, Kani. Caitlin, Abuse. Ja. Ich will deine Zyra, ich will deine Lux, ich will deine Arpit Astana, okay? Ja, genau so machen wir das jetzt. Die Dominanz. Wir gehen jetzt einfach durch wie Böder her. So was bannen wir dafür? Einfach Nautilus wahrscheinlich, oder? Pike, Sukedöns. Ich nehm' Vladimir raus, weil dat zu scary ist. Das ist mir zu scary. Noch geschädigt von gerade eben. Bist du gar nicht der Sion? Nee. Nee, ich bin Karni Rocoso. Ach, Superior heißt ja... Superior ist ja der Top-Leader. Und Inferior ist der Bot-Leader. Wie geil ist das denn? Ich bin der Supporte. Fucking Superior ist Top-Leader und Inferior ist Bot-Leader. Da fühlst du dich richtig mächtig als Top-Leader auf dem Server. Ich hätte die Sprache schon früher ändern, so ein Chat hat der Exchi recht. Das ist sau lustig, oder? Okay. Caitlin Abuse. Boah, diese Headshots gerade, das macht so Spaß, ne? Das macht ja so Spaß, wenn du diesen Punkt erreichst. Ja, das war bodenlos. Oh, das ist schon der Melfight? Den kriegen wir auch weg. Warte, ich bin gleich wieder da. Pick, was du möchtest, ne? Oh mein Gott, ich will meinen Adekiris zurückgeben, bitte. Oh mein Gott, ihr hört zu. So Leute, danke an Shadowin, Deck, Ray, Drexel, Abstaubar, Mike, 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 Mike. Und die Daddel, willkommen. Warum läuft die Nase in Mexiko? Ne, ich hab ja, ich hatte doch Sodbrennen, wenn ihr euch erinnert. Und was bei dem Sodbrennen passiert ist, ist, dass es die Luftröhre, Luftröhre, also es steigt die Speiseröhre hoch und hat meine Luftröhre angegriffen und meine Atemwege. Und das hat leider dazu geführt, dass ich eine Entzündung der Schleimhäute bekommen habe. Und deswegen läuft seit circa zwei Wochen ununterbrochen meine Nase. Das ist saunervig. Also das ist wirklich saunervig. Aber kann ich leider nichts gegen machen. Auch danke euch für die ganzen Saufseregeti, Sombrero, die Socke, der Deliquid Donut. Willkommen. Kann man den Skin kaufen? Ich hab keine Ahnung. Das sind sehr, sehr juicete Accounts, die hier. Da hast du fast jeden Skin. Die Magensäure steigt auf, nicht die Speiseröhre. Die Magensäure steigt die Speiseröhre auf. Ja, genau. Das sind vier Wochen. Nee, das sind zwei. Also ich hab jetzt, ich mein, jetzt wo ich weniger esse und Sport mache, hab ich das Gefühl, dass ich sehr viel gesünder werde und ich kann mich mehr bewegen und es fühlt sich wieder besser an. Aber ich hab halt immer noch eine Menge Altlasten, wisst ihr ja, leider. Musst du jetzt damit leben oder wann soll das besser werden? Das wird besser, wenn ich dünner werde. Ja. Meine Krankheiten sind alle, weil ich fett bin. Das ist bitter. Aber, Leute, das tut weh, dass man sich das auch eingestehen muss. Ich mein, früher, ich war auch schon früher fett, aber wenn du jünger bist, dann hast du halt noch nicht diese Probleme bisher. Sondern ich hab die Probleme, weil ich fett und alt bin. Ja. Auch das mit den Stimmbändern. Auch das mit den Stimmbändern. Das kommt durchs Sodbrennen, kommt das. Ja. Wie schwer bist du? Ich wieg 120 Kilo wiegig aktuell, auf zwei Meter Körpergröße. So. Bro, ich bin dünn und alt und hab auch Beschwerden en masse. Ja, also bei mir, nicht jeder hat Beschwerden, weil er fett ist. Aber es ist tatsächlich was und ich finde, da darf man auch drüber reden. Fett zu sein, obese zu sein, ist unfassbar schädlich für euch und euren Körper und führt zu wahnsinnig vielen Beschwerden, gerade wenn ihr älter werdet. Und das ist was, was ich gerade abbekomme und man muss was dagegen tun, man kann was dagegen tun. Genau. Und ich kann es jedem nur empfehlen, an sich zu arbeiten und abzunehmen. Ja. Mir geht's dem Ohr. Das ist während dem Flug, ist das weggegangen. Der hat's einmal so richtig laut plopp gemacht und dann ist das weggegangen. Würdest du für deine Gesundheit auf Streaming verzichten? Black Red Dogs, danke dir für den Sub. Willkommen. Darf man das heute so sagen? Ich glaube, wenn du fett bist, darfst du das sagen, ja. Allgemein, ich finde, das ist was, Leute, warum würde man das nicht sagen dürfen? Das ist doch was, du kannst jeden Arzt fragen. Wenn du fett bist, ist das schlecht für dich. Fett sein suckt. Das darf man doch ansprechen. Warum nicht? Warum zur Hölle sollte man das nicht ansprechen? Es ist absolut nicht erstrebenswert, fett zu sein. Und danke an Black Inferno für den Support. Willkommen. Ich finde, ganz im Gegenteil, das ist was du solltest ansprechen. Das ist, natürlich sollst du Leute nicht in die Pfanne hauen und beleidigen, aber du solltest offen drüber reden können, dass fett sein scheiße ist. Vladimir. Außer du bist Sumoringer. Leute, Sumoringer haben so krank viele Muskeln unter ihrem Fett. Das ist so crazy, was das für Maschinen sind, Sumoringer. Ich glaube, viele Leute unterschätzen das. Das ist ein Sumoringer trainieren so hart und trotzdem ist es sehr ungesund und trotzdem sind die Karrieren kurz. Krankes Training und sehr, sehr dick, aber das ist crazy, wie stark die sind. An sich leben die gesund. Die essen bloß wahnsinnig viele Kalorien, weil sie die Körpermasse brauchen. Aber ja, also Sumoringer sind crazy trainiert. Das ist so krank, was die für, ich habe da eine Doku auf YouTube gesehen. Das ist so verrückt, wie die trainieren. Danke an Showmaster für den Support. Willkommen. So. Sumoringer und Strongman Heimgrissimus. Schaut euch mal den Eddie Hall an, zum Beispiel. Das ist, also der Eddie Hall ist der, der war, der stärkste Mann der Welt. So. Und der Kerl, also der sieht aus wie ein Fettsack, wenn du den siehst, in normaler Kleidung. Klar, wenn du ihn oberkörperfrei siehst, sieht er vielleicht nicht aus wie ein Fettsack. So. Aber wenn du den in normaler Kleidung siehst, sieht er schon ein bisschen aus wie ein Fettsack. Vor allem, wenn er nicht in seiner Trainings, also die haben ja so Phasen, so Massephase, wo sie trainieren und dann Wettkampfphase, ne. Oder Brian Shaw zum Beispiel. Aber, Mate, die können LKWs ziehen. Mit ihrem Hoden. Wisst ihr ja, solche Kaliber sind das. So. Danke an Maxi, Meter für den Support. Willkommen. Es ist Wahnsinn. Also, was die für eine Dedication für ihren Körper haben müssen. Wenn du zwölf Mahlzeiten am Tag 10.000 Kalorien plus isst, ne. Das ist so beeindruckend. Das ist echt beeindruckend. Also. Ist aber auch ein Fulltime-Job. Ja, ja. Das kannst du sonst nicht machen. Das ist so heftig. Wir schmecken die Fischtages in Mexiko. Ich habe bis jetzt eine mexikanische Mahlzeit gehabt und das war Fühnchen-Kratin. Das war nicht so geil, ehrlicherweise. Ich habe es auf Instagram gepostet. Ich fand es nicht so geil, persönlich. Haftor Björnsen, der Mountain ist am krassesten. Ja, aber der ist, der ist sehr viel definierter wie andere Strongmans. Also der hat, also der ist schon krass. Ja. Der ist schon, der ist auch eine Unit. Du musst viel trinken, das hilft also Wasser. Ja, ich habe alle Wasserflaschen, die hier sind. Ich habe leider, das ist ja nicht mein Hotelzimmer. Ich habe alles getrunken, was da ist, Leute. Also wirklich alles, was da ist. Ist aggro nicht auch ein Strongman? Okay, nächstes Game, let's go. It's Caitlyn time, baby. Let's headshot some fools. Jetzt werden wieder fünf Squishies, ne? Oh ja, die werden so leiden, let's fucking go. Vielleicht hätte ich hier Grenzen gehen sollen. Habe ich auch mit dem Jett überlegt, aber wir haben Movement. Wir werden von nichts getroffen. Die famous last words. Und meine FPS sind gerade auf 50 runtergedroppt. Warum? Das ist alles noch ein bisschen scuffed, aber es wird die nächsten Tage besser. Das ist überhaupt kein Problem. Wait, ich habe plötzlich nur noch 50 FPS, vor allem waren es nächsten 70. Joa, wird schon passen. Oh. Oh. Hm. Du. Hm. Es ist jetzt 15 Uhr. Wie viel Uhr ist es in Deutschland? Elf ungefähr. Elf schon? Das ist crazy, oder? Das ist so crazy. Ich kriege meine FPS nicht mehr hören. Bei uns ist richtig schön die Sonne draußen. Wir könnten uns da noch nachher schön bei Sonne essen gehen. Das ist crazy. Mann. Aber da musst du jetzt irgendein Fehler sein. Ich kann doch nicht stuck bei 50 FPS jetzt plötzlich sein. Kann schon sein, ja. Aber es ist, also die besseren PCs kommen ja noch. Oder die besseren Monitor. It's gonna be okay. voll cool start. Das hat normal, ja, ne? Äh, in der Lane würde ich... Ja, ich weiß es nicht. Okay, voll drauf, oder? Ja. Wir bullen die komplett, oder? Und die Heal, die haben nicht mal Heal. Das Game Over, und die Länen. Und den Dive Manor State. Double ADC Botlane-Spieler. Und jetzt sind wir auch welche. Ich meine, wir wollen gewinnen. Also... Das hat Mexiko mit uns gemacht. Er ist schlecht gelastet. Ich halte mal hier den. Oh nein. As-que-quente! Das war sehr... Nee. Ich wollte gerade sagen, er hat 5 Millions, aber das ist auch noch 7. Ich habe nicht gelastet, oder? Nur herrest. Wenn der Jungler jetzt Botkommt, sind wir halt fucked, ne? Oh, die haben meine Traps ausgelöst. Fast? Okay. Der Outplanned. Ich lasse es nicht, bro. Wir haben auch schon die erste Platte gleich. Mhm. Kannst du... Nimmst du den Mini, oder? Oh mein Gott. Hab ich doch. Huch. Hä? Wait, warum habe ich die nicht gesherrt? Ja, weil du ein Wege hinter hast. Das ist kein Stack mehr. Oh. Wait, echt? Ich dachte, die hätte neu gehabt. Egal. Echo ist topside. Oh mein Gott, als ob das in Range war. Oh mein Gott, die sind so long, Cardi. Ja, ich sehe schon, wir werden diejenigen sein, die sterben. Ja. Ja, ja, ja. It's a bot to happen. Nein, gar nicht. Hast du noch Flash? Die haben wir noch nie Gneiten, ne? Ich habe Heal. Ich pre-heal einfach. Pre-heal? Nein. Ja, der Wett hat gereicht, ne? Aber es ist okay, oder? Also, wir haben ja schon eine Platte, er hat 8 CS. Ich glaube, es ist okay. Ja. Ja, ist echt fun. Ich spiele einfach ultra-kassil. Wait, die hat das gar nicht auf mich geworfen. Gehst du den? My man. Ich wollte ihr beiden nicht flashen, ich habe extra früh geflasht wegen Ping und dann hat sie das gar nicht auf mich geworfen. Nach dem Game nicht... Ah, okay. Okay. Wir sollen nach dem Game nicht queuen, dann bekommst du Besuch. Okay. Wait, kommst du da vorbei? Nee, nee, ich bin jetzt im Airbnb. Ich werde bei euch zuschauen, aber das laufe ich jetzt nicht. Stimmt, der Titel muss Maxi-Q heißen. Du hast komplett recht. V-Sync an. Ja, das kann ich jetzt leider nicht mehr sehen. Nee, aber ich glaube, das ist das hier. In den letzten Games hatte ich ja auch 75 FPS konstant. Ich weiß nicht, warum ich jetzt 25 FPS verloren habe. Ich glaube, wir pushen die weiter und caressen die richtig. Ui. Wir sind so viel stärker als die. Das ist von unserer Team, die sieht auch nicht so schäbig aus. Nein, das gibt's nicht, Mann. Wenn ich da die volle Komma treffe, ist er einfach tot. Oh, nein. Brenn. Ich bin nicht. Ich habe auch keinen Heal, aber... Oh, ich bin auch noch tot. Okay, wir brauchen Worts. Ich habe eigentlich nur noch zwei Worts. Ich habe den Hawkshot so geschossen, dass ich ihn nicht gespottet habe, oder was? Ja. Scheiße. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Für Double AD Carry kriegt man Minus FPS jetzt geholt. Ist echt so. Das ist richtig gut, ja. Wegen Sprachenwechsel, ja, aber Spanisch, also wie macht das Sinn? Ich habe jetzt auch Spanisch und deswegen werden mir jetzt 20 FPS weggetext. Ja, ganz normal. Weil es so aufwendig ist, oder was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann musst du raus und wieder rein, tappen mit Alltap. Das habe ich eigentlich schon ein paar Mal gemacht. Das hilft leider nichts. Im letzten Jahr haben wir auch schlecht angefangen. Dann hinten raus, haben wir die abgeholt. Oh, oh. Ist der Einzige, der nicht fett werden darf, ist der Jax. Im Grad Dragon gemacht. Hm, aber Echo Sound Blue. Vorsicht. Der könnte trotzdem noch kommen, ne? Jaaaaaa. Vorsicht, Stan. Ach, Mann. Wir börsen ihn, wir börsen ihn. Was denn nicht? Wir börsen ihn nicht. Stassen, Solo. Uno. Uno. Wir müssen einfach deeper worden gehen. Zeitfenster, wo wir halt harassen, müssen wir halt nutzen, um Dieb zu worden. Ich habe auch gleich wieder welche. Nice. Oh, sick. Sehr, 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 sehr gut. Nehmen wir die Platte? Ja, oder? Wäre WF für mich. Müssen wir sie allein haben? Ne, freu' ich nicht. Der Action brauche ich schon. Okay. War's zu spät. Let's wait. Gimme, gimme Wort. Du bist das Game von Randlos. Chat, mein Game ist ganz schön noch von Randlos. Wie gesagt, ist es jetzt einfach nur durch den Patch passiert. Ist die Frage, drehe ich jetzt die Klimaanlage wieder auf, weil der Raum stinkt natürlich wie Scheiße jetzt. Ich sitze hier in einem unklimatisierten Raum und bin am Schwitzen. Und das ist nicht mein Zimmer. Er wollte es ja so kühl haben. Also ich würde es wahrscheinlich echt wieder hochdrehen. Soll ich das wieder hochdrehen? Ja, ja. Also er hat es so eingestellt. Anscheinend. Scheiße. Muss ich beim nächsten Tod. Der hat es auf wie viel Grad hat es? Auf 15, ne? Ich weiß es nicht. Ich sag dir mal. Also es war sehr, sehr niedrig. 15 Grad. Ich habe gleich Arrow. Also ich habe Black Shield. Wir können mal testen, ob sie reagieren kann. Ja, mach. Jetzt füllen wir in die Reine, Bösche. Perfekt. Sie hätten reagiert. Boah, ist einfach Hard Losing. Ja gut, das war natürlich auch komplett gegrieft. Ja, also. Ja, ja, ja. Ja, wir brauchen, wir brauchen einen Arrow in der Trap. Dann one-shotten wir einfach jemanden und Falle weg. Ja, 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 genau. Das Game sieht schon wieder, es steht schon wieder auf 14. Oh mein Gott, gar nie. Ja, tut mir fair, sind wir diesmal 6 Tode von den 10. Ich mach kurz die Klima an. Ja, 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 ja. Okay, ich bin da, ich bin da. Nehmen wir noch's, Junge. Ah, das Black Shield ist dafür ja auch giga erneueng. Ah, ich bin einfach tot. Ich bin kümmerter hinten. Aber du hast sie. Hab ich? Ja. Oh, Sonja. Ich hätte laufen sollen, hä? Egal, es warf. Ich habe Collector jetzt. Ich habe jetzt wieder Arrow. Okay, Kani, wir müssen, also, das kann doch nicht sein. Wir sind schon wieder am Runterlaufen. Das kann doch nicht sein, Bro. Jetzt, wir sind Duo-Botlane. Die stärkste Kombination aktuell. Ich habe jetzt Collector, ich habe Collector. Jetzt, jetzt Thrill. Die haben auch alle Thumbs raus, glaube ich. Welchen Rang hat Kani in EO West? Ja, Kani, Leute. Kani. Das ist geil, oder? Ich weiß das nicht, oder? Warum heißt man nicht Kani? Weil das terrible klingt? Warum würde man Kani heißen wollen? Das ist ein Arrow? Was ist das? Völlig illegal. Assfaker. Wenn du dir davor so einen Fork schießt, ist es ein bisschen schwieriger zu dutschen. Okay, aber der spanische Announcer ist einfach hot as fuck, die Stimme. Der Mock ist wahrscheinlich oben, ne? Oh, mein Gott. Äh, ja, sie ist mit. Die Mord ist halt am Kommen. Du musst dich schon zone gehen und hiten. Und Sloan. Mhm. Ja. Hat sie überhaupt Ulti? Wahrscheinlich. Okay, Blacksheet ist raus. Okay, ich nehme unten mal die Danks. Der wird mit Ult kommen, der Gen. Kann ich den Tötchen nehmen? Nein. Also, wenn er kommt, hitte ich ihn einfach. Mhm. Hast du Arrow für ihn, weil er ultet? Acht Sekunden, acht Sekunden erst. Ich brauche noch eine Wave, brauchen wir noch für den Töt. Oh, hier ist die Morgana. Okay, beiden den gemisst. Also, raus. Der Echo war leider auch da. Ah! Wenn der Shaco einfach zu mir kommt, triple killen wir die da. Zwei, zwei. Anstatt den Dragon allein anzufangen. Hat er den Drag gekriegt? Nein. Super. Wir haben ein krass gescanert mit Weiger auf Später. Arrow für die? Ja, gehen wir jetzt hoch einfach. Herweigott. Hast du, das ist nicht so, wenn ich noch ein Arrow für die? Wir haben das. Wir haben das. Ich bin jetzt schon sehr strong. Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Können wir hier einfach killen? Das ist ja gleich Infinity Edge. Und dann geht's ab. Und dann geht's. Das ist... Okay. ein bisschen der hauptzug von denen muss ich ganz ehrlich sagen ich könnte den hier killen die mark unser jungler ist level 8 man hört ich gerade nicht das ist ja komplett es ist auch keiner afk nevermind mexican stand up baby hallo hallo check 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 ja hallo ich bin wieder da er mein mic fällt anscheinend ab und an mal aus vielleicht kriegen wir auch ein turret das set-up ist so fucking scuffed ist es crazy ist alles gut alles gut wait warum sind hier zwei mega blast cones genau nebeneinander das passiert weil der chip nicht mehr passiert ist ich habe es findet ihr es ist game over ok was baue ich hier für ein item ist jetzt die frage nachher will dir so sonja also wir verlieren halt alles auf der map also die ganze karte brennt lichterloch der bohrte da so top mann fuck naja es ist nein mann es ist absolut das krank ok wir haben dat wir haben dat karte wir haben dat ich weiß nicht mehr was ich sagen soll das ist doch krank die erste vorhanden da war mann pin rein hier die erste vorhanden ja 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 oh gott ich glaube wir bräuchten wenn sowas wie rakan hätten du mich freischaufeln kannst vor dem gefielten echo und jacks dann geht er mehr genau der rakan hat da gut funktioniert vorhin egal ich bin ich bin trotzdem noch sehr strong oder flash oder oder nice und giga strong schon seit die frage was ich hier baue die geht am 0 amor mann mann ey warum haben wir denn immer die kompletten clowns im team das kann doch nicht sein morgana q ist glaube ich der der spell am leichtesten zu side step und ich kicke das nicht hin hier mit den 50 fps und den 50 bing das ist so fucking dumm ok ich komme auch top i guess dann machen wir um play 5 mit kannst der kann nicht mal seinen aid stellen das ist doch nicht wahr der kann nicht mal seinen cage stellen ja wer hat schon wow kann man kann man kann man big 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 fiesta boys hey vega du und ich mittel wird gepusht ja der djinn hat keinen arrow wahrscheinlich eine bounty top wann ist nächster arrow 30 erst leider 20 das ist gut wir sind erstmal kurz ein bisschen chillen hier glaube ich ey der baited safe oder da kommt gleich ein echo irgendwo her warte mal warte mal hawk in 6 arrow in 9 mhm ich glaube der wird einfach recallen hier da kannst du vielleicht arrow in amorg maybe ja der black shield das gibt's doch nicht naja es ist einfach nicht spielbar mit dem Ding ich sag dir wie das ne ne es ist unplayable nein wie kann man denn den langsamsten skillshot im game nicht dodgen können denn es ist unplayable das game das fühlt sich aber auch nicht an das fühlt sich an als hättest du 400 ms plus ja 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 das ist terrible also 50 ms ist doch nicht schlimm ne ich weiß auch nicht ich kann nicht mal einen basic spell kann ich nicht mal dodgen ich muss einfach jedenfalls wie so ein siege tank spielen das ist crazy ich bin einfach so ein richtiger siege tank ok den haben wir mhm wir müssen einmal kurz zurück 5 of arrow wir können halt irgendwie noch holen gar nicht irgendwie ok er ist in die trap gelatscht und es reicht trotzdem oh der jacks ist ähm die spielen auch super bad es muss winnable sein aber wir haben 2 hnbs weg kannst du den ewig slown mhm ne vorsichtig ne leider nicht geht dir in die trap wir müssen jetzt groupen ok wir machen 1000 gold auf der kamille bekriegt ich kann das nicht beschreiben das fühlt sich so komisch an da fühlt sich an ne die monitore sind super schlecht das kann nicht an den monitoren liegen doch weil die so ne grotzige refresh rate haben ja die haben irgendwie 0,5 sekunden refresh rate ne macht das so n unterschied ja anscheinend also ich sehe legit wenn ich die die vision plant auslöse kann ich kann ich mit zählen in welchen frames sie nach vorne fliegt da 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 oh mein gawd strong oh mein gawd vorsichtig 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 den haben wir aber doch jetzt oder 0,5 sekunden das sind 500er die hat 0,5 hat er gesagt ne ja 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 er hat gesagt 0,5 das ist das beste was sie haben das ist der schlechteste der schlechteste monitor den es gibt das ist das bedeutet das wirklich dass du 500 ms hast oder was ne oder bedeutet das das wirklich also dass du 5 also ich das du praktisch also 500 ms hast das könnte das würde sinn machen weil so fühlt sich das letztendlich an 0,5 sekunden ist gleich 500 ms schreiben bei mir ja so fühlt sich das letztendlich an also es fühlt sich absolut unplevel und du kannst nichts sehen du siehst gar nicht maybe oben der djinn ja schoner hit ja die spielen halt auch so shit man wir können das holen gar nicht komm komm konstation wir haben das ich bin so strong schon ein guter fight ein guter penta was kaufe ich jetzt hier überhaupt noch cooldown reduction ja das ich wollte gerade sagen irgendwo nur ability hast ne cooldown reduction so viel wie geht die waren wahrscheinlich nash die g ne was mit dem hier unten hast du arrow ich komm äh 3 sekunden 3 sekunden ich schmeiß den arrow ja scheiße mal gesagt auf dich alter dein damage das ist wirklich nash alter der typ ist sogar ein level über dir ja ihr müsst da raus ihr dürft gar keinen versterben ja ich hab mein ich hab jetzt vier items aber die werden seelenesche mit drei in apse ich brauch doch bt ich brauch jetzt noch bt dann ist sehr buy the bull glaub ich Wo sterben wir da unten? Natürlich sterben wir Was mit dem? Eon hat geultet Ja wir sind doch zu zweit Strong Das ist eine fucking Maschine auf Catelyn mittlerweile Ja aber es bringt nicht viel Also ein Headshot, One-Hitted jetzt Da ist die Seele Seele Nash mit Triple Open In-Hift Das ist die Comfort Zone Wir müssen halt instant fighten, also das Game Ok der Arrow ist leider schon mal gone Ok Ok wir leben Ja wir können halten so Aber ich weiß nicht Doch 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 der Vega muss nur cageen Dann kann der Jax nichts machen Wenn er so viele Minions halt Ok jetzt halt nicht die Minions cageen Ab morgen wieder guter Setup Ja ich hoffs Ich hoffs Ich hoffs Schön Oh mein Gott In 8 Sekunden kann ich arrow'n In 8 Sekunden kann ich arrow'n Strong 238 Oro brauche ich Oh der Jinn Arrow Alter ist der Sheiko useless Holy fuck Der hat 1 Item Der hat 1 Item Ja schau dir mal unsere ganzen Teammates an Die sind alle useless Alle Weil die sind komplett useless Hier unten Ah Wir sind komplett alleine Arrow'n 20 Die Camille ist vielleicht noch ok Arrow'n 15 Ja die müssen halt eigentlich nur alle auf mich dropflashen Das Game over Ich kann ja mit dem Ping Ich kann einfach nicht reagieren Es geht einfach nicht Jetzt habe ich wieder 75 FPS What happened? Vorsicht Ok das geht nicht rein Bitte geht nicht rein Bitte geht nicht rein El Pomolino Ich brauche ich kann Oh mein Gott Please Ja ist ok es sind keine Projectives ab Unsere In-Nim Siles I guess Oh mein Gott die ist auch rot Die wurde vom Jinn In 1v1 Ok Freddy dann Pack jetzt mal die Montage aus Jax kommt oben wenn er fällt Auch ja Nice der muss 1 HP sein der Kollege Lass Jax oben killen Arrow? Ja der war komplett shit Ja der war komplett shit Unser Mitten Ja ne Mitten bot Müssen den Boden killen wenn es geht Genultin Echo kommt Ja 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 Die Flaschen alle Die Flaschen einfach alle in dich rein und pop Könnt ihr das irgendwie gewinnen? Nice Actually Maybe Sind alle tot sogar Was? Was? Okay We live To fight another day Aber die haben triple Äh nicht triple Toplane haben wir noch ne Inde wenn ihr den defendet Das Problem ist der Nash halt Also wenn die Nash kriegen Wir können halt nicht halten Ziemlich sicher Ja Mein Gott Wie kannst du CSen mit der Scheiße? Es ist hart Es ist super super hart Aber ich glaub also Ich glaub einfach alle legen In dem Äh auch hier Ich glaub einfach alle legen Möglich Möglich Ich kann jetzt noch meine Boots upgraden irgendwann und that's it 20 Sekunden Nash Ja wir müssen Ja wir müssen Jonas tot Kein Echo Flash Ja wir müssen den fighten Auch wenn wir den unter zwei fighten Vorsicht Vorsicht Nein Bro Warum? Scheiße Das Game oder? Ich glaub wir können für den gehen Ich hätt nicht Ich hätt rausgehen müssen Das 100% Game Ja Alter Ah Junge What the fuck Ey Das sind Chunky Games Muss ich sagen Das sind Chunky Games Äh Heilige Scheiße GG wie blöd Junge 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 Damn äh Wir haben schon 3 Losers Holy shit Das ist echt fucking rough That is so bad Oh Ah ich einfach 3-3 Das ist echt einer der Rocksten Starts die ich hier gesehen hab Ja Ja Boah Ja du bekommst das Besuch oder? Ich weiß es nicht Ist halt so Boah der ist Ne Ab 15.26 Denkst du wir schaffen noch eins? Wenn 16 Uhr Klar schaffen wir noch eins Let's go Okay dann rein Boah Ne aufs Rock Also das ist also Eui 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 Also ich weiß nicht Die Games sind so schwer Weil die so Also das Level ist so unfassbar niedrig Ja 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 Das ist crazy Die spielen wirklich wie Bronze in EU West Viele von denen Und da hast du manche halt dabei Die spielen halt okay Und die haben dann so Skillcheck Champions So point and click Das ist so verrückt Ja die ganzen Echos fucken extrem ab Tatsächlich Ich mein der Weiger Das war ja völlig verrückt wie der gespielt hat Oder auch der Shako Das ist ein Diamond 4 Support man okay Egal Wir bilden nur ein bisschen Hype ab Okay Jetzt aber wirklich Jetzt aber wirklich der Climb Boah Leute Diese Games sind so unfassbar hart zu spielen Also das ist echt verrückt wie hart die sind Like Ich geb hier Ich geb mir wirklich Mühe Aber ey Du bist halt jedes Game alleine So stelle ich mir Articary in Bronze vor Dass du halt einfach verkauft wirst Keiner gibt nen Fuck Die peel nicht Die stellen keinen CC um dich rum Die lassen dich einfach verrecken Und machen irgendwas Na I see the noob Dann der Wheelchair Wodka Und Seenohai ist mit dabei Äh Aber wir müssten die trotzdem carryen Da will ich auch ehrlich sein Also ich würde mich das schon auch in die Schuld nehmen Ich spiel nicht gut genug gerade Ey Jetlag Tag Gerade angekommen Setup Angewöhnen Wisst ihr Ab morgen geht's Warte mal kurz Ja hallo Ach so seid ihr doch schon da Oh da muss ich keine Kurs Kommen sie rein Kommen sie rein Okay Leute Alt Kani Es gibt Kurse Unterbrechungen So Hast du Besuch Nein Tretet sie ein Jawoll Was Jesus Wo hast du den geilen Sombrero her Habe ich gerade gekauft und abgezogen Aber ich habe den trotzdem gezahlt Den hat er gekostet Also Ich glaube ich habe jetzt 35 Euro gezahlt Aber Guck mal ich sag 35 Euro 35 Euro Ja guck mal der hat 500 600 Pesos gekostet Ja sieht der geil aus Und weiter hätte er 400 Pesos gekostet Das hat man ein bisschen gehandelt wenigstens Ja der hat erstmal 800 Pesos gesagt Du wurdest so ausgenommen Du wurdest so aus Ich weiß gar nicht Wir bräuchten Stühle eigentlich Nein nein Also ich bin gerade live Ja Du bist noch live Ja klar Setzen sie sich zu mir Berichtet vom Training Du ihr braucht Ihr müsst näher ans Mikro ran wahrscheinlich Weil das ist so ein bisschen Ja Ja Passt das so Ja das fühlt sich sehr gut an Ja Fühlt sich sehr gut an Ja ja sehr sehr gut so Genau also der Mode zu Ich sage auf jeden Fall Aber erzähl mich Ich frage das jetzt auch noch Warte da müde ich mich Ich war im Training Ich war im Training Und ich war schon in der Halle Und wie war die Halle Die Halle ist sensationell geil Wie viele Leute passen da rein? Gute Frage Nächste Frage 5600 würde ich sagen Ja 5600 Das sind ja die kleinen Arjen erstmal Wer sind die denn? Achso jetzt sollte ich vielleicht erstmal vorstellen Also wir haben hier Haben wir den guten alten Moritz Leitner Fußballer Was? Altform Die Altform Die Alt Ja Alt ne Du bist ja auch schon Du bist ja nicht mehr der Jüngste Weißt du Das ist das Ja man muss ja auch mal ein bisschen dran denken Dann langsam Und hier Den größten TikToker Deutschlands Younes meine Damen und Herren Musikleiter Ja Ja Wenn du auf sich bist Dann gibt's natürlich Aber hey Erstmal ganz kurz Leute schreiben mir Der Sombrero Das sieht actually Also ich will jetzt nichts fragen Aber das sieht mehr nach einem Touristen-Scam-Sombrero aus oder? Das ist doch kein echter Sombrero oder? Ja Glaubt ihr Glaubt ihr Also ist der Sombrero Ist der Sombrero für Denkt ihr der ist 40 Euro wert? Der sieht handgebracht aus Der sieht doch nicht handgebracht aus Schau doch mal Was ist das? Der Sombrero Ich glaube auf Porta Ventura Da gab es auch so einen Laden Wo sie dich gescammt haben als Tourist Und dann sind wir Zu einem Laden drei weitergegangen Und dieselbe Verkäuferin Die uns beim ersten Laden betrogen hat Kam dann durch so eine Kanalisation aus der Hintertüre raus Das war nicht unangenehm Das war sehr unangenehm Ja Für dich oder für sie? Für mich war das sehr unangenehm Ja aber auf jeden Fall Training Ja erzähl Training war top Die anderen Mannschaften waren auch da Kennst du Jeremy Lynch? Natürlich nicht Jeremy Lynch Kennst du Jeremy Lynch Also für die Die Leute die sich im Fußball auskennen Damals das berühmte Video 2009 mit Cristiano Ronaldo Als er hoch Also damals YouTube noch neu Er postet ein Video Er hielt mit Cristiano Ronaldo hoch Als er noch bei Manchester United gespielt hat Ist das ein Influencer praktisch? Oder ist das ein Fußballprofi? Er war auch Er hat auch bei der englischen Nationalmannschaft gespielt Er macht auf jeden Fall viel Content mit Profi-Fußballern und so Und Tricks und alles Kann man dich hören aus der Distanz? Haben sie Tacos mitgebracht? Nee, habt ihr was zu essen mitgebracht? Boah Ich hab Hunger Wir haben hier ein bisschen Wasser Aber Nee ich hab mal Ich hab circa All deine Getränke hab ich aufgetrunken Ehrlich? Ja Aber die Mini war abgeschlossen Die Mini war abgeschlossen? Ja die war abgeschlossen Da war ein Fischer Ich hab's noch zufällig rausgefunden Ist das Moritz Leitner? Ja das ist Moritz Leitner Ja Erzähl mal was über dich Was hast du so gemacht? Gerade? Oder so davor Weißt du so Aber hast du gegen den Ball getreten? Ja Man kennt ihn aus dem Fußball theoretisch Ja Theoretisch Ja Und äh Immer noch gegen den Ball getreten Jetzt mal schauen was passiert Vielleicht Er hat gesagt er trainiert Er trainiert einmal mit mir Ne Also Wettessen haben wir ausgemacht Ja Wettessen Tequila Tasting Tequila Tasting Tequila Tasting Hier in Mexiko Kommst du mit? Boah aber erst nach dem Spiel Bin ich raus Digga Nein 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 Also wir machen das vor dem Spiel Football Session Ja Und äh Soccer Session für mich Du willst League spielen? Hast du schon League spielen? Ich will Ich äh Will's versuchen Ich hab noch nicht gemacht Ne 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 Noch nicht Kein Legger Session Kein Legger Session Hast du schon gespielt? Nein Habt ihr irgendwelche Videospiele schon gespielt? Ähm Is Call of Duty Videospiel? Ja natürlich Also ich bin an der Kontrolle gespielt Ja Fortnite und FIFA So das Standard so glaube ich So weißt du Fortnite und FIFA Da ist ein bisschen Klischee jetzt ne? Ja herrlich Klischee Du bist jetzt schon Klischee Ja Ja Also ein guter Spieler Also da ist nichts dagegen FIFA ist nicht ganz so geil Ich fand mich immer Ja weil die Also das kommt ja jedes Jahr neu raus Ja Und man wird schon ein bisschen gemolken Von EA Also will ich jetzt nicht sagen Ja aber ich finde Du weil du es nicht kannst Man muss auch dazu sagen Guck mal wenn du Ich kann es wirklich nicht ne Also da ist es ein Terrible Aber hör mal zu Frenny Frenny Guck mal wenn du abends so mit deinen Kollegen So zu Hause bist weißt du Und dann so ne FIFA Runde so Das ja weißt du Das stört Freundschaften Und das ist das geile bei FIFA Ja FIFA zerstört Freundschaften Aber bist du richtig gut in FIFA dann so? Ich habe schon lange mit mir gespielt Früher war ich ganz okay Ja Aber ich habe echt schon lange mit mir gespielt Deswegen jetzt fange ich an bei dir Ja ein bisschen Liga vielleicht Das ist ein gutes Spiel Trainingslager Also wenn es dann auch irgendwann mal so in einem Jahrzehnt oder so mit Fußball nicht mehr läuft Die Liga bleibt immer da Ja Darf man nicht vergessen Wie war eigentlich dein Flug? Wie geht es dir? Wir reden hier bei uns aber wie geht es dir? Ja ich will ja über dich Wie geht es dem Team? Das ist die erste Frage Ihr spielt ja morgen gegen den Titelfavoriten Boah Leute Die beste Mannschaft von der Keks League Ja Wie war es denn die bekam? Ich habe gedacht Dein Team ist die beste Mannschaft Also Er ist nicht konfident Leute Ich habe vorhin dieselbe Frage schon mal gestellt Er ist nicht konfident Das geile ist Ich muss wirklich sagen Es gibt nichts geileres Wie das Eröffnungsspiel Ja Gegen die angeblich beste Mannschaft zu haben Die haben ja jetzt die Liga gewonnen Weißt du? Die spanische Liga Aber wie gut ist die Spanische? Die Spanische Liga Ja Also Spanien Ich war ja einmal vor Ort dort Ja Hast du zugeguckt wie die spielen? Ich habe zugeguckt Sogar Queens League Es gibt ja sogar noch Queens League Ja Weißt du? Sogar die Frauen Die spielen richtig krass Ich sehe nur Eine kriegt eine Flanke Die eine Brustablage Du bist nicht so konfident Nachdem ich das hier höre Hörst dazu Brustablage Und die andere schießt Papp Winkeltor Krass Also die spielen wirklich krass Richtig richtig krass Aber ihr spielt gegen die Männer Ich spielt gegen die Männer Ja ja Also die Frauen Wären schon Eine Kragenweite zu groß Nein Ich muss ja sagen Die Frauen spielen wirklich sehr sehr gut Weißt du? Es ist ja dieses Frauenfußball ist mittlerweile doch auch riesig oder? Selbst in Deutschland Also die Ich bin immer mehr Die deutsche EMM Haben doch super viele verfolgt Bei der Frauen-Nationalmannschaft Ich habe mich selber verfolgt sogar Ja War ja auch richtig richtig cool Die haben wir auch abgeliefert Ich glaube jetzt die letzte nicht Aber die letzte WM Aber davor war es Die letzte WM Sind glaube ich in der Puppenfase Auch geschieden leider glaube ich War das nicht so eine große Überraschung? Ja ich glaube so Das weiß der Chat bestimmt besser Weiß der Chat? Die haben auf jeden Fall gegen Marokko gespielt Gegen Marokko? Warum weißt du? Ich bin nicht verwundet Dass die Frauen gut spielen Aber was ich nur sagen Weil du gesagt hast Wie das Niveau ist Ja Digga ist ja gar nichts dazu Du bist also Ich habe mir heute ein bisschen Das Training von denen angeschaut Ja Da waren ja die anderen Mannschaften auch Und was hast du gesagt? Sind die gut oder nicht so? Für mich Ich kenne ja einige Jungs von denen Ich habe mit einigen Jungs von denen Auch schon zusammengespielt Auch ein bisschen Soccer 5 und so Und kenne auch ein paar aus München Und ein paar Ex-Profis sind die auch dabei Deswegen die haben schon eine geile Truppe Muss man schon sagen Klar spielen sie jetzt gegen den Art-Favoriten Das klingt so nach so einer diplomatischen Antwort Also sie haben nicht den Hauch einer Short Du weißt ja nicht Sie haben ein gutes Herz Und sie bringen das aufs Feld Und die Leute hier bezeichnen Und das ist unser Käpt'n Das ist unser Käpt'n Das ist unser Käpt'n Warum denn so? Wir sind nach Mexiko Ach mein Gott Das ist unser Käpt'n Wir sind verloren Chat Ich war gerade in der Halle Da hat ein Team noch gespielt Die haben irgendeine Aufführung davor gemacht Mit Was weiß ich Geschminkten Ja das sollte wahrscheinlich Noch ein bisschen Secret sein Weil die werden das morgen wahrscheinlich machen wollen Aber hast du schon ein bisschen Wissen die so Kings League So wie das ablaufen wird und so? Ja so ungefähr wissen sie es ja Ey Kings League musst du euch mal vor Weißt du es überhaupt? Hör mal zu! Also so einigermaßen weiß ich es ja Wir spielen hier die Weltmeisterschaft Das ist die erste Weltmeisterschaft Ja Und ich kann mich noch dran erinnern Das ist nicht die erste Weltmeisterschaft Doch die erste Weltmeisterschaft Das gab's schon mal Nein 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 Die Kings League ist die erste Weltmeisterschaft Das ist die erste Weltmeisterschaft von der Kings League Das ist die allererste Weltmeisterschaft Deswegen Und wir und wir Und ihr seid das Eröffnungsspiel Wir Wir Die Juniors Wir Wir treten ja viel Deutschland auf an Okay ich erzähle kurz nochmal Fragen wegen dem Logo Kannst du das einmal kurz zeigen Warum hat der einen Schnuller im Mund? Ähm Um ehrlich zu sein Wir fanden das cool Das war so ein bisschen Also ich hab ja auch so Content Aber ich hab jetzt mal so ein bisschen die anderen Logos Das ist dann so ein Stier Oder so ein Löwe weißt du Oder so ein Tiger Und ihr habt halt das Warum das? Warum so schlecht redest Ich sag jetzt nicht ne Skala von 1 bis 10 Wie findet ihr das logisch? Ich find das geil Ich find das so Baby mäßig so cool So fresh angelehnt Weißt du? Mit der Kappe noch irgendwie rückwärts Ja die Kappe rückwärts kommt sehr cool Ja auch Hättest du das Ombreo reinpacken sollen Wahrscheinlich Also jetzt wenn wir hier in Mexiko sind Schau mal also die Guck die Sagen Guck 10 Ja 1, 2, 7, 3, 3 Ich seh die 10er nur Ich seh die 10er nur Ich seh die 10er nur So eine richtig selektive Wahrnehmung Er sieht nur die 10er Ne ne Dings Aber ja auf jeden Fall Er sieht aber schon ganz gut aus Du meinst ja das Logo oder was meinst du das? Ja aber jetzt morgen Wie setzt ihr eure Chancen ein? Ist das so David gegen Goliath oder Will Talk Ja Klar Jetzt nur Statistik gesehen Habt ihr noch nie gespielt? Wir haben ja 2 Jahre lang Weißt du die Science 2 Jahre lang gespielt Ist das immer dasselbe Team geblieben Oder wurden die gewechselt währenddessen die ganze Zeit? Das Kernteam ist immer Bestand geblieben Die machen auch so Transfers in so in Spanien Zum Beispiel geht ein Ein Spieler Torwart oder so Geht dann zur anderen Mannschaft Die kaufen sich dann gegenseitig ein und alles Das ist wirklich so richtig Ach so ein richtiger Transfermarkt bei denen Ja okay Du kannst sogar Du kannst sogar wetten Du kannst auf Spiele wetten Ich hab das gestern gesehen Aber dann ist es auch richtig Wie viele Länder hast du schon verloren? Nein, ich darf nicht wetten Ich dachte so Auf die spanische Lieder Ach so auf die spanische Lieder Ich weiß auch wenn wir hier bei der Kingsley Aber wenn man sich sagt Kannst du wetten Du kannst wetten Auf wen setzen wir? Das ist eine sehr dumme Entscheidung Das ist eine sehr dumme Entscheidung So geil Aber da war alles voll Und dann kam Moritz Leibner raus Und das musst du ja wussten Wie es danach ging Dann kam Polizei Musst du meinen Koffer öffnen Ehrlich? Bei dir kam der Zoll Du musstest zum Zoll Ja, wirklich Und auf die Spanier haben 200 Fans mit Trommeln und was ist ich gewartet Ja, bei uns hat keiner gewartet Leute Wir waren komplett alleine Du hast auf Discord Hast du auch Videos Die kannst du einfach durchkriegen Ich hab Videos Hab ich Videomaterial Ja Von der spanischen Mannschaft Wie sie angepasst Okay, mach jetzt Schauen wir mal die Videos an Was haben wir hier? Oh, das sind ganz viele Videos Werdet ihr jetzt reingepackt denn? Das hat der Janda reingepackt Das ist wahrscheinlich Also deswegen Ich dachte es gab schon einen World Cup Weil es gab ja schon mal ein Finale Nee, nee, Liga Ach ist das von der Spanischen Liga Ja, ja Warte, wie kann ich das denn jetzt am besten zeigen? Du bist nicht gut vorbereitet Hab ich gefühlt Ich bin voll gut vorbereitet Hey, der ist super vorbereitet der Kollege Was soll denn das hier bitte? So, schau mal Jetzt mach ich hier nämlich eine schöne Szene dafür Dann machen wir hier eine Browser Nee, nicht eine Browser Quelle Was brauchen wir dann? Passt aber alles soweit bis zu Frieden hier und so, ja? Ja, das ist angenehm, ja Kannst du mir erklären, warum du die Klimaanlage auf 15 Grad stellst? Ey, ich bin so einer Abends, wenn ich schlafe, ich schwitze einfach Deswegen, es muss immer richtig cool sein Auch heute Nacht Ich schlafe mit so einer dünnen Decke Also, ich muss sagen 15 Grad finde ich schon, fand ich schon rough Ehrlich? Ja Als ich hier reingekommen Ich dachte, es ist wie so eine Kältekammer Ich hab jetzt extra Ich hab jetzt extra, als du wieder gekommen bist Mit der vorliegenden Decke Weil ich hab's hier dann ausgeschaltet, ne? Ehrlich? Ich hab jetzt die extra wieder angemacht, damit das für dich angenehm kühl ist, wenn du kommst Aber ich glaube, das, ähm, es geht ja auch die Luft ein, glaub ich Oh, mal, ihr Oh, ihr Woah Schau dir dieses krasse Logo an Oh, die zittern Nein, jetzt, also Nochmal kurz mein Punkt Hier, die Stellions, ne? Richtig mächtiges Pferd Okay Föhn Dann Ja, nein, aber schau mal Dann Murasch Wir haben so einen krassen, wütenden Affen Hier, bitte noch einmal kurz zurück, warte Schau mal hier, schau mal Der Panther Hier, hier ist der Panther So Und da kommt's Babyface Ich find das Logo cool, Babyface Ja Guck mal, wir müssen gegen den Strom schwimmen Jeder ist so Ja, jeder ist sauer Die sind da richtig wütend sind Na, was machen wir Ja So, da haben sie jetzt einmal die Deams gezeigt So, jetzt können wir weitergehen Ist echt ein geiler Trailer, aber Schade, dass wir jetzt die Musik nicht gehört haben Ja, gibt's nicht, ey Siegprämer Die Mannschaft, die gewinnt Ja Siegprämer Was ist die Siegprämer? Also, wie gesagt Digga, über was wir hier gerade reden Siegprämer, eine Million Euro Euro oder Dollar? Ich glaub, das ist Pesos Der Präsident darf ja auch mitspielen, ne? Der Präsident darf mitspielen, ja Und der macht ja auch den Elfmeter Wird der an der Million beteiligt werden? Ja, das ganze Team, der ganze Club Aha Aha Ja, aber stell dir jetzt mal vor Guck mal, also wir Was kriegen wir? Hörst du? Hörst du? Warte, hör mal zu Ja, ich, 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 also jetzt muss ich aber schon mal kurz anfragen, ne? Also, so eine Million, ne? Ja, muss ich hier im Manager Management, wechselt mich rein Wechselt mich rein Wechselt mich rein Ich mach euch den Elfer Kein Problem Hörst du? Hörst du? Du musst dir mal vorstellen, du bist ein bisschen nervös, das Gefühl. Nein, aber ich würde es dir einfach nur nachdenken. Wir sind seit Monaten dran, wir haben viel, viel Geld reingesteckt, wirklich viel, viel Geld. Wir haben viel Zeit investiert, wir haben, da muss man überlegen, wir haben angefangen. Wie lange trainiert ihr schon? Also mit der Mannschaft trainieren wir so 5, 6 Monate. Was ja auch schon gut ist, ne? Hör mal zu, aber nicht mit der kompletten Mannschaft, er oder er ist da noch hinzugekommen, aber wir haben angefangen, generell mit diesem ganzen Setup und alle, 9 Monate vorher. 9 Monate, 10 Monate vorher haben wir angefangen. Du bist ja gerade im Training gewesen. Ich bleib überstehen, ich bleib überstehen. Ja. Ich bin, aber ich bin im Blick, ich verstehe. Ja, dann setzt du dich in den Mund. Du musst noch vorstellen, ey, knapp 10 Monate vorher haben wir schon Vorbereitung getroffen. Wir haben ein komplettes Management, allein nur für den Club. Wir haben Trainerstab, Haupttrainer, wir haben einen Trainer extra für Standards, wir haben einen Athletiktrainer, wir haben einen Arzt, wir haben ein Physio, Glaubst du, die Spanier haben das auch? Ja, die haben das alle, wirklich. Wir haben drei Personen, allein nur für die Orga, für den Club. Allein Orga-technisch nur, die die Sachen organisieren, Trikots und haste nicht gesehen, weißt du? Alles in Vorbereitung für den World Cup. Aber weißt du, was das Geile aber ist, es kommt nur auf morgen drauf an. Wenn die morgen gewinnen, ist alles schön. Wenn du planierst, ist alles scheißegal, Süßsystem, Süßsystem, ihr könnt ja noch mal. Ja, so ist das Leben, aber ich will nur sagen, guck mal, wir haben wirklich so viel, also wirklich so viel Manpower, auch wirklich dieses, es ist ja nicht nur irgendein Projekt so, ja, ein bisschen da Geld und einmal der, weißt du, wir brennen ja dafür, das kommt ja von Herzen. Er ist Fußballer, ich wollte Fußballer werden. Er brennt wirklich schnell, das ist voll gut. Aber die Leute, die auch da, weißt du, die Leute, die wir auch dabei sind, wir glauben ja daran, wir glauben ja auch daran, dass das Kings League, das ist ja das wirklich, das ist das nächste große Ding. Warum habe ich gesagt, 1935 die erste Weltmeisterschaft? 1935, die Leute sind von Europa mit einem Schiff nach Südamerika gefahren, haben dort trainiert. Keiner hat gewusst, wie groß das werden wird. Ich meine ja nur, aber es ist... Ich spüre es auch einfach. Ja! Ja! Ich spüre es nicht. Ich spüre es nicht. Aber wir wissen nicht, wohin das gehen kann. Und es ist einfach ein krasser Privileg, bei der ersten Weltmeisterschaft dabei zu sein, das Eröffnungsspiel zu spielen und dann noch den aktuellen, die beste Mann zu beinahen. Und dann noch zu gewinnen. Und stell dir mal vor, hier gibt es ja einen Präsidenten-Elfmeter, scheiße, ich muss einen Präsidenten-Elfmeter schießen. Es steht 4-4. Letzte Sekunde, wir machen Präsidenten-Elfmeter, ich muss den schießen. Wenn ich treffe, gewinnen wir. Wenn ich ihn treffe... Ich glaube, der kann heute Nacht nicht schlafen. Ich kann heute Nacht nicht schlafen, die ganze Zeit. Das ist krass. Diese Energie, erotisch. Der kann nicht schlafen, Leute. Deswegen, das wird schon auf jeden Fall... Aber du brennst ja richtig her, aber du musst morgen so brennen. Ich kann die ganze Zeit schon... Also wenn man dann so hippelig ist, ist es doch gar nicht so gut wahrscheinlich, oder? Oder ist das wichtig? Die Euphorie und so, die Anspannung ist schon important. Du weißt es ja selber. Ja. Aber vor allem hier oben. Fußball wird hier oben entschieden. Die müssen sich einreden, die sind die Besten. Dann werden die auch am besten performen und dann schießen die anderen auch aus der Halle. Ganz einfach. Aufsache, lieber. Ganz einfach. Und wenn ihr das morgen holt, dann schreibt ihr wirklich Geschichte. Ja, aber dann geht es ja noch weiter. Dann geht es ja noch weiter. Dann geht es ja noch weiter. Es ist ja eine lange Reise. Ja, aber es ist ja auch... Also auch wenn man morgen verliert, man hat ja immer noch eine zweite Chance mit dem Swiss-System. Immer noch eine Chance. Natürlich, will man da jetzt nicht dran denken, aber es ist ja nie vorbei. Nein, aber es ist einfach, wie ihr sagt, du hast diese Vorbereitungen gemacht. Ich finde das krass, dieses Commitment. Die haben so viel investiert. Das sind so viele Monate in Folge. Du hast ja auch immer trainiert. Ja. Du bist ja eigentlich auch jemand, der fulltime arbeitet, mit TikTok in der Welt unterwegs ist. Und trotzdem hast du... Wenn du arbeitest. Ja, da hast du dich. Das bist du gut gemacht. Actually, mittlerweile bin ich ehrlich, da hat es ein Zimmerhassen. Ja, und es ist ja nicht nur TikTok. Ich will ja nicht sagen, aber auch mal unternehmen. Ich habe nur nachgefragt. Ja. Ich habe nur nachgefragt. Und die YouTube-Shorts darfst du nicht vergessen. Halt! Halt! So, jetzt kommt mal das nächste Video an. Was haben wir noch hier? Ja, aber ich finde das krass. Also einfach sechs bis acht Monate investieren. Einfach nur, um sich aufzubauen, um ein World Cup-Eröffnungsspiel zu spielen. Überleg mal, die reden von sechs bis acht Monaten. Die Spanier und so, die spielen schon seit ein, halb, zwei Jahren. Du hast ja gesagt, die wechseln immer mal so ein bisschen. Jetzt ist es nicht das Kernteam mehr. Doch, doch, das Kernteam bleibt ja bestehen. Aber die Qualität von Saison zu Saison, die steigt ja die Qualität auch jetzt aktuell bei der Kings League. Das ist ein hohes Niveau. Die reden hier nicht von der Kreisklasse oder sonstiges. Also, das ist schon ein hohes Niveau. Weißt du, was Kreisklasse ist? Natürlich. Ist was ganz... Also, ist jetzt... Was ist das? Fünfte, sechste Bundesliga? Noch weniger. Noch weniger? Ja, ich glaube, neunte oder zehnte Liga, würde man so sagen. Was, neunte oder zehnte? Wie viel habt ihr denn noch bei Fußball? Ich lasse es. Erste, zweite, dritte Bundesliga, danach kommt Amateur, Regionalliga, aber Regionalliga ist schon sehr gut. Regionalliga, Oberliga, Hessenliga, Bayernliga, je nachdem, wo man... Bayernliga ist wahrscheinlich die Beste, oder? Ja, Bayernliga... Leveltechnisch. Also, Bayern ist ja auch so... Bayernliga ist die fünfte Liga. Fünfte, okay, dann kommt die Regionalliga bei den Südwestern. Regionalliga Südwest. Bayern ist die vierte Liga. Ah, es gibt die Regionalliga Bayern? Ja. Und Südwestern, Baden-Württemberg, Hessen... Genau, du hast ja Regionalliga... Vier Regionalligen gibt's. Ne, fünf sogar, glaub ich. Fünf habe ich gegenseitig. Ich hab gehört, ich hab gehört, dass in Berlin die schlechteste Regionalliga gehen wird. Habe gehört. Im Chat gibt's hier irgendwelche Leute, die schlaue Fußballfragen stellen können, damit ich mich hier nicht komplett blamiere. Und die liegen... Mexiko-Stadt. Mexiko-City. Mexiko-City. Hast du schon was gesehen davon? Äh, noch nicht viel, ne. Nee, tatsächlich, noch nicht viel. Aber wir haben... Wir waren heute einmal beim Essen. War mal Frühstück. War echt nicht gut. War echt nicht gut. Ich glaub, das war mehr so eine Touristenfalle. Ich war ja davor in Brasilien. Ja. Und, Digga, ich sag... Also, die sind nicht bekannt für gutes Essen. Ich weiß nicht, wieso. Brasilien-Essen, bekannt für viel Tequila. Also Mexiko-Tequila, aber die trinken viel in Brasilien. Ja. Aber wirklich so eine geile Küche oder so, hab ich ja nicht gesehen. Aber in Mexiko, die haben ja Tacos und so und hast nicht gesehen. Wir waren gestern auch geil Abend essen. Wir müssen Streetfood finden. Ja. Ey, oh mein Gott. Die haben hier... Der Mann mit dem Superio jetzt in der Hand. Hast du, hast du, hast du. Ich hab nicht gesehen, aber hör zu. Ich hab extra gescreenshottet. Es hat CTF berichtet oder ARD, warte. CTF, ARD. Ja. Ein, zwei Wochen, bevor wir hier in Mexiko angekommen sind. So. Hier ist so ein Street-Restaurant. Wir haben einen Michelin-Stern. Michelin-Stern bekommen. Warte mal, wo ist das? Wo ist das? Hier sind tatsächlich gute Fragen. Gibt's den wahr bei der Kings League? Also Video... Power-Eye. Ja, das ist ja einfach Video-Assisted, ne? Es gibt ab und zu, kommt der Schiedsrichter raus. Ich glaub, als... Aber es gibt ja keinen Abseits zum Beispiel, ne? Natürlich gibt's Abseits. Abseits, ja, aber das ist ein bisschen anders. Das ist ein spanisches Abseits. Wenn ich das jetzt erkläre, dir... Ja, was ist spanisches Abseits? Guck mal, 16er? Eishockey-Abseits. Wie Eishockey? Ja, so ein bisschen. Ich kenn's mit Eishockey halt nicht aus, deswegen. Ja, aber es gibt erst ab der 16er. Ab dem 16er-Abseits. Ja, ab dem 16er-Abseits. Deswegen Spanisch ist es... Wie, also... Ich hab mal gehört, dass das spanisches Abseits ist. Hab ich mal gehört. Aber wenn wir jetzt ein bisschen kompletter, 16er-Linie... Mhm. Wenn du vor dem 16er bist, und du stehst alleine da, und der Abwehrspieler ist an der Mitte-Linie, ist es immer noch kein Abseits. Aber wenn du hinter der 16er-Linie bist, dann muss ein Abwehrspieler hinter dir dann sein. Ich glaube, ich würde die Frühklemmen gehen, wenn wir das Video nicht anschauen. Okay, jetzt aber... Ich will mein Verständnis. Das Spiel geht 20 Minuten. Wie groß ist das Feld? 2x20. 2x20 Minuten, ja, ja. Wie so ein D-Jugend-Feld, so kannst du das vorstellen. D-Jugend-Feld, ne? Kleinen Feld-Fußball? Schon mal gesehen? Ja, hab ich viel gespielt in meiner Jugend, ja. Wirklich? Ja, ja, ich war krass. Ja, dann war es krass. Ja. Ungefähr... Also klein. Klein, ja, ja, ja. Du nimmst die Hälfte vom Fußballfeld und spielst nicht von Tor zur Mittellinie, sondern andersrum. So ungefähr. Ja, ja, kann man so aus. Oder Großfeld 16er zu 16er. Ja, ungefähr. Großfeld 16er zu 16er. Das ist auch so eine normale Trainingsfeldgröße, ne? Auch für, sagen wir mal, im normalen Fußball, da wird auch viel trainiert auf dem Kleinfeld. Definitiv. Ja, ja, ja. Es wird mehr Kleinfeld 6x6 oder 7x7 gespielt wie jetzt 11x11 unter der Woche im Training. Weil du einfach viel mehr passiert, viel mehr Aktionen hast, viel mehr Zweikämpfe, viel mehr Ballkontakte und so weiter. So, jetzt stehe ich noch ein paar schlaue Fragen. Der Rasenmorgen. Mit was für einem Rasen arbeiten wir denn? Kunstrasen. Ja, aber der Kunstrasen. Was ist das für eine Konsistenz? Granulat. Was ist das für eine... Granulat, ne? Also, das ist ja dann... Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Hau da den Weg raus. So, dann haben wir noch. So, lass mal ein paar Fragen beantworten. Ja, wir beantworten mal ein paar Fragen. Wer gewinnt das Champions League Finale? Dortmund. Also, ich... Toni Groß, Abschied seiner Karriere. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Ich auch so einen kleinen Schlager. Warte, 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 warte. Ich kann nicht abwarten. Wer gewinnt den DFB-Pokal gerade? Haben die das schon gewonnen? Leverkusen hat gewonnen. Leverkusen hat schon gewonnen. Das ist ja so eine Zeit. Hat man auf die Uhr geschaut, oder was? Wie können die den gewinnen? Sag mal an, Alter. Aber, warte, warte, als Deutscher? Ja. Bist du denn nicht für Dortmund? Ja, ich war für Bayern, ne? Bist du Bayern-Fan? Also, ich bin einfach Erfolgs-Fan. Darf ich rausgehen? Ich bin auch eigentlich Bayern-Fan. Ja. Aber jetzt die Champions League, jetzt bin ich für Dortmund. Traum wäre natürlich gewesen, Dortmund wäre... Du bist auch ein roter Fan. Ja. Das ist ein guter Verein. Ich bin Bayern-Eintracht. Eintracht Frankfurt und Bayern. Ja, Eintracht ist noch okay, aber die Roten... Habt ihr einen Linksfuß fürs Team? Ja, doch, wir haben einen Linksfuß. Warum braucht man einen Linkfuß? Weil, da muss ich überlegen, die meisten sind Rechtsfuß, also Rechtsfüßler, kann man Rechtsfußler sagen? Rechtsfuß. Ja. Aber auf jeden Fall Rechtsfuß und Linksfuß ist eher eine Seltenheit und ist schwerer Partei. Eher beidfüßig. Ja, I wish. Das ist doch sauharder. Chat, 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 chat. Das hat nicht crazy hart. Leitner ist der Scheiß-Sechziger. Hört jetzt drauf, München ist rot. Leitner ist einfach der Scheiß-Sechziger. Bestimmt jedes Team, ja. Also, ich muss da vorstellen, Linksfuß, einen guten Linksfuß. Linksfuß zu haben in der Mannschaft ist schwer zu finden. Erstmal also rar und schwer auf der Partei. Es gibt sehr, sehr wenige Linksfüße. Aber warum? Weiß nicht. Die meisten noch Rechtshinter, weißt du? Ja, aber also, es gibt doch super viele Leute, die mit dem linken Fuß schießen, bestimmt, oder? Schießt du mit links oder mit rechts? Ich schieße mit rechts. Ah, guck mal. Siehst du? Ich schieße mit rechts. Ich gehe morgen mal mit dem Elfmeterschießen. Ich bin echt gespannt. Oh, ich habe einen bleierenden Fuß. Vielleicht kannst du aber irgendwann Elfmeter schießen. Oh, dem Präsidenten Elfmeter. Jetzt, wo ich von der Million gehört habe. Also, wenn ihr das morgen holt, da werde ich aber schon dann auch reingewechselt. Morgen sind die Finalspiele. Ja, aber wenn ihr morgen gewinnt, dann habt ihr sehr, sehr gute Schorfen, Alter. Darauf bunker ich so ein bisschen. Ja, aber man muss auch wirklich kalmen. Wir dürfen, auch wenn wir morgen gewinnen, ganz, ganz wichtig, auf dem Boden bleiben, nicht abgehoben sein. Aber sonst geht es, ich glaube... Deutsche Mentalität. Aber das ist gut, das ist wirklich gut, ja. Und die Deutsche Mentalität müssen wir auch aufrecht bringen. Weißt du, was der spanische Präsident gesagt hat? Die schießen wie aus der Halle. Hey, kann man, kann man, kann man. Aber, weißt du, Piquet, das war auch so... War der da gerade? Nee, wir haben davor schon... Ich habe ihn gesehen, weil der war vorhin da. Ist er da? Ja, der ist da. In Spanien, als wir die Videos und so gedreht haben. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass er... Dass er ein Nové-Fan ist. Dass er einen MVP-Tipp für mich hat. Und wer ist der MVP? Du bist so ein Schwätzer, ey. Das ist unglaublich. Du bist so ein Schwätzer. Aber ich verstehe auch nicht so viel Spanisch, deswegen... Ja, da kann man auch ein bisschen anders übersetzt werden. Ja, nach Englisch, aber ein bisschen getrochen. Nice. Jetzt wollen wir... Sollen wir das Video jetzt weiter schauen? Nee. Ihr wird von los? Ich muss jetzt gleich... Ich muss jetzt zu der Arena jetzt. Wir haben jetzt zum Media Day noch. Geil. Ich kann noch ein bisschen bleiben, oder? Ja, wir haben noch zwei Minuten. Zwei Minuten? Zwei Minuten. Geil. Hau mal das Video raus. Ja, dann machen wir jetzt noch einfach... Nee, willst du noch was abschließend sagen für morgen? Weil das ist ja wahrscheinlich deine letzte Chance. Ähm... Ich fand vorher die Ansprache nämlich schon richtig geil. Ich hab aber gemerkt, dass dir das wirklich was bedeutet. Dass du da Spaß dran hast. Machst du eigentlich als Präsident so vorm Spiel eine Ansprache? Ja, ja. Machst du? Ja, ja. So im Locker-Room, gehst dann rein. Ja, klar. Hikst die nochmal auch. Schwörst die Truppe ein. Ja, das ist wichtig, wichtig. Gerade, also wie Moritz gesagt, das ist ja alles Kopfsache. Ja. Weißt du? Und die Jungs heiß zu machen, auch generell gute Laune zu verbreiten und so. Ähm... Ich bin ja an sich sehr positiv getrimmt, auch positiv durchs Leben. Ähm... Manchmal mit einer rosa-roten Brille. Deswegen, aber ansonsten ist das sehr wichtig und wir verstehen uns auch gut. Wir sind wirklich ein sehr gutes Team. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Die haben Spaß miteinander. Weißt du? Wir waren im Bus, wir haben da gefeiert und Musik gemacht und so. Geil, hä? Das ist richtig, richtig gut. Also geil, wir gehen in den Abendzimmern zusammen Abendessen. Ähm... Und es ist ja auch so, wie bei der Weltmeisterschaft, die Leute, die Teams, die schlafen da alle zu zweit im Zimmer. Nicht, weil das zu teuer war, sondern, okay, vielleicht auch auf einer anderen Seite. Auf der anderen Seite. Aber wann? Wo schlägt der Präsident? Ich schlafe hier. Aber die Kielstück hat, die Kielstück hat ja zwei Hotels gemacht. Einmal für die Spieler und einmal für die Präsidenten. Ja. Aber es ist auch so, wie bei der Weltmeisterschaft, du schläfst ja zu zweit im Zimmer, damit du, damit die Chemie noch eher zusammenrückt. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn zum Beispiel die zwei Abwehrspieler schlafen zusammen, die zwei Stürmer, äh... Torwart vielleicht mit dem Innenverteidiger oder so, weißt du? In einem Zimmer, um die Chemie einfach noch zu stärken. Und ansonsten, ey... Ich glaube, so eine Team... Also, dass man im Team nah beieinander ist und sich gut versteht, ist doch bestimmt ultra wichtig. Wir haben ja auch über die deutsche Tugend geredet. Und wir sind ja in Mexiko, wir sehen ja... Turniermannschaft. Deutsche Mannschaft. Deutsche Turniermannschaft. Und das hat Piqué auch gesagt. Das hat Piqué auch gesagt. Und diese Disziplin. Ja. Dieses, äh, für den anderen brennen, für den anderen rennen, äh, noch eine Kritsche raushauen, nochmal alles, auch wenn man nicht mehr kann, sondern nochmal rennen und alles. Das ist das, was wir auf dem Feld bringen. 2014, Deutschland. Ja, stimmt, ja. 2014, Deutschland. Und das müssen wir einfach wiederholen. Und ich meine, wir haben auch die besten Voraussetzungen. Wir haben ja Mario Götze mit an Bord. Das stimmt. Mario Götze mit an Bord. Also, wenn ihr dann Fußballfragen habt, ne, dann können wir euch richtig abholen. Mit Mario Götze, ja. Deswegen, das ist auf jeden Fall schon sehr wichtig. Ich bin sehr hyped. Ich muss jetzt gleich... Du musst los, ja. Ja, aber ich finde das so geil, wie du brennst dir das Ganze. Ah, ey, das ist von Brero. So geil. Das ist so schön zu sehen. Glück morgen, ne? Ja. Ist der Legzi? Ja, wir sehen uns ja morgen sowieso. Du bist ja dann nochmal da. Du hilfst uns auch so ein bisschen zu verstehen, Teamdynamik zu lernen, die Spieler einschätzen zu können. Setz dich dann auch mal ein bisschen dazu. Ja, ich bin primär dann im Spiel. Wir wollen dich aber auch auf dem Feld sehen. Ja, auf dem Präsidenten. Einmal sehen wir ihn zu 100 Prozent. Ja, der kommt ja nicht immer, der Präsidenten-Elfmeter, ne? Also, wir haben jetzt auf jeden Fall... Du machst im Voraus, machst du mit dem anderen Präsidenten, machst du aus... Und ist eher so confident, dass er sagt, er schlägt dich. Und ich habe mir das vielleicht aus hinten, ne? Ja, okay, okay. Morgen, auf jeden Fall, Grüße an den Chat. Danke nochmal auch an euch, Leute. Ja, morgen die Daumen drücken, ne? So. Daumen drücken und viel beten für uns, gell? Beten sogar, okay. Sollen wir jetzt noch ein bisschen über die Kingsley quatschen, oder? Willst du noch ein bisschen Inside geben hier? Über die Kingsley? Hast du noch was für uns? Es gibt ja vieles. Also, es ist ja wirklich schon ein interessantes Projekt, was da... Vor allem, ich war jetzt dort, es war ja wirklich noch ein paar Spiele. Es gibt, glaube ich, noch zwei Plätze für die Qualifikation morgen. Also, es gibt noch zwei freie Plätze, da haben die gerade gekickt und da waren echt... Die Teams kommen jetzt erst noch rein, oder wie? Sind das dann mexikanische Teams, oder die vor Ort sind? Genau, du hast ja zehn spanische Teams und dann hast du die Wildcats, wie jetzt zum Beispiel Deutschland, dann Italien und so haben ein Team, weil die haben ja keine Liga. Ja. Es wurde einfach zusammengewürfelt. Die haben jetzt ein Team gebastelt und die performen oder sollen morgens erst mal performen. Und jetzt waren noch zwei Plätze frei für 32 Mannschaften, glaube ich. Und die haben jetzt gerade nochmal gekickt und da waren schon echte... Du kannst ja als Profi, kannst du ja das wirklich einschätzen, wie das Level da sein wird ab morgen. Also, kann man sich da wirklich freuen auf High-Level-Fußball? Ähm, doch. Also, ich habe heute jetzt ein bisschen hingeschaut und ich kenne ja zum Beispiel auch ein paar Jungs aus den anderen Mannschaften. Also, mit dem Team, jetzt mit dem deutschen Team, da kennst du ja wirklich die halbe Mannschaft praktisch. Ich habe mit einigen... Oder hast du den auch gespielt sogar, ja. Und die Qualität ist auf jeden Fall hoch und sehr interessant und das Geile ist einfach, du hast... Es ist Kleinfeld, es passiert viel mehr... Kannst du was dazu sagen, warum die Ansätze so unterschiedlich sind? Warum manche Teams lauter junge Spieler haben? Dann im deutschen Team hast du diesen Mix, dann hast du im ukrainischen Team, sind alle alt gefühlt? Warum sind da so krasse Unterschiede in der Teamzusammensetzung? Nein, das ist ja jeder anders. Jeder hat eine andere Vorstellung, jeder hat... Viele Wege führen ja in dem Sinne nach Rom, aber am Ende hat immer nur der Recht, der gewonnen hat. Auch wenn er dann mit einem jungen Team gewinnt oder mit super Vorbereitung oder mit gar keiner Vorbereitung, ist nach dem Spiel immer scheißegal. Wir haben vor dem Spiel immer viel gequatscht, aber nach dem Spiel zählt einfach nur, wer das Ding gewonnen hat. Und wir haben ja jetzt... Also jetzt ist Younes ja weg, ne? Das heißt, du kannst... Also praktisch. Das heißt, du kannst deine völlig unverblümte, ehrliche Meinung geben. Das deutsche Team gegen das Spanische. Haben sie eine Chance überhaupt? Hundertprozentig. Also ich kenne die Jungs, die haben hundertprozentig eine Chance, wenn nicht... Also das sowieso, aber wir können uns auf jeden Fall auf das Spiel freuen. Ich glaube, das wird... Die spanische Truppe muss gut sein, sonst hätten sie die Liga nicht gewonnen. Und die deutschen Jungs spielen jetzt das erste Mal in der Halle sozusagen. Aber das sind auch erfahrene Leute dabei, die schon in anderen Stadien gespielt haben. Und wir können uns einfach freuen auf das Event. Wir können von außen zuschauen und ein bisschen genießen. Blöd daherreden. Ich freue mich da so in der Kabine zu sitzen morgen. Einfach mit so einer Packung Chips oder Packung Blöderhaben und einfach so ein bisschen zu Trash-Talken. Aber wir können uns echt auf die Jungs freuen und vor allem das Eröffnungsspiel mitzuerleben, mitzukommentieren. Das ist auch für uns einfach was Geiles. Muss ich ehrlich sagen. Freut mich. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr cool wird. Ja. Insgesamt. Willst du kurz mal über die Spieler aus dem deutschen Team reden? Wer dabei ist? Können wir. Also wir haben ja, klar, auch ein paar Ex-Profis. Benatira ist dabei, der auch ein paar Bundesligaspieler hat. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Jungs, wie jetzt Dombrovka, Armin Cikic und so. Dombo hat zum Beispiel auch viele Drittligaspiele gemacht und so weiter. Wir haben viele Straßenkicker dabei. Viele Jungs, die einfach, ja. Straßenkicker? Also die praktisch jetzt nicht wirklich aktiv in der Liga waren? Doch. Straßenkicker ist ja so ein Begriff auf, sind auf der Straße theoretisch so groß geworden wie beim 5 gegen 5 auf Hartplatz. Kleine Wussler, viel 1 gegen 1 und so. Also was ja bei uns Deutschen so ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber ich glaube, die haben eine geile Mischung, haben sich da was einfallen lassen. Und ich freue mich einfach. Und ich glaube, du kannst dich auch freuen. Und die Halle. Ich bin sehr gespannt. Die Halle wird echt cool aufgebaut. Die Atmosphäre wird geil. Und ich bin vor allem auch auf die Spanier gespannt. Weil die kommen schon da angelaufen mit Selbstbewusstsein und sagen, ja, wir sind die Besten. Ich glaube, die Stimmung wird auch krass sein. Welche Deutschen kommen daher und so. Aber ich traue den Deutschen einiges zu. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass die auch was abbreißen. Ja, die Morgen 11 Uhr, also 19 Uhr Deutsche Uhrzeit. Ja, habe ich schon gesagt. 19 Uhr Morgen. Ja, habe ich schon gesagt. Ja, wir können ja wohl irgendwie langs da rumlaufen, ne? Ne, können wir nicht. Okay. Okay, wir können nicht irgendwie langs da rumlaufen, leider. Ne, aber 19 Uhr, Deutsche Zeit? Ja. 9 Uhr Deutsche Zeit ist los. Wir gehen davor noch ins Stimmen, ne? Wir gehen davor, also sowas von trainieren, ja. Das nehme ich euch auch auf. Also den kriege ich ja wohl noch klein, ne? Ja, aber hundertprozentig. Ja. Wann war so dein letztes professionelles Fußballspiel? Mein letztes professionelles Fußballspiel? Ja. Ist schon ein bisschen her. Das war in der Schweiz, das war noch Meistergrund. Und dann haben wir ja... Schweizer Meister, okay. Schweizer Meister haben wir noch gemacht. Ich glaube, die deutsche Meisterschaft auch miterleben. Ja, stimmt. Du hast ja eine relativ lange Geschichte. Also du hast bei vielen deutschen Vereinen, hast du gekickt. Du warst dann auch in England zwischenzeitlich, ne? Ich war auch lange. Ich war auch 4,5 Jahre in England. 4,5 Jahre sogar, okay. Dann war ich auch noch kurz in Italien. Davor. Vor England? Vor England, ja. Wie hat es dich nach Italien verschlagen? Wie? Mit dem Flieger? Nein, das war damals ein Thema, was ich aber... Im Nachhinein war das keine Liebe, würde ich sagen. Ich und Italien. Aber es war auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Du musst auch so ein bisschen mitnehmen, die verschiedenen Erfahrungen. Ja, meiner Karriere ging es nicht immer bergauf. Ich bin auch mal ein paar Mal auf die Schnauze gefallen. Aber ist das nicht normal im Fußball? Also es wird ja doch relativ oft dann die... Also es gibt ja Transfere, man geht zu anderen Vereinen, man hat eine neue Teamkonstellation, einen neuen Trainer. Natürlich wünscht man sich immer, dass es nur bergauf geht. Aber ja, ist im Fußball schon mal schwer. Du holst dir eine Verletzung, dein Blatt ist weg und so weiter. Und du spielst mal nicht falsche Transfers, wo dann ein neuer Trainer kommt, der dich nicht leiden kann. Oder du nicht klarkommst mit ihm. Und du machst auch ein paar Fehler, deswegen... Aber das sind alles so Erfahrungen, die du vielleicht auch anderen Spielern, jungen Spielern mal weitergeben kannst, für später, was du dir dazugelernt hast. Und ja, ich durfte viel miterleben. Also ich habe schon ein paar coole Sachen miterlebt. Jetzt sind meine schwarz-gelben Freunde wieder im Champions-League-Finale. Vor elf Jahren waren wir auch in Wembley und haben das erlebt, leider mit einem schlechten Ausgang. Aber einfach da zu sein, ist doch insane. Ja, aber man spielt nicht Fußball, um da zu sein. Das ist das Problem. Man spielt Fußball, um zu gewinnen. Okay. Und ich hoffe, dass unsere Jungs... Aber wie schätzt du denn die Chancen irrealistisch ein? Also ist doch nicht gut, oder? Die Chancen. Ach doch. Für Dortmund. Also ich glaube, die gewinnt... Sicher? Aber das sah so shaky aus, im Halbfinale schon. Ja, okay, aber Bayern haben halt doch auch... Ja, die haben auch gegen Bayern gespielt. Die sind halt einfach besser. Die sind anders gebaut, ne? Die sind auf dem Platz, haben die eine andere Präsenz wie Dortmund. Das Schöne ist, der ist auch aus München. Ja. Wenn du bist sogar Münchner und bist Dortmund-Fan. Ich bin... Erstens bin ich in Löweck, weil ich 13 Jahre bei 60 gespielt habe. Ja. Und einfach ein schwarz-gelber mit Dortmund. Das sind meine Vereine. Bei 1860 hat ja deine Karriere auch angefangen, oder? Genau. Ja. Und da warst du 13 Jahre, bevor es dann weiterging. Mit 5 zu 60. Mit 5? Ist das normal? Mit 5 Jahren? Mit 5 Jahren war ich bei den Löwen. Können die da überhaupt schon sehen, dass man Talent hat mit 5? Wie geht das? Anscheinend schon. Woher sehen die, dass man Talent hat mit 5? Ne, ähm... Damals gab es auch schon eine... Jetzt ist alles ein bisschen später geworden. Ähm, aber war mit 5 bei den Löwen, bis zu den Profis. Und dann ging er meine Reise in den Ruhrpott. Und da muss ich auch sagen, also Dortmund ist echt ein Verein. Ähm, wenn du da mal drin warst, egal wie, ähm... Du verliebst dich einfach in den Verein und... Weil sie sich so gut um die Spieler kümmern, weil die so einen hohen Standard haben im Training, oder? Ne, das ist einfach eine Family, egal ob Fans, ob, ähm... Stuff, ob der Busfahrer, ob... Der Koch, äh, die Leben, das alles und, äh, die Spieler, äh... Fängt voll cool, dass du da noch so drüber reden kannst. Nö, äh, jetzt erst recht. Also, vor allem, ich hab da noch andere Stationen kennengelernt, wo es eben nicht so war. Und, ähm, schwarz-gelb ist wirklich was einzigartiges. Also, wenn du da mal... Warst du schon mal im Stadion? Ich war nur in der Arians Arena bis jetzt, ja. Show hast, äh... Ah, die war auch schön, muss ich sagen. War auch schön. Schön. Ja. Dann geh nach Dortmund, dann weißt du was. Dann weißt du was Geiles. Dann weißt du was Geiles. Und, äh... Muss ich mir vielleicht mal anschauen, ne? Vielleicht bin ich doch für Dortmund jetzt im Finale. Sollen wir den mal nach Dortmund einladen? Ne? Sollen wir das mal machen? Ich seh, also, ich seh mich eigentlich schon mal in Dortmund. Ja. Jetzt kriegen wir hin. Das war schon schön zu hören. Also, diese ganzen positiven Worte für seinen alten Verein, bei dem man viele Erfolge auch gefeiert hat. Es ist ja auch, viele schauen ja so ein bisschen mit nem... Wie nennt man das? Also, viele schauen ja unzufrieden zurück auf alte Vereine, von denen sie sich getrennt haben, von Zeiten, die sie da hatten. Ja, das sag ich auch nochmal. Ich spiele Latio, weil keine Liebe zwischen mir und Latio, aber Dortmund ist wirklich... Ich lade dich einmal ins Stadion ein und danach quatschen wir nochmal. Und dann weißt du, was ich meine. Dann machen wir unser Wettessen davor, ne? Könnt ihr euch vorstellen, dass er sagt, er kann mehr essen als ich? Schaut euch die halbe Portion an. Steht mal auf. 100%. Stimmt, also, der sagt, er kann mehr essen als ich. 100%. Also, keine Chance. 100%. Nein. Ja. Es gibt noch zwei LoL-Games. Ja, mach halt. Dann beschreibt, damit wir das Ray-Sexion wieder mitnehmen. Alles klar, wird gemacht. Gut. Dann einmal einen großen Applaus für den Moritz, wenn ich bitten darf. Wir werden morgen ganz viel von dir sehen. In allgemein, während der ganzen Übertragung, wird er uns zusammen mit Mario ein bisschen Fußball-Knowledge vermitteln, weil ich habe schon gemerkt, ich werde mich aufs Übelste blamieren. Der muss nämlich morgen auch ein bisschen retten, bitte. Das kriegen wir. Bitte. Das kriegen wir. Du musst mich ein bisschen retten, ne? Geil. Wir werden Spaß haben und werden das auch einfach genießen. Ja. Ich freue mich drauf, ne? Ich mich auch. Gut. Deswegen lasse ich wieder alleine. Hat mich sehr gefreut. Wir werden auch mal ein Lied spielen mit ihm, ne? Ja, da gibt es noch eine kleine Verabschiedung hier. Moritz wird ihn retten, ich werde ihn reinreiten. Vielen, vielen Dank, dass du vorbeikommen bist. Lass dir gut gehen, mein Freund. Und ich freue mich auf morgen, ne? Ich hole mir jetzt was zum Essen. Gönn dir, Jürgen. Hi. Ciao, ciao, ne? Servus. So, Leute. Es wird es, oder? Ja, 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 ja. Oh, shit. Ich bin nicht wütend. Test. Hallo? Hi, Freddy. Äh, Most of a lesser dude, der ist so angenehm, der Kerl. Das ist crazy. Das ist so ein angenehmer Kerl. Kani, bist du schon ready eigentlich? Kani? Ihr könnt mich hören wieder, ne? Chatt war auch fast nett. War dir nicht nett? War dir böse? Ich muss echt sagen, ich war sehr nervös bei dem Interview. Mann! Ich war sehr, sehr nervös. Ich glaube, ich bin wieder da. Das sind halt einfach in ihrem Feld sehr, sehr bekannte Leute, sehr erfahren, auch bei der ganzen Fußballthematik. Und ich bin halt so ein Trottel. Ich hoffe, es war einigermaßen angenehm. Ich habe gemerkt, dass ich ab und zu so ein bisschen versucht, also ich habe ab und zu mal drüber geredet. Ich hätte sie ausreden lassen sollen, weil die so im Hype waren. Das war ein bisschen blöd. Das war nicht so optimal. Aber ansonsten hat es sich echt sehr gut angefühlt, sehr angenehm angefühlt. Ich finde, dass du das gut gemacht hast. Ich finde, du warst ein guter Interviewführer. Wenn du so das Gefühl hast, dass denen sie ihre... Aber manchmal, du hast so das Gefühl, das, was sie sagen wollen, ist vorbei und dann setzen sie zum neuen Punkt an, aber du streust schon so diese Frage dazwischen, weißt du? Ja, aber die beiden sind halt sehr emotional und sehr hyped. Die würden ja auch mega abschweifen. Ich finde das aber so geil, oder? Ja, ja, klar. Also wenn du dir jetzt den Yunus anschaust, wie der brennt für das Ganze. Das ist so geil zu sehen. Ist auch krass. Ich wusste das gar nicht, dass sie schon vor zehn Monaten diesen Staff und dieses Team aufgebaut haben. Vor sechs bis acht Monaten, hat er gesagt. Sechs bis acht Monate. Ah, okay. Aber es ist trotzdem... Also, die haben nur für das World Cup, nur zum Trainieren für den World Cup, trainieren die seit sechs bis acht Monaten gemeinsam. Ja, ja, ja. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Ha! So. Kani, weißt du, was auch heftig ist? Dass wir jetzt hier noch drei schnelle Wins holen. Ich bin am Verhungern. Wie lange wirst du noch machen? Also, ich würde jetzt gerne zumindest noch zwei, drei kleine Wins holen. Ah, gut. Okay. Aber danach gibt es ja für keinen Sport mehr. Danach gehen wir essen. Ja, wir gehen direkt essen. Konsistenz des Kunstrasen. Ja, mir wurde gesagt, dass es extrem wichtig ist bei diesem Kleinfeldfußball, weil es sehr unterschiedliche Ansprüche an den Kunstrasen gibt. Und bei der Kings League ist das wohl mit der höchste. Und das sei sehr, sehr wichtig für die Gelenke, für den Lauf des Balls, für das Rutschen. Also, das ist wohl extrem wichtig. Ich kann es euch auch nicht genau erklären, leider. Aber da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Standards. Und wie gesagt, ich wusste, dass das eine Frage ist, die halt ein bisschen so aussieht, als wüsste man, wovon man redet. So. Das ist der Moritz Leitner. Oh, sorry, ich bin ja nicht so gemutet. Sorry, jetzt labbe ich dich voll, Kari. Alles gut. Ich höre gern zu. Okay. Der Moritz Leitner ist der MVP der Baller League. Ja, genau. Also der ehemalige. Und der ist jetzt hier. Ganz vielleicht habe ich auch kurz mal mit deinem Chat geredet, während ihr Interview gemacht habt. Das ist super lieb. Ich war nur ergänzend für wichtige Informationen zuständig. Dein Chat kann es in dem Moment auch gerne konfirmen. Ja. Ich muss sagen, von diesem Yunus, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht, also der Chat, ich bin so positiv von dem überrascht. Weil ich, also ich hatte, ich hatte sehr großen Respekt vor jemanden, der so eine krasse Reichweite hat und der halt aus dem TikTok-Spektrum kommt, dass der also so freundlich ist und dass du so normal mit dem reden kannst. Ich verbirge mich für Kari. Okay, dann ist gut. Fühlt euch geküsst, Chat. Ja, der ständige Schultergriff war lustig. Ja, das tut einem nicht, so ein Schultergriff. Ist doch nice. Das war auch ein bisschen hyped, weißt du. Okay. Oh. Leider wurdest du gedocht. Das sah noch am absoluten Freeway aus. Kann ich. Lass uns, lass uns einfach sagen, wir machen jetzt noch bis, bis 10 Wins. Warte, 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 bis 10 Wins. Ja. Und keine Ausrede. So. Wir machen jetzt 10 Wins. Äh, warte, wie viel hast du jetzt? Äh, ich hab fast 10. Was heißt fast? Kurz davor. Fast ist nah dran. In Zahlen? Ähm. Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt praktisch 2 hättest, na? Und du würdest das multiplizieren mit 10. Und dann würdest du es durch 5 rechnen. Und dann daraus die Wurzel nehmen. Und dann plus 2. Dann hättest du es. Chat sagt, du hast 6 Wins. Du bist doch 4 Wins. Ich hab heute noch nichts gegessen, außer die Kacke vom Frühstück. Ja, also, keine Ahnung, wir wollen halt schon, also ich würde gerne hier, pushen. Wir machen, wir geben Vollgas. Jedes Game Lucianami. Ich bin im Strudel. Ich bin im Nowation Streaming Strudel gefangen. Ja, ist ein schöner Strudel, oder? Sei ehrlich. Ist ja auch schon nach 0 Uhr in Deutschland. Ich muss jetzt, ich muss jetzt wirklich meine Klimaanlage anziehen. Hier drin wird es so heiß gerade. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde halt, also wir haben heute nicht gut performt. Ich hab viele Fehler gemacht. Ich bin zu oft gestorben. Ich hab zu aggressiv gespielt. Und jetzt, jetzt muss man halt ein bisschen leiden, weißt du? Und ich bin da bereit zu sagen, okay. Aber mit Essensentzug. Ich verzichte auf den Sport, damit wir hier länger performen können. Du weißt, wie ich Sport liebe, weißt du? Ich verzichte aufs Fitness, damit wir hier noch ein bisschen spielen können. Wait. Aber wir könnten auch Uber Eats reinorgeln und dann einfach in die Bar und dann später noch snacken. Das machen wir ja. Aber wo ist Jan? Jan ist bei mir, weil der muss ja nachher wieder alles abbauen. Ah, okay. Das ist auch Quatsch. Wir sind ja gar nicht zusammen. Ich glaub, die Idee ist dann praktisch, Jan und ich bauen hier ab, du gehst in dieses Restaurant, bestellst für alle Essen und dann kommen wir dazu. Weil das ist ja nur fünf Minuten. Und was isst ihr? Ja, das, was du bestellst für uns. Ja, klar. Ich schaufel das alles weg. Ich hab so einen Hunger. Ich freu mich so drauf. Wait, hast du nicht gerade gesagt, wir spielen jedes Game Lucian Nami? Aber Caitlin ist zu broken, oder? Ja, ja, nein, stimmt. Caitlin, wir müssen nur mitnehmen. Lass aber vielleicht, also ich hatte das Gefühl, dass wir ein bisschen Peel brauchen. Ja, ja, ja. Das war mit Ash. Ich mein, wenn die Ash passt, auf jeden Fall. Aber das Blacksheet war echt ein Tilt da für uns gefüllt. Zum Beispiel hier sieht Ash gut aus, ehrlicherweise. Oder? Ja, das kann ja eigentlich nur ein... Also einer von den beiden muss hier Botland sein, oder? Ja, also hier sieht doch Ash richtig gut aus. Velcro's Engage'n oder so? Ja, ja, ja. Actually, let's go. Kann doch Lux gehen sonst. Aber ich glaub, hier sieht Ash gut aus. Also mein Chat schreibt grad, deine Mathe-Rechnung, die du mir aufgetischt hast, macht gar keinen Sinn. Wieso macht die keinen Sinn? Weil die Rechnung, die du geschrieben hast, da kommt vier raus als Lösung. Ja, klar. Wir brauchen noch vier Wins. Ich hab sechs gerade. Ach so, ich dachte, du schreibst mit der Mathe-Aufgabe, wie viele Wins... Nein, 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 ich hab gefragt, wie viele Wins du schon hast. Ach so, nee, nee, ich wollte sagen, wie viele Wins ich noch brauche. Sorry. Ah, okay. Na gut. Also, solltet vier rauskommen? Okay, wir glauben ihm. Ist Kani auch in Mexiko? Ja, Kani ist auch in Mexiko. Leider. Es ist so Hass. Nee, eigentlich hätt ich mich auch zu den Boys grad eben dazugechillt, aber ich bin halt 15 Autominuten von denen weg. Und ich hätte dich gebraucht. Ich war komplett aufgeschmissen, ja. Es ist halt, ich hätt... Nee, mit einem 60er geh ich ja gar nicht in einen Raum. Und dann kommt noch dazu, dass es draußen 35 Grad hat und ich bin dann bei meiner Klimaanlage lieber. Aber findest du da nicht krass, dass der mit fünf Jahren bei denen war? Mit fünf Jahren? Das ist echt krass, klar, ja. Das ist komplett insane. Ist das nicht insane? Aber das ist so das normale Alter. 4, 5, da fängst du das Fußballspiel an eigentlich. Das hat, glaube ich, auch mit fünf angefangen. Wie kann denn der Verein sagen, so, ja, du bist es? Ja, das ist echt... Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Wie kann das der Scout sehen? Weil die wissen ja noch gar nicht, wie du wächst und wie groß du wirst und wie deine Muskelnatursicht entwickelt. Ja, und wie kriegst du den Fünfjährigen zu einem Scout? Und wie so deine Pubertät verläuft und deine Muskelanlägen und so. Das ist doch alles ultra wichtig, oder? Ja. Aber stimmt, wir wollten fragen, warum du für Real bist im Finale. Warum ich für Real bin? Ja, weil die gegen FC Bayern gewonnen haben. Und Bayern muss das beste deutsche Team sein. Mhm. Ja, klar, oder? Ja, nachvollziehbar, aber gehe ich nicht mit. Nee, ich glaube, am Ende des Tages ist man immer für die deutsche Mannschaft, oder? Ja, vor allem so, wie Real gewonnen hat. Nee, man ist, ich würde sagen, immer für die deutsche Mannschaft. Was ich nicht so ganz verstehe ist, warum bei all diesen Ligen, wenn du jetzt den DFB-Pokal anschaust und die Bundesliga, da hat ja beides jetzt der BFB gewonnen, ne? Oder hier, Leverkusen. Äh, ja. Ja, genau, jetzt stimmt. Aber warum haben die dann bei der Champions League nicht abgeliefert? Weil die in der letzten Saison sich nicht für die Champions League qualifiziert haben und die haben jetzt, die waren im UEFA-Cup-Finale. Aber das ist doch voll scheiße, dass da nicht das beste deutsche Team zur Champions League fährt, oder nicht? Ja. Ist das ein ultraschlechtes System? Chad, es ist wieder Ragebait. Chad, 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 Chad holt die Oropax raus, er ist am Ragebaiten. Fallt nicht drauf rein. Wie, ich bin am Ragebaiten? Was ist ein Ragebait? Warum, warum, Chad, nicht mehr geworfen? Geworfen im Fußball. Weil wenn du, wenn du den Ball in die Hand nimmst, dann kannst du das Tor viel leichter treffen als mit dem Fuß. Ja, du hast recht. So, ich, ich frage mich das immer, warum nehmen die, klar, du kriegst eine gelbe Karte für Handspiel, aber gelbe Karte für Tor ist doch viel für Super Warp. Weil ich bin ja gar nicht mit, ich bin ja Botlane. Welches, welches Spiel war das mit der Doppelbestrafung? War das nicht WM, wo der eine Bro auf der Linie mit der Hand den Ball gehalten hat, Rot dafür bekommen hat und dann, und dann der Elfmeter verschossen wurde? Da erinnere ich mich noch dran. Ja, ja, der hat irgendwie in der 85. Minute, ähm... Und Geist ist die Handkottos, oder? Das ist doch am Geist, ne? Ja, das ist auch krass. Diego Maradona oder so? Was? Ja, genau, die Handkottos Maradona. Also, das ist so ein geiler Move, ne? Ach, war das eigentlich Suarez sogar der Hund, der Schlawiner? Was ist so der krasseste Fußballmoment, der dir im Kopf geblieben ist? Ich kann anfangen. Für mich war das tatsächlich der Kopfstoß von Zinedine Zidane. Okay, okay, ja. Ich war ein riesen Zidane-Fan damals. Ja, wir alle. Ich war ein riesen Zidane-Fan, war ich. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das... Also, das war so terrible für mich damals. Also, ich glaube, bei mir war es... Boah, schwierig. Ich meine, das 7-1 ist krass. Mario Götzes Tor. Also, für mich persönlich auch... Mr. Wembley. Also, das Tor von Robben 2013. Mhm. Ähm... Der Arjen. Ähm, 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 ähm... Was war denn noch krass? Das ist schon von No Way For You-Präsidenten-Elfmeter gehört, der jetzt dann kommt. Der wird dann morgen... Wenn ich mich als Präsident einmelden würde, und die gewinnen, kriege ich einen Teil von einer Million. Ja, klar. Das mache ich doch, oder? Jonas, geh mal zur Seite. Aber machen wir einen Präsidentschafts-Putsch, machen wir da morgen. Da musst du einen Elfmeter schießen. Ja, das ist mir doch scheißegal. Ich muss ja nicht treffen, oder? Du musst einfach besser spielen. Ja, aber wenn ihr verliert, gibt's Gorka-Geld. Oh. Stimmt, der Fallrückstür von Zlatan war auch krass. Schlattern. Mit dem hol ich mir ein safe-foto. Den kannst du hier treffen sogar, ne? Der ist da. Ja, ja, der ist hier, der ist hier. Heute ist wohl auch Bike durchs Hotel schon gelaufen. Ich hab... Vorhin hab ich nur ganz kurz E-Bay getroffen. Hast du mit dem geredet? Nee, er hat nur kurz High gesagt. Der ist aus dem Fahrstuhl rausgekommen. Er hat XB High gesagt? Kannte er dich? Ja, ja, ja. Na, na, woher soll ich mich da kennen? Aber er war halt einfach freundlich, glaub ich. Der ist echt richtig angenehm, überall. Der ist nicht so wie dieser... Gibt's diesen riesigen französischen Creator, Kamedo? Der ist tatsächlich sehr unangenehm. Ah, das ist der KC-Bro, ne? Ja, ja, ja. KC und unangenehm. Who would have thought? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin bad as fuck, mate. Der war so low hinten, der Willkotz. Ich bin leider auch tot. Ist auch tot, ne? Weißt du, okay, die haben alles, die haben es benutzt. Jetzt haben wir noch ordentlich gezündet hinten raus. Das ist, also... Wir sind einfach zu greedy. Oder ich bin zu greedy einfach. Dass ich mich da vorne hinstelle, ist so bad. Der Punkt ist halt, wir dürfen nicht so viel traden, sondern einfach die ganze Zeit pushen. Irgendwann ist er so um und er verliert so viel CS. Oder welches Tor auch immer krass war, war... Aber ich bin jetzt halt Bayern-Fan so. Aber der... Die... Die Ecke... Gegen Man United von Ribéry und Robben. Der... Die Direktabnahme. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, um ehrlich zu sein. Das ist schon noch länger, ja. Nein. Das gibt's nicht, oder? Der hat ein HP gehabt. Aber ich hab die Wave gefreased. Oh mein Gott, Mitte hat auch... Der hatte ein HP. Nee, Freddy, der Server ist es nicht. Können wir heimfahren? Es ist ein... Was passiert denn hier? Okay, lass doch nur noch Lucianami spielen. Der hatte ein einziges HP. Aber es ist auch... Wir ziehen durch bis 10 wins, ne? Es gibt keine Gnade. Wir ziehen da durch. Oh mein Gott, war ich... Okay, er hatte mal da. Ich mein, unsere Zuschauer müssen langsam schlafen gehen. Das ist okay. Aber wir ziehen durch. Shit, bitte geht's. Wenn Freddy keine Zuschauer mehr hat, wird der Safer auch nicht weiter streamen. Es geht jetzt wieder einfach alle. Das gibt's so einen bitteren End, das stream ich hier. Das gibt's nicht mehr. Meine letzte Mahlzeit war um 7 Uhr morgens heute. Ich hab zwei Protein-Shakes getrunken. Das zählt nicht als Mahlzeit. Ich kann noch. Ich kann noch. Welche Elo seid ihr? Ich will nicht drüber reden. Äh, Challenger 700, glaub ich, so ungefähr. Ja, bei mir schreiben alle, die machen durch heute. Na klar. Ich glaub, wir sind immer noch fein. Lass einfach pushen jetzt. Weniger traden. Ja, wenn ich mir die Items anschau, ist, glaub ich, traden eh abgefahren. So? So kostet die jetzt nicht. Das ist immer das Schöne mit Ezreal, find ich. Weil selbst, selbst wenn er einen Kill macht oder so, so richtig Snowballen kann, hätte ich nicht. Ja, das stimmt. Ich glaub, Ezreal ist einfach sehr schlecht aktuell, ehrlicherweise. Und unser Team ist ein Parallel, wir müssen nur chillen. Ah, Shaco ist oben. Nice. Lassen wir das Pinko klären. Nice, wir haben hier auch eine Honey Fruit. Wir können vielleicht eine Wave sehr akklusiv pushen und dann die Honey nehmen. Good Damage auf ihn gekriegt. Lass pushen, lass pushen. Ich nehm jetzt die Honey, ja? Für Mana einfach. Jo. Damit wir weiter pushen können. Ich kann auch später eine Proke-Ult auch noch setzen. Ja, wir müssen halt einfach so spielen. Wenn wir das dann einfach... Schau mal, wir können so easy CS-Date aufbauen und die einfach starven. Ich bin einfach zu aggressiv. Das muss ich erst noch lernen. Das muss ich erst noch lernen, ne? Ne, also... Wir gewinnen den Fight sogar, wenn ich da vorne nicht legit jeden Spell von denen fresse und so, Logan. Autsch. Autsch. So ein ganzer Team. Let's fucking go. Mit den Hombres hier. Irgendwer kommt runter. Oh, wir sehen Schaukel, wir sehen Schaukel, wir sehen Schaukel, wir sehen Schaukel. Er ist nicht bei uns, er macht den Drake, oder? Ne, der macht Gubis, äh, äh, Krabbe. Oh mein Gott, mate. Er darf halt leider, er darf's halt. Shaco kann dann sofort kommen. Ich bin echt hier sehr los. Soll ich einfach BF holen gehen? Ah, hat Shaco da grad gepuppt? Das ist halt, auf der anderen Seite, wenn du Error hast, kriegen wir einen Kill. Ey, ich wollte grad sagen, wir hätten gleich Error. Ey, Ezreal hat Cleanse. Ja, wir nehmen Wilkos, wir nehmen Wilkos. Ja, ja, ja. Die haben weder Heal, noch haben sie Dings. Die haben halt bloß, also die machen sehr, sehr, sehr viel Schaden, ne? Wenn uns irgendwas trifft, sind wir direkt Loat. Nice, das hier. Okay, ist wieder da. Ein Minion auf Six. Mhm, nächste Wave. Malsa könnt kommen, ist erstmal raus. Ja, oder wir, ah, ist das Wiccan Wave? Ich cover Drake, so wie's aussieht. Witzig, leider, er ist auf Horn. Kannst du das checken hinter uns, dass der nicht mehr der Ult um die Runde läuft? Mhm, hier wurde grad Fisch gewordet, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Das Wilkos ist einfach. Die Fight in Mitte. Sollen wir ulten? Äh, ja. Wir sehen Shaco. Ah, nicht unter dem Türm, oder? Ich glaube nicht unter dem Türm, ne. Ich glaube, wenn du das machst, kannst du ihn sogar. Ja, ja. Erkane kommt, das 3 gegen 3 gewinnen wir. Ähm. Ich weiß nicht, warum. Nein. Mein Gott, der Kane ist diving gegangen. Wenn der Kane nicht diving geht, ist das glaube ich fein, oder? Ist okay, ist okay, ist okay. Flash Ezreal. Oh, wir stehen 06 auf Bord. Ja, wir sind echt krasse Inter heute. Aber das ist einfach Jetlag, das ist einfach Jetlag. Setup, Jetlag. Alles, alles. Ausgehungert. Ausgehungert, ja, vor allem ausgehungert. Also wir haben auch gar keine Ressourcen. Ja, wir werden von unserem Team beschämt und so. Ja, ja, ja. Aber er hat keinen Destello mehr, also es sollte für ihn sein. Ich habe auch den ersten Gathering-Proc jetzt. Was wäre ein Caitlyn-Game, in dem wir nicht mit drei Toten starten? Hat der Lenz? So nenne ich. Nee. Also maybe beim Kane irgendwas, aber was sollte er glänzen beim Kane? Soll ich den Pfeffer? Der Erdix ist hier bei uns, der Vel'Gos. Ja, ja, ja. Shaco ist hier. Ja, wir chillen. Wir chillen, wir chillen. Aber ich glaube, wir haben keinen Arrow-Play, oder? Ich glaube, der andere killt uns legit. Ja, ich glaube, aktuell sollen wir einfach chillen. Ich habe in der Base gleich Collector. Können wir doch noch was gucken. Der Vel'Gos macht halt auch. Der macht halt unfassbar viel Damage-Hits. Ja, ja, deswegen meine ich. Da, das ist ätzend zu spielen. Ich will Collector hier. Du musst rennen. Äh. Der Shaco von denen ist halt sehr, 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 sehr fett. Vorsicht. Ihr lasst uns nicht Base. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der Vel'Gos kann nicht fast einfach ulten und du stirbst. Hm, 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 hm. Wir bräuchten tatsächlich Hilfe hier. Also ein Diana-Roam oder so. Nein, Mann. Das wäre so big gewesen. Nice try, though. Ich habe keine Exhaust. Oh Gott. Ja, wir müssen wir recorden. Wir müssen recorden. Sonst werden wir das Geh vom Shaco greift. Ja. Muss ich das erst wiederholen, ne? Wait, ihr habt ihn geshottaunt. Big, 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 big. So. Das Game sieht an sich gut aus. Das ist einfach nur, wir müssen einfach weniger disrespekten und greedy sein. Das ist jedes Game-Win her. Einfach für Waves spielen und dann auch für die Karte. Ich hoffe einfach, dass wir morgen ein bisschen höhere FPS haben. Da kann man vielleicht auch mal Last hitten. Äh, hat der irgendein... Die haben wieder nichts benutzt, ne? Nein. Die hatten, glaube ich, nichts. Oh, der ultet da rein. Hm. Maybe der Vel'Kos beim Zurücklaufen. Inténtalo de nuevo. Der hat dort auch keinen CS-Win, ne? Ah, der Vel'Kos? Nein, 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 nein. Nee, ich glaube auch nicht. Wave 3 und chill Engel ist das hier. Einfach Basen hier, oder? Mhm. Oder? Uah. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. In keiner Welt, in keiner Welt. No! Hat er dich gefunden? Als... Ja. Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Dann kannst du irgendwie den Vel'Kos-Ulti rausbekommen. Nein, ist noch nicht gleich gekriegt. Ah, ich hätte nicht Ulten sein. Das Game ist völlig warm. Also wir sind topstark, wir sind junglestark, mittelstark, ich bin gefarmt, so. Ich glaube, jetzt könnten wir fighten sogar. Also, jetzt wird's gehen. Wollen wir vielleicht den Chaco beim Red clearen? Mhm. Der hat keine Ulti. Also, sein Klon, glaub ich, läuft noch, aber... Hast du da aufpassen, Vakos wird auch moven. Ja, der kommt da. Schau doch. Wir werden Bot-Töte nehmen. Vielleicht den? Dürfen wir hier durch. Ja, das war actually insane vom Ezreal. Nice. Doppel-nice. We're back. Sehr schön. Wir sind verdammt nochmal weg, ja. Ezreal hat gerade geflasht. Chaco war Bot. Was hat das denn? Massacre. Was sagt der? Holy fuck. Ja, das ist Massacre. Oh, please. Chaco ist in der Mitte auch. Wir brauchen den Bot hier eins. Wir brauchen den Kill auf den Chaco vor allem, aber... Wir sind jetzt nach den zwei Kisten gar nicht so wirklich weit behind, äh. Der Malz ist halt sehr tanky. Der Malz ist halt sehr tanky. Ah, der hat noch den Turm, aber... Also, der hat einen Mana Moonshahn, ich glaub nicht, oder? Oh, warum läuft sie nicht auf ihn drauf? Hm, da stehst du die Bot-Land dahinter. Äh, Vakos war bitte, ja. Die haben auch alle Sams wieder raus, die Bot-Land. Mhm. Kann ich die Töte bespielen, oder ist das bad? Ey, wir wissen ja nicht, wo Shaco ist. Aber Ezreal, Vakos sind Mitte. Aber ich glaub, du musst eigentlich Mitte kommen. Weil wir sonst jetzt... Ah, wobei Mitte ist, anyways, gone. Dann nimm unten, dann nimm unten. Wir müssen schauen, dass du dann irgendwie rauskommst unten, weil ich glaub, der Shaco geht schon für dich. Nice, ich bin Base. Es ist fast n' ganz net, findet die Edge auch. Hm, ich komm Richtung Mitte. Ich glaub, wir können jetzt hier spielen. Weil Shaco grad Base ist. Weil der hat eine Vision. Hm, der Drake will ja auch ab, ne? Ja. Die machen Harald, so wie's aussieht. Wollen die vielleicht spielen? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, wie lange ist das jetzt? Ich werde geultet hier. Wir haben einen? Ich hab den Shaco. Hier ist der Shaco gestunt. Wow. Ja, ich weiß nicht. Diana ist Spotlane gegangen, nachdem sie auch den Harald gepinkt hat. Und mit mir mitlanen war. Eigentlich ist das trotzdem worth. Das ist trotzdem worth. Das ist trotzdem worth. Nice. Boah, wir sind halt schon wieder... Wir sind einfach selber schl... Wir sterben einfach zu oft. Ja, ja, ja. Das stimmt. Wir sterben einfach schlecht. Ja, schon wieder elf Mal tot. Alter, die sind da hier noch. Das ist halt... Also, eigentlich müssen wir... Wenn ich dieses Gameplay sehe... Wir müssten jedes Game... Wollen wir, nein. Jedes Game. Aber wir spielen einfach nicht gut. Ja, leider hast du... Recht. Boah, ich blute. Lass du Drake spielen, oder? Ja. Es ist 100% winnable, das Game. 100%. Arrow in 19. Ja, der ist relativ stark. Arrow in 5. Ja, ich komme mal runter für Drake. Dieser Eisengeruch von Blut ist echt nervig, ne? Wait. Warum... Warum... Ich habe mir mein Knie irgendwie aufgekratzt von Nervosität. Oh, shit. Wait. Ernsthaft? Brauchst du ein Pflaster? Ja, das ist nicht schlimm, mein Gott. Jetzt werden wir das Solo-Q gewinnen, ja. Den wins. Süßes Tagesziel. Die Gegner geben uns auch auf 3 Objectives, also ist alles spielable. Ah, der hat Clans, ne? Aber holen wir uns das mal. Das ist trotzdem sehr, sehr big, oder? Die werden Herald hier nehmen. Oder? Ja, ja. Vorsichtig, vorsichtig. Nur noch mit Chaco aufpassen. Ja, den haben wir auf Herald gesehen. Hm? Gleich Infinity Edge. Ey, wie wichtig denn den Tower können wir nicht halten? Ne. Aber der ist schon länger gelebt, als erwartet. Wie ist eigentlich Mellie nennen's? Okay, der Equalizer. Ja. Boah, die Trap war sick. Alter Schwede, das war richtig gut. Assessinado duble, baby. Let's go. Ich geh Besen für Infinity, ne? Ich kann eigentlich noch eine pushen, sogar, ne? Kann ich Turd auch nehmen? Ihr solltet nicht fighten, unbedingt. Ja, ich glaub, der Zug ist abgefahren. Wir sterben einfach. Hm. Wir müssen auch wirklich aufpassen, dass wir nicht immer alles auf dem Mäser heizen, weil der ist praktisch frühtägend, der, gell. Diana, bitte push doch unten. Aber ich glaube, wir hätten sogar Mitte auch noch weitermachen können. Äh, wobei, dann krisen wir. Ne, 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 Israel will respawn. Reset nur true. Ach, stimmt. Dann toplane ulten. Mhm, ich komme. Das Schild ist jetzt weg vom Mäser, wenn du dann hättest. Ah, der Ken wollte leider nicht mehr. Ken ist leider gewesen. Für mich das Hauptproblem ist der Shako, aber der ist oben gerade. Äh, unten. Wir haben die Diana gekriegt, aber sie hat den T2 bekommen. Wir fighten hier. Ne. Alter, shit, der chilliger der mit Floor. Bin wahrscheinlich tot, ne? Asesinato Double. Wuh, okay. Best so winnable, bro. Ich nehm top turret jetzt, ja. Ja, ich bleib bei denen. Shako ist da. Aber ich weiß nicht, ob er den Recall durchgezogen hat. Kann sein, dass er gecancelt hat. Also Warden, ne? Nice. Es ist so big, man. Okay, wir haben fast geacet, ja. Ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo die Traps halt, also sehr, sehr strong sind. Weißt du, das ist halt, wir machen uns das Leben selber schwer. Dieser Server ist eine reine Fiesta. Und wir müssen einfach nur in Berlin nicht mitfiestern. Kurz reinscalen und wir ficken die komplett, äh, entschuldige den Ausdruck, aber die werden gehopst, meine ich. Eine Astro-Hopstung. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Klimaanlage bei mir fucking useless ist. Irgendwie, ich schwitze ja, wenn mich die Klimaanlage anboostet, schwitze ich noch mehr. Das kann ja nicht normal sein. Das ist aber auch keine Klimaanlage. Ich glaub, das ist jetzt einfach nur ein Ventilator. So ein Standventilator. Ich glaub, das ist ein Standventilator. Ne, aber der hat diese Cooler-Funktion. Also, der Nacht ist zwar ja so heiß, ne? Ähm, ja, Freddy, ich hab schlechte Nachrichten, aber das ist deiner. Oh, ja, der bringt gar nix. Vor allem, ich glaub, der pisset dich auch mit richtig dreckiger Luft an. Oh mein Gott, was hab ich da geklaut? Das ist mehr so. Das ist schlechteste Diebesgut aller Zeiten, ne? Kann man so mit dem Malsor-Fleshhold aufpassen. Chaco kann mich auch wohnen hinten. Solange die nicht Nash nehmen, können sie immer fallen. Die gehen alle irgendwie runter. Äh, ne, die schwarze in den O-Tass ist nicht matt, die ist glänzend. Und wunderschön. Aber trotzdem geil. Seitdem ich die trinke, meine Erkältungen nach dem ersten Tee alle genesen. Instantly. Ist das nicht für uns jetzt ein Baron-Engel? Ich glaube auch, ja. Die haben keine Vision dran. Und den haben wir machen? Der wär einfach free, no? Ja. Hier, der ist bei uns, der ist bei uns. Der Chaco. Hast du Arrow für den? Ey, ich glaub, es bringt nix, oder? Ich glaub, den hättest du 100% Arrow müssen da. Okay. Melkos? Da oben. Okay. Soll ich das in der Box? Chaco ist oben beim Rumble. Ne, bei der Rainer. Hat kein Ult. Nice, die fliegen unten wieder. Wir pushen unten einfach vor, würde ich sagen, oder bitte? Äh, yes und dann gehen wir für Dragon. Ja. Ult in 20. Shaco recoilt oben. Wir sollten wahrscheinlich unten dazu rennen, wenn wir können. Ja, ja, glaub ich auch. Ich glaub, wir können die da hops nehmen. 10 auf Arrow. Boah, ist der Ezreal-Tanky. Was baut der? Warum hat der so viel AP? Kindle-Jam-Trinity halt, ja. Weißt du, du hast keinen Arrow, ne? Doch. Alles. Wollst du mir Chaco? Oh, ich glaub ich nehm den Recall schnell. Wir haben X-Gates, wir sind gleich wieder da. So, und rein da. Äh, die Diana. Äh. Okay, das war's dann wohl mit dem Free Dragon. Der Shaco kommt von der Seite, der ist Invis da. Ähm, ich dachte, ich bin fein. Ich wollte die Trap legen, das ist der Cassandra. Ihr müsst rennen, wenn ihr könnt. Ach, Mann. Fuck. Ich will der Klon den einfach. Ne. Was ist das? Das ist aber erst der zweite Drag. Also, das ist kein Problem. Will ich hier Shield-Bow gegen den? Das Gritta hat immer als letztes. Ah, vermutlich gar nicht so verkehrter. 55 AD ist nicht so bad, oder? Statt Juntal. Ah, mein Damage ist crazy, by the way. Oh, big. Wait, aber wenn wir Nash nicht verlieren, dann stirbt. Wenn wir Nash nicht verlieren, dann stirbt. Okay, stirbt nicht mal. Sagen wir mal, wer flayed? Schön. Oh, der wurde gesniped. Mitte TP? Ähm, die gehen einfach, ob wir Mitte zwei oder ob wir Nash? Sollten eigentlich Nash gehen, die gehen da. Ich glaube, ich jodel da mal einen Error rein, wenn die weiter gehen. Okay, das rückt nicht, oder? Doch, doch. Ja. Boah, macht der einen Schaden. Dafür, dass er so tanky ist. Müssen auf Shaco aufpassen. Soll ich das eh jetzt nochmal auf dich gesprungen? Shaco ist oben gerade. Hm. Keine Ahnung, es ist sauschwer an die Rand zu kommen gefühlt. An die Gegner. Also wirklich, wirklich rough. Aber wird schon. Ich hab schon wieder Error. Aber auf dem Papier, wenn ich wahnsinnig stark ist. Aber auf dem Papier, wenn ich wahnsinnig stark ist. Ich hab schon wieder Error. Aber mit jedem Error oder so? Ja. Ich hab bloß, also, wir bräuchten irgendwie permanent Sweeper, damit mich der Shaco nicht more netted. Ja. Ja. Okay, Mitte. Error, Error, Error. Ich wollte erst schauen, wo er langläuft. Und jetzt bin ich fucking silenced. Man! Man! Ist das oben? Oh, gut. Der Heal. Das ist erstmal raus. Oh, shit. Nice. Ich bin sehr low. Ich kann nicht mehr fighten. Ich weiß nicht, wo der Shaco ist. Ich weiß nicht, wo der Shaco ist. Ich weiß, wo der Shaco ist. Oh, schade. In dem Moment. Der ist schon nach vorne. Ja, Shaco wird halt... Wir sehen ihn. Oh. Ja, uns fehlt einfach so ein bisschen der Engage, leider. Vor allem, wenn ich die Errors waste. Mhm. Ja, aber die Errors sind auch... Es ist einfach schwierig zu folgen. Die haben halt den... ... und den Dings poke. Aber wenn ich jetzt gleich noch... Ja. Also, ich habe jetzt... ... Shieldbow. Frage, ich hätte noch 50 Gold gebraucht. Warte ich das? 40? Also, ich war jetzt auch 30. Aber ich habe Sport darin. Ja. Also, wenn ich BK habe, werde ich mich immer gegen Live stehlen. Ziemlich sicher. Weil die haben... Eigentlich haben die ja nur Poke, die Gegner. Jo. Okay, Nash achten. Die könnte man auch gerade Nashen, ne? Ich habe, äh... Du Trinket. Die sind ziemlich... Sind die drin? Ja, sind dran. Ja, sind sie. 12k. Der Shaco ist hier. Ja. B. Ja. Ja. Ha, ne. Ja. 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 Ja, das ist ja nicht collectiv. Vielen, mh. Ja, das ist ja auch noch nicht gleich automatisch. Okay, fünf Sekunden auf Arrow. Nein, 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 raus und Drake, raus und Drake, raus und Drake, alles klar. Ich fahr jetzt, ich fahr nur noch Lifestyle, also wenn ich BT habe, wäre echt ne gute Schoß, ziemlich sicher. Das ist bloß der, wir müssen den Shaco catchen, bevor er mich one-hurtet. Am besten bietest du dich wahrscheinlich für den an. Ja, 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 ich hätte auch einen Exhaust, also wenn er so eröffnet, ist es losing. Nein, 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 ich glaub der one-hurt mich, bevor du ihn exhausten kannst, ziemlich sicher. Nein, nein, ich mein, wenn er auf mich geht, wenn er auf mich geht. Also Sweeper? Weil ich hab Bubble und Exhaust, ich kann das tanken. Der ist unten, der ist unten. Der ist da unten. Drake, Drake, Drake. Das einfach machen, oder? Aber können wir nicht den Shaco actually unten töten? Oder die Zipin sogar nach unten. Also unser Jungle ist halt nicht da, deswegen. Ja, ich komme. Oh mein Gott, ich bin gegen die Wand gewählt, ich bin tot. Ich bin gegen die Wand, wie kann das sein? Ich stand doch direkt an der Wand. Wie kann das denn sein? Fuck, ihr dürft nicht sterben jetzt. Ist mein Gott. Ist mein Gott. Ich verstehe nicht, wie ich da nicht über die Wand... Ich stand direkt... Ich bin direkt an die Wand gelaufen. Ist die an dem Teil ein bisschen dicker und man kommt nicht durch? Fuck. Ey, das ist so schade. Ja, die kriegen dann ein Turret. Nein! Oh, das ist so huge! Perfect! Ja, eigentlich, sobald du ab bist, sollten wir da rein. Ja, wir sollten die auch aufhalten. Also wenn sie zu lange sind. Es wäre wichtig, die aufzuhalten. Ich kann da ja noch ein bisschen was machen. Nice, das so. Schön! Schön! Ich komme mit Bottling. Ich komme mit Bottling. Ich komme mit Bottling. Ich komme mit Bottling. Er hat noch Sonja. Bleib dran, bleib dran. Warum bleibt keiner dran? Ja, bei mir wäre auch Kassante. Vakos wird er gleich rauskommnen. Er hat kein Ult mehr. Da oben Können wir die langsam chasen mit deinem Stores? Soll ich Chaco kommen? Ah! Jo, da war es leider schon zu spät Oh Strong Okay, 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 I see you Hm, ist tot? Nee, ist Mitte, okay Das Game ist so, wenn er will jetzt, äh Ja, du bist jetzt wieder in deinem Zwei-Headshot-Jeder-Kill Ja, aber ich bin trotzdem Also ich finde, das ist echt, ach, Mann, äh Wir müssen einfach sauberer lanen Nein, es kann nicht sein, ich habe jedes Game 10 Tote Ich bin der absolut, ich bin der König der Fiesta gerade Das ist echt schade Nee, ich bin da schon selber, ich gehe immer zu greedy rein Das bin schon ich, ich bin da immer zu greedy rein Und du bist halt, du bist halt der Leitfragende dann Ach Quatsch Aber wir haben, wir wandern, wir wandern Ja, ja, ja Gleich habe ich, äh, hier BT Ne Nash ist auch nicht da Oder ich könnte auch, das Mercurial könnte ich auch gehen Für die Miser-Ult, aber der benutzt die selten auf mich Nee, ich glaube nicht, dass das worth it ist Ich werfe da einfach mal einen Arrow hin Zum Blue Bar Mal schauen, was passiert Perfekt Oh, du hast, du hast den actually getroffen, der ist tot, oder? Oder war es nicht der echte? Ich glaube, es war der Klon, weil ich, der ist safe gestorben Schade Mit dem hier, bitte? 17 Sekunden, also mein Arrow hat jetzt echt schon gar keinen cooldown mehr Vor allem, wenn ich gleich, wenn ich 16 bin Vorsicht, du mir den kurz Hürgen holen, ne? Obacht Ey, hier kommt auch ein Hex-Gate bei mir Ja, ich würde sehr gerne noch einmal basen, jetzt habe ich 6 Items Oh shit, ich brauche Hilfe Kommt raus, oder? Ja, pass auf, pass auf, pass auf Jacko Ich glaube, wenn sobald dein Schild raus ist, one-headed der dich auch instant Ja, 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 safe Mitte, Malsa am pushen Hast du Arrow für den? Looking, looking, looking Was? Dass der, der Kessante da nicht die Dings zu enttankt, ne? Das ist wild Können wir weiter? Äh, wo ist Shaco? Ja Nash? Haben wir Nash? Okay, wir sehen Shaco Alter Das macht dir so viel Schaden, ne? Das ist ja völlig verrückt Oh mein Gott Arrow in 5, Arrow in 5, lass langsam spielen, dann können wir vielleicht noch turnen Die Diana ist irgendwie auch noch da Scheiße, nicht getroffen Ja, das ist echt gut, der, der spielt sehr viel besser mechanisch als alles andere hier Das ist echt verrückt Ja, ich gebe S, ich gebe S Arrow in 20 Ja, die werden Drake'n, wir sollten eigentlich ein Nash machen, aber wir können nicht, ne? Die werden Drake nehmen Ne, wir können nicht Nash'n Ne, wir können nicht Nash'n Du hast sogar schon Soul Point für die But actually ist der Shaco nach oben Ja, die, die wollen Nash'checken Kann ich Drake nehmen in der Zeit? Hmmmm... Ja, die kommen nach unten Nein, 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 nein Vorsicht, hier kann der Shaco kommen Okay Also ich glaube auch, dass wir Nash'n sollten, aber der Kainz ist anders. Einfach Nash, das ist Free Nash. Ja, der ist Free Nash. Jetzt müssen wir schon über das Micro gewinnen. Nein. Ist das krasser. Ah, der ist nicht worth it, Saron. Ich würde sagen, der ist worth it, Saron. Also wegen Shako einfach. Da ist Shako, es tut. Ist auch gut, wir können enden. Oder? Oh, der soll jetzt rein gehen. Das ist beautiful. Ich habe den Shako full life gewonnen. Ich habe ihn einfach full life gewonnen. Ich habe es nicht mal mitbekommen. Ich habe ihn einfach full life gewonnen. Alter. Ich liebe Caitlyn so sehr. Wenn ich doch ein bisschen besser laden könnte mit der, wäre ich echt gut für den Clim. Das war 100 zu 0, Chat. Ja, 100 zu 0. Ich habe einen Schluck von seiner eigenen Medizin bekommen. Warum sind die alle gebased? Wir hätten noch enden können. Aber die sind alle gebased gegangen. Ja, wir können immer noch enden. Wir können immer noch enden. Nein. Nein, nein, es ist nicht enden. Es ist nicht enden. Es ist nicht enden. Es ist nicht enden. Der Kale ist seine Raptorenfarme gegangen. Die Diana mit Lishman ist gebased. Er hat zwölfes Ball für's annehmen. Doch, es ist sogar Ende, oder? Die Deffen auch nicht mehr. GG. Okay, das ist unser siebter Wind heute. Nice, Karni. Jetzt brauchen wir nur noch drei. Und danach dürfen wir essen. Sie ist positiv. Das ist alles... Wie nennt man das? Wir sind in einem Folterkeller gefangen. Es ist kein Folterkeller. Sondern du kriegst hier Motivation zu Climpen. Chat, bitte helfen Sie mir. Ich hab seit zwölf Stunden kein Essen mehr bekommen. Ascendista et Esmeralda bin ich gerade, Kollege. Ascendista et Esmeralda. Gar kein Problem. Das frag mich für dich. Jetzt geht's ab, ja. So, ich schau mir jetzt den Chaco-Bornet nochmal an. Äh, warte mal. Das war ein beautiful Play, ne? Also gut, da muss ich... Also, was heißt das? Das war ein Play, ne? Ich hab einfach einmal auto-tagged nach einer Trap. Ja, Caitlyn macht so Spaß, ne? Das ist so ein geiler Champion. Let's fucking go. Da ist die Trap. Ich check's am Anfang nicht, ja? Seht ihr ihn? Now you see me. Now you don't. 2300. 2300 Damage. Ist das krank, ja? Das ist so krass, ne? Es wird genau auf dem nächsten Patch, ja. Es wird. Es muss ja auch. Völlig überzogen. Naja, wir müssen noch das ganze Setup abbauen. Äh, Jan, noch drei Wins brauchen wir. Dann können wir abbauen. Ich muss mal ganz kurz die Klimaanlage wieder ausmachen. Weil es ist schon sehr, sehr kühl jetzt wieder hier. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, so zehn Wins am Tag sollte unser Ziel sein. Zehn, zehn Wins am Tag. Zehn, zehn Wins am Tag. Wie lang bleibt ihr in Mexiko? Zweieinhalb Wochen geht das Projekt hier. Wir müssen mindestens Challenger in der Zeit schaffen. Ich hoffe auf Rang eins. Zeig Jan lieber den neuen Dota-Patch? Boah. Lasse, meine Dota-History aktuell ist... Die ist so nice. Ich gewinne jedes Game in Dota, ist so geil. Würdest du sagen, dass der Damage in League viel zu hoch ist? Tatsächlich hat sich Riot dazu gemeldet. Und die haben gesagt, laut ihrer Analyse ist der Damage auch zu hoch aktuell. Und es ist problematisch und der Snowball ist problematisch. Und sie wollen daran arbeiten. Streamst du jetzt immer so? Also länger bis 1 Uhr nachts? Nee, das ist nur heute, weil wir heute spät anfangen mussten. Weil unser Setup nicht ready war. Das ist jetzt nur für heute, weil ich bin extra um sechs in der Früh aufgestanden, damit ich um 8 Uhr anfangen kann zu streamen. Das ist 16 Uhr für euch. Aber leider war das Setup nicht ready. Ein komplettes Setup abbauen, das wird dauern, sonst hast du keinen Sinn... Aber das macht doch nichts, oder? Wir brauchen noch eine Stunde ungefähr für drei Wins, Jan. Wie gut ist der Mexiko-Server im Vergleich? Also was ich bis jetzt gesehen habe, ist absolut illegal. Das ist legit Silber in EO-West. Und ich struggle trotzdem. Das sind die krassesten Fiestas, die ich hier gesehen habe. Welche Elo bist du denn jetzt? Das ist Emerald Richtung Diamond ist das. Oh, ich bin zentral. Oh, endlich mal nicht mit Karni-Bot. Yes! Endlich mal keine 0-10-S. Oh mein Gott, ich bin zentral, Baby. Zentral! Danke an Bernhard Yankies für den Support. Willkommen. Schön, dass du da bist. Wir sind zentral, Baby. Das ist Wladimir Ben. Und dann zeige ich euch mal, was eine echte Irelia mit Hyping kann. Ich zeige euch mal, was eine echte Irelia mit Hyping macht. Mhm. Bist du im Urlaub am Zocken? Das ist kein Urlaub. Das ist eine Geschäftsreise ist das. Das ist eine pure... I'm strictly here for business, guys. Und jetzt kommt es noch, woher in Mexiko ist. Ich habe eine sehr spontane Einladung bekommen von der Kings League. Habe ich gekriegt. Eine sehr spontane Einladung. Und du willst die drei Wins auch nicht. Ich sage dir, ich mache komplett Wollen-Wir-Nein mit meiner... Oder wir gehen Corki. Wollen wir Irelia oder Corki? Ich sage euch, mit meiner Irelia, ich mache das zu einem 15-Minuten-Game. Ich mache das... Alleged, das wird in 15 Minuten. Mexikanische Musik anmachen können wir gleich auch noch machen, Leute. Aber eigentlich, um die Uhrzeit habe ich gerne so chillige Musik, weil viele schon schlafen. Ist ja sauspät bei euch. Mit dem Setup willst du keine Irelia spielen? Das stimmt wahrscheinlich, ne? Auf der anderen Seite, meine Irelia ist sick. Vertraut mir, okay? Vertraut mir einfach. Ich sage euch, meine Irelia, das Game wird ein 10-Minuten-Game. 10 Minuten. Gleich wieder da. Wir brauchen aber AP, please. AP, please. Por favore. Por favore ist es, ne? Gleich wieder da. Also das. Wir brauchen auch einen 10-Minuten-Game. Wie erklärt man das dem Finanzamt, dass man schnell dem Mexiko-Server zeigen muss, wer Boss ist? Wie meintest du, wie erklärt man das im Finanzamt? Das interessiert das Finanzamt nicht sonderlich. Das heißt, komplett normal einfach deine Steuern halt. Wie immer. There it is. Okay, gegen Twisted Feed hier. Wird sich beim Setup noch was verbessern? Ja, jeden Tag jetzt wird sich was verbessern, Leute. Jeden Tag. Alright. Wir müssen jetzt den Turbo einlegen, Kani, okay? Das ist auch cool. Der Turbo ist sowas von eingelegt. Was? Was macht Yunus eigentlich gerade, wenn du noch in seinem Zimmer bist? Achso, Yunus hat einen Dreh für in der Arena. Ah. Also der ist halt die ganze Zeit bei irgendwelchen Filmdrehs und sowas. Crazy. Der Manager stand hier und hat in die Hände geklatscht, dass er sich in Bewegung setzen muss. Das war echt krass, ja. Ja, so, so. Jetzt aber. Aber sein Leben ist trotzdem nicht so schlimm wie meins, weil er kriegt Essen. Naja. Du kriegst auch Essen nach den drei, drei Kleinen. Jan ist auch schon so am Beschweren im Chat. Weil es ist doch gerade mal ein Uhr nachts in Deutschland. Das ist doch easy. Jan, zieh den Stecker. Du musst dich doch nicht beschweren. Du hast doch alle Macht. Nee, der kommt nicht zur Türe rein, weil ich die nicht mehr aufgemacht habe. Vorhin hat es geklopft, ich habe ihn bezugelassen. Problem? Geil. Schau mal, ich bin fucking Rusty Blitzcrank. Den gibt es auf EU gar nicht. Doch, den gibt es auf EU auch. Der ist bloß extrem selten. Ja, 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 natürlich. Aber nicht im LPP. Nee, nee. Das sind, also die Accounts sind besser als LPP. Ach nee, ich bin wieder capped auf 50 FPS. Es ist noch schlimmer. Mann. Was ist für den Wälder, oder? Ja, guck mal, Mann. In 30 segundos. Ah, das ist wirklich komplett Speise, ey. Aber das muss ja was am PC sein. Das kann ja nicht nur auf dem Monitor blamend sein. Also, ich hoffe einfach, dass sich jetzt jeden Tag unser Setup ein bisschen verbessert und verbessert und verbessert, ehrlicherweise. Weil ich glaube, also, das ist für einen Tag macht das nichts, aber ich fühle mich schon gut im Arsch. Und normal ist das nicht so beim Streamer. Ah, jetzt sind die FPS wieder da. Nee, ich finde es auch komplett scheiße. Also, das ist fucking rough, aber wir, also, ich will halt schon, also, ich würde gerne so 10 Wins am Tag würde ich anstreben. Weil dann haben wir wirklich eine Chance für Challenger. Wir müssen uns halt schon hart pushen, einfach mit der Game-Menge, ne? Jetzt bin ich wieder auf 56. Vor allem, es sind immer 56. Ich spiele gegen den Präsidenten in der Mittelein. Oh nein, nicht der Präsidenten. Ah, jetzt habe ich auch gerade im Urlaub sogar. Das würde ja passen. Warum ist mein Draven-Afka? Warum nicht? Okay. Der hat wie Level 1 geskillt, wird er? Interesting. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine passive Kate Deluxe Lane Level 1 gesehen. Ja, aber das ist, also ich glaube, das ist unser großes Verfehlen hier. Ich glaube, hier wird alles passiv angespielt. Und wir sind halt sehr aktive Spieler. Für den mexikanischen Server. Wo kommen wir? Der junglet in die Bot-Side rein, nice. So, la, nur. Nice, nice, nice. Ich glaube, ich muss auch einfach mehr Blizzcrank spielen. Der ist auch sehr oft gebannt auf dem Server. Aber bei Blizzcranks sind die FPS echt fast wurscht. Nicht, ich also, das Beste, das Schlimmste ist halt AD Carry und Last Hitten. Also ich glaube, das ist unser Hauptproblem mit dem Ping. Oder mit der FPS. Weil gefühlt, ich kann halt gar nicht spielen, gefühlt. Ja, ne, also ich habe das vorhin mit Ashe auch probiert. Äh, es ist fucking unplayable. Weil das ist eigentlich keiner gut, was sie macht. Aber ich glaube, das ist nicht mal Absicht gewesen. Ja, das ist low. Kein Flash, keine Ignite. Ja, wo ist die Spotseite, ne? Ja, wir recall. Das ist eigentlich nicht so gut. Der wäre eigentlich tot gewesen, ne? Ich kann vorbeikommen. Ja, ich gehe mal Resetten. Keine Ignite, kein Flash. Alles raus. Wave kommt gut zu mir zurück. Ah, ist sie. Ich glaube, ich muss hier aber Mercs gehen, ne? Sogar. Mhm. Wurde, wir haben heute noch nicht das beste Setup. Das kommt jetzt über die nächsten Tage an. Bist du ja? Die haben ein gutes Setup für uns organisiert, aber es dauert leider, bis das da ist. Und jetzt müssen wir halt jeden Tag wird es eine Verbesserung geben. Und ihr werdet es am Gameplay merken. Heute sind wir auf, sagen wir mal, Challenger Rang 10 Level ungefähr in Mexiko. Und morgen wird es dann Challenger Rang 9 zum Beispiel. Bist du ja? Jeden Tag wird ein krasser. Genau so. Eher in der Mitte ist ein Wukong. Ich habe noch die Vögel Schaden. Ey, die kriegen wir nicht mehr. Besser Schmarrn-Burschen. Ab Grandmaster können wir nicht mehr zusammen spielen. Ja, aber das ist erst in vier Wochen. Morgen. Morgen, Grandmaster. Die Idee ist allgemein, wir spielen nach Master an die Grenze zu Grandmaster. Und dann spielen wir an einem Tag 1000 LP hoch. Und dann praktisch, sobald wir dann das nächste Mal online kommen, sind wir Challenger Rang 1. Das ist die Idee, Leute. Das ist leider sehr, sehr frustriertes Resultat, dass die Butlin besser läuft mit Divine. War das der echte sogar? Der echte Divine? Ja. Sanchez ist der echte Divine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht er denn? Divine macht, was Divine macht. Place, baby. Place. Er hat sogar noch einen mitgenommen. Was ist denn so nice? Ja. So. Ist das mit Kani überhaupt möglich? Ja, Leute, sicher ist das mit Kani. Kani ist doch ein voll guter Spieler. Was? Was soll denn das? Ich war auf EU-West auch fast jede Season Grandmaster. Ja, also mit Kani, das wird fucking easy. Wir haben heute, wir sind jetlagged, unser Setup ist noch nicht optimal, Leute. Wir haben nichts gegessen, so. Das ist okay. Heute ist, wir haben gut abgeliefert trotzdem. Wir sind, wir sind am chillen. Mhm. Mhm. Ja. Wer denkt, dass wir heute nicht gut abgeliefert haben, werfe das erste Kekwee in den Chat, ne? Und das wird nicht passieren. Wer denkt, wer, werfe den ersten Twitch Prime. Ja, werfe den ersten Twitch Prime. Das ist noch besser. Guter Call, Kani. Sehr schön. Nice. Schau, wait, da werfen sogar welche Twitch Primes. Oh Mann. Okay, dann, damit sind wir fein. Primes und Sub-Gifts würdet ihr es uns jetzt richtig zeigen, ne? Boah, das wäre jetzt aber übui. Da ist noch einer. Kavan. Oh mein Gott. Er ist, er ist eine Gurke. Boah, die, die zeigen es uns gerade so richtig. Oh mein Gott, ist das eine Gurke. Was machst du denn da? Oh mein Gott, Kani. Nein, nein, das war nichts mit Kani. Nein, das war wirklich nichts mit Kani. Das wäre so der Donnoway, Draven. Ne, ganz so schlimm ist der Donnow nicht. Okay. Ich habe gerade so viele Primes gekriegt. Dankeschön, Chad. Appreciate it. Ja, Chad gönnt, Chad gönnt. Aber noch Glückwunsch haben das dabei. Warum hat jetzt die Niko gerade einen Kill bekommen? Ja, das frage ich mich allerdings auch, warum da die Niko Move hatte und nicht wir. Lasst euch das eine Lehre sein. Oh, ich zittere, Chad. Ich zittere. Ich war gerade Top-Land davor. Ausreden. Das ist eine gute Ausrede, sei ehrlich. Junge, Katelyn ist ja, wow. Drake. Wait. Okay, ich wurde gerade fast gekatelynt. Was, jetzt schon? How? Ja, ja, es ist halt, die kriegt halt sehr viele ihrer Spells auf dich drauf, wenn du Lux-beindet bist. Da sind wir, oder? Stain? Ich kann mal, ich kann actually in den Tower reingehen und einfach einen tanken. Also, ich mache hier eigentlich nix. Hä? Hä, schon wieder? Das ist das zweite Mal heute, dass der Blitzschrank kommt, randomly von irgendwelchen Sachen gecancelt wird, die ihn eigentlich nicht canceln sollen. Kannst du mir einen Clip davon schicken? Ja, Chat macht ihr mal. Cool, cool, cool. Ich glaube, gerade eben war es einfach die Relia-Ult, oder nicht? Oh nein! Die ist nicht messen, die haben sie gefunden. Oh no. Presidente, mit dem Kill auf mich. Das war Draven E. Okay, Draven E ist legit. Okay, dann sage ich gar nichts. Ja, bei mir schreiben sie auch, dass bei dir wohl Draven an den CT hat. nee, Draven ist fein, aber das vorhin war, war komplett scraft. Also, darf man noch einen Clip? Das wollte ich mir eigentlich anschauen. Das weiß ich nicht, ob Chat geklippt hat. Kannst du die Mitte ziehen? also so Freezen anbeten, und dann bin gleich da. Zugriff starten, jawohl. Das sehe ich dann. Nice. Schade. Sehr gut, Minions zum Dash and Liner. Ja, mein ganzes HP und Mana war weg. Alles okay. Wer bin ich schon? Ich bin ja nur der Support. Ja, ist nicht so wichtig. Gut, dass du es einsiehst. Gehe ich wieder zu meinem Draven, der killt wenigstens die Leute. Ja, wie soll ich denn? Aber wie soll ich denn hinkommen? Hä? Ich habe gerade deine Botlane gedeifed. Sag mal nicht so. Die, die schon gewonnen war, also, was ist das hier noch für den Achievements? Schau mal bitte. Schau mal bitte. Komm. So eine Irelia wünschst du dir doch in deinen Games. Okay, das war gleich sehr gut oder sehr schlecht. Auf der Botlane? Ja. Ja. Okay, bei Art. ist es crazy. Sofort gewinnen wir alle drei Lanes. Auf Vogelwild. Okay. Komplette Hoppsung in der Midlane. Not bad. Assassinat für ein Amigo, Baby. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht so aus, als wäre ich ein bisschen besser in der Mitte, als auf Articare. Es wirkt fast so. Der Wukong ist hier. Ja, willst du da noch was machen? Der macht gerade seine Wölfe. Ja, aber hier ein Zill, das ist so wertvoll. Also, wir können ihn dann der Grump catchen, wenn du willst, stattdessen. Also, der weiß doch nichts. Wir sind immer noch inkognito hier. Er weiß immer noch einfach nichts. Pass auf, wir tun so, als würden wir auf den Wukong gehen und jetzt holen wir uns die Caitlyn. Ja, ja. Ich hätte ulten sollen. Ja, und ich hätte auch meinen Stunt breppen können. Diven wir? Ja, super viel Gold, du hast 3k Gold. Warte, ich huck sie einfach. Ja. Ich huck gleich was. Die, Deluxe. Wait, what? Dreck. Okay. Ich dachte auch, das würde noch drauf gehen. ich war, ich war, sehr, sehr sad, dass das nicht gebraucht wird. Sechs Sekunden. Die sind halt, Nico ist auch da jetzt, leider. Kannst du den? Zwölf. Ich jetzt nicht getrunken. Das wäre sehr lustig, wenn der gestorben wäre. Weil ich war völlig fein. Das wäre schon sehr lustig gewesen. Kann ich mit Rusty Blitzcrank, ja. Einer der seltensten Skins im Game. Tatsächlich einer der krassesten Scans im ganzen Game. Das war einer der ersten Skins, den sie rausgebracht haben. Und das ist einfach ein normaler Blitzcrank mit einer leicht anderen Farbe. Vielleicht werde ich zur besten Irelia Mexiko. Best Irelia Mex. Das hätte ja schon Klang, oder? Sei ehrlich. Wie ist denn der Ulti von irgendjemandem? Willst du mir da was machen, dann komme ich rum. Best. Ich werde ignoten müssen. Den kennen habe ich. Ach krass. Ach krass. Dass du D gekriegt, das war halt sehr wichtig da. Oh, mein Hook ist doch... Tade, es ist okay. Du hattest lange nichts zu essen. Mach dir keine Vorwürfe. Dafür bin ich ja da. Ne, es hat niemand gesehen. Bist du gerade geflasht, ohne Hook abzuhaben? Nein, das wäre ja komplett embarrassing. Bist du gerade geflasht, das wäre ja aber gar nicht so gut. Boah, das wäre ein kompletter Macherhook gewesen. Oh nein, ein Kompletter ist tot. Wie einfach das Game gerade ist, hä? Hm. Vielleicht Troward es trotzdem noch irgendwie. Die haben immer noch nicht aufgegeben. dass du das so hoffnungsvoll sagst. Ja, eigentlich darf ich mir die Relay halt nicht zu ne hohe Windrace haben. Das ist schlecht für meine Brand. Ich glaube, ihr solltet langsam aber auf Mitte gehen. Dann kann ich Botlane. Ja, Botlane gibt es ja auch nicht mehr viel. Boah. Oh, ne Toplane? Hm. Eh, un destructua. Da ist es endlich. Endlich haben wir es geschafft. Ich glaube, du bist gleich von ziemlich vielen Leuten gegangt. Das will ich. Okay. Let's go. Wollen wir auf den Bukon gehen? Ne, ne. Ich will ja alleine sein. Na gut. Okay, wir schauen hin. Oder gewinnst du sogar wirklich? Das ist nur ein bisschen, dass ich das gewinnen, ja. Ich bin bad. Ich habe meinen Q interrotten lassen von der Bukon Ult. Leider, sonst wäre ich gewonnen. Schade. Dann kann der Draven sie mit Ult snipen, die ist da. Nice. Schön, Kani. Sehr schön. Ah, Mann. Wenn ich ein bisschen besser bin, gewinne ich das sogar. Hm. Was man hier holt. So witzend hier ein Item. Ne, ne. Mit Deathdance oder Randoins vielleicht einfach. Randoins klingt gut. Na, dann ist es gehe ich nicht schlecht. Na, ist ja der Draven-Spiel wirklich clean, oder? Äh, ah. Er hat seine Momente. Positiv wie negativ. Oh. Top-Kulono. Hey. Dark. Ich bin da, genau. Okay, ich spiel das Item von mir. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Oh. Oh, das ist frech. Oh, no. Ich will nicht flashen für den Kill. Oh, please. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Man, die sind alle so viel range Gibt's doch nicht, ich komme an niemanden ran hier Warte, warte, ich hab dich, ich hab dich Ja, für den Turret gehen Oh, das ist der Nico Oh, so close Sieben Sekunden auf den nächsten Er hat eine rote Karte Let's go Woher? Ich stehe auf einem fucking Pink Ward Nice Ich stehe auf einem fucking Pink Ward Vielleicht hat die die hinten schon an mich reinlaufen sehen Also Das war mit Abstand unser leichtestes Game heute Ja, mit großem Abstand Das ist mit Abstand unser leichtestes Game Mit meiner Irelia Mitte Wie kacke sind wir denn als Bot-Lead, Cardi? Hol sie ran Wie fern sie wir denn? Ich glaube, Blitzcrank ist ein ziemlicher Money-Hack Ich muss den einfach öfter picken und da sind auch die FPS nicht so wild Jeder für sich Du darfst die Beine nicht sterben lassen Ich hab unseren Rumble doch kein einziges Mal in diesem ganzen Game gesehen Der Rumble ist ja so inkognito unterwegs Der ist auch relativ stark sogar Ja, ja, ja War nicht mal komplett aflame Der TF ist ja ein Champion für den, der mit LOL spielen möchte Mit der roten und gelben Karte für den Moritz Ich glaube, der TF ist ein sehr schwerer Champion zum Einsteigen, ehrlicherweise Darüber müssen wir uns überlegen Der würde gerne mal eine Runde spielen Da können wir ja normal mit ihm machen Garne Na, ich weiß nicht, ob ich mit 60ern zusammenspiele Meinst du? Ja Ist natürlich uncool, die 60er Warum so wenig FPS? Weil das Setup, an dem ich sitze, einfach nicht gut ist, Leute Weil wir eine echte Challenge haben wollen Und wir mal einen Challenger mit 40 FPS Ja Eyping, 40 FPS, Challenger Hm, wir sollten einfach die Schlange anspielen, oder? Also langsam merk ich, ich bin langsam auch richtig fertig, ne? Nee, ich hab die letzte Nacht zu schlecht geschlafen, zu wenig zu essen Aber wir müssen durchzählen, noch zwei, dachte ich Wir machen einfach ernst Dann lass uns hier mal Ende machen Wie bitte? Dann lass uns hier mal Ende machen Ja, ja, ist zu Ende machen Noch zwei kleine, noch zwei kleine Wir können eigentlich auch zu dritten, Ash, wenn was kommt Hook ich's und ich kann ihn tanken Ja, ich kann Ich lass mich tanken, ich hab so viel Lifestyle Ey, aber dann machen wir ihn so langsam Egal, Graven hat doch so viel DPS, oder? Das ist, also ich muss ehrlich sagen Dieser Server, das ist so crazy Wie wenig Facts die geben, das Game richtig zu spielen und zu groupen Die machen einfach permanente, isolierte Dierter Aber ist das nicht auf EU auch so? Na, aber nicht so krass Ist das nicht auf EU auch mega hart zu groupen? Aber nicht so krass Also das ist schon echt heftig Der Rumble und der Nocturne Du siehst die einfach nie auf deinem Bildschirm Das ist top-blend Ah, ja, ich muss nicht mal besen Bin aber bei Ende machen Go and five, five, things Die Luxus hier Mhm Wokong auch, Vorsicht Wokong Vorsicht Ah, das war's nicht Ja, ich weiß auch nicht Sind alle gewählt Ja, ja Du musst dich an das Tempo gewöhnen Du darfst halt einfach nichts machen Schau mal, der Rumble läuft bot Der Nocturne geht base Der Draven geht in Mitte Das ist letztendlich so stelle ich mir Bronze vor Und jetzt geht allein rein Oh boy Oh man We have a problem here Oh schön Der Rumble macht sogar fett Damage Wir müssen nur groupen Und es wäre instant vorbei, das Game Das ist komplett over für die Gäner Alright Komm mal, und noch zum Finish-Foto Oh, der war schlecht Mh Ich kann den nächsten Cellar Die nehmen Acht Sekunden Meine Föten sind jetzt wieder Fresh Haku, zack Mann, ich muss nicht halten Noch Dies Okay, die ist tot Nocturne Okay, das ist es Okay, das ist ein schöner Hochkarte Let's go, baby Oh Ich dachte, wir hätten ihn Okay, wir haben ihn Okay Oh Boah Boah, sind die hart Okay, noch zwei Noch zwei Schnell, schnell, schnell Wir müssen einfach sauber spielen Und nicht fiestern Smart sein Wie eine Feder Im Wasser Ja Guter Vergleich Victoria 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 Let's go, let's go, let's go Next, 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 next Keine Müdigkeit Scheiße, ich war aus der Sinn Aus der Reflexe in Draven geunert Ich unnert den auch, komm Ja, der hat ja stark gespielt Der hat echt schon nicht so schlecht gespielt Ja, ja, ja War nicht so verkehrt Weiter geht's Boah, ich kriege Ich kriege Ich kriege immer noch 31 LP hier Das ist also Vielleicht sollte ich mehr Mitte spielen Aber ich will eigentlich Auf Botlink bleiben Aber das war so Free Dot Game Mir ist es egal Nein, nein, nein Wir sind Botlink-Dings Wir zwei Wir sind gleich Wird No Way Morgen beim Monte Event sein Ja, ich flieg mit meinem Privatjet Kurz nach Von Mexiko Zum Monte Event Und dann flieg ich vom Monte Event Zurück mit meinem Zweiten Privatjet Weil der erste muss tanken Weißt du Dann flieg ich mit meinem Zweiten Privatjet Nochmal hin und her Und dann geht's los Laurosaurus Viel lieben Dank dir Für den Support Schön, dass du da bist Wollte keiner Was essen gehen Ja, aber ich hab gesagt Wir müssen Zehn Wins machen Bevor wir was essen dürfen Und ich war sehr dumm Ich war sehr dumm Chat Und ich Wir werden jetzt leiden dafür Ich bin Max Vielen lieben Dank Für den Support Und Mr. Pie ist mit dabei Schön, dass du hier bist Okay, nächster Win Please Akzeptar Was spiele ich diese Runde auf? Das hatte ich bisher am meisten überrascht in Mexiko Ich hab aber noch nichts gesehen Also doch kann ich nicht viel sagen Weißt du Ich hab noch nichts gesehen Zu welchen Zeiten streamst du denn jetzt aus Mexiko? Äh, 8 in der Früh Bis, äh Bis 16 Uhr Mexiko-Zeit Das ist für euch 16 bis 24 Uhr Nochmal Kate Ne, 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 ne Ne, 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 ne Wir machen jetzt Los Queridos Botlanos Wir gehen jetzt mal richtig, richtig rein Hier mit einem Jump, den ich beherrsche Sollen wir Ash spielen? Da können wir die sehr krass spacen Mhm Korki ist nicht spürbar mit dem Leck, oder? Also allgemein fühlt es sich wahnsinnig schwer an ADKW zu spielen Weil einfach diese Also du leckst halt Also es fühlt sich wirklich an Es setzt so eine Sekunde Delay Auf allem, was du machst Mhm Gesundheitlich besser Das ist tatsächlich besser als in Deutschland, ja Also weil Weil ich halt Ich Ich geh jetzt dann gleich raus Es ist immer noch warm Es ist immer noch Sonne Ich kann einfach jetzt dann Halt ganz normal noch leben Das ist schon geil Mhm Ich bin ehrlich mit dir Ja, ich hab jetzt heute ein bisschen länger gemacht Wir machen jetzt ja so eine kleine Challenge Dass wir jetzt 10 Wins holen Der Hook Cancel Okay, warte Tada Ja, aber das ist normal Das ist einfach der Draven Eat ihn Nachdem der Hook connectet Und das ist komplett normal Dass du dann interrupted wirst 100% normal Äh Okay, warst ja gut In so einem Game Ezreal Vielleicht ist Ezreal hier gar nicht schlecht Also dann nehmen wir einfach Nehmen wir einfach Conqueror ran Und machen richtig Wollen wir da einen her Der Hookclip aber nicht Okay, dann schauen wir uns das Thema an Mhm Das muss was damit zu tun haben Dass der Blitzcrank an diesem dicken Pinökel der Wand gehuckt hat Das sieht aber sehr, 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 sehr buckt aus Aber das muss irgendwas zu tun haben mit diesem dicken Pinökel da So, warte Ich bin noch einmal ganz kurz Nase schnäuzen für das Game Full Fokus, Boys Boah Ich spüre es gerade richtig Mr. Krabs Ich spüre es gerade richtig, ey Danke für die ganzen Prime Subs gerade Aber Boah Jojojojoj Brrrr 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 Let's go. Maybe auch die Braum geteruptet. Nee, nee, nicht die Braum. Braum geteruptet er nicht, Leute. Braum geteruptet er nicht. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Come on, Kani. Push dich. Zwei noch. Zwei schneller. Mir geht's jetzt schon besser, aber ich hab grad mein Fenster aufgemacht und draußen ist es schon richtig schlechtes Wetter. Das macht mich jetzt glücklich. Boah, ich weiß nicht, mir geht's grad, ich bin grad richtig in den Seilen. Ja, zur Not machen wir halt nur noch eins. Schau mal, wie das geht. Nein, wir müssen, wir müssen. Wir haben zehn gesagt, da müssen wir zehn liefern. Nein, nein, nein. Schau mal, wie das wird. Wenn's ein schnelles wird. Aktiviert dein Windows. Das kann ich. Leute, mein Windows ist aktiviert hier. Äh, haha, lol. Ich glaub, das ist, äh, das ist jemand anders, bei dem das Windows vielleicht nicht ganz... Ich hab grad diesen, diesen Clip gesehen mit Braum und Blitz. Das sieht echt komisch aus, muss ich sagen. Ah, der erste, der wirklich bugged war, ne? Ich erinnere mich ja. Er hat den Bug, oder hat das mit diesem dicken Purnökel zu tun? Und dass er dich nicht, also dass er, wenn er genau an der Wand steht, dass dann deine Hitbox so in dem Purnökel drin ist, dass du auf die andere Seite gesetzt wirst. Aber, aber das Ding ist, also ich hab den Bug jetzt schon öfter gesehen und eigentlich nur in den letzten zwei Monaten. Davor nie. Ja, also sieht sehr komisch aus. Aber der sieht wirklich sehr, sehr komisch aus. Aber das ist die einzige Erklärung, die ich hab. Der andere ist halt normal, ne? Wegen Draven-E. Ja, ja, nein, ich hab die Draven-E nicht gesehen. Ja, ja, genau, ja. Geben auch so eine richtig hässliche Anti-ADC-Com. Ja, nein, nein, nein. Also deswegen hab ich Ezreal gepickt. Okay. Okay, unser Ziel ist es jetzt mal, eine Bot-Land zu spielen, bei der wir nicht ge-first-blooded werden und nicht zehn Tode haben. Ah, das gegen Pantheon mit PTA und Ignite. Weiß ich nicht. Da hätten wir uns eine bessere Lander für ausruhen können. Ich muss eigentlich kurz meine FPS wieder fixen. Nope, geht nicht. Ah, doch. Perfekt. Ey, aber Invade war der verliebt. Ah, du bist Ezreal, ne? Ist schon sehr stark. Spielst du kein PTA? Nee, ich spiel Conk Ruff, weil die so tankig sind. Ah, okay. Ich glaube, es ist besser hier. Jetzt hier runter? Jetzt da rein. Da haben wir noch. Vielleicht sind die bei uns, ne? Scheiße. Hm. Die könnten bei uns drin sein, ja. Waren wir vorne in dem Busch-Trap? Ich glaube, wir gewinnen sehr hart. Obst du dir sicher? Ja, ja, ja. Der Ezreal ist schon sehr broken, ne? Der Ezreal Level 1 ist brutal stark. Einfach das Wort? Habe ich gerade zwei Oros gecancelt? Nein, 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 nein. Wir können definitiv noch weiterspielen. Wir müssen nicht essen gehen. Also man merkt noch keine Leistungsankeits. Kein Leistungsabfall hier. Kein Leistungsabfall. Alles noch im grünen Bereich hier. Ich kann jetzt nicht so was sagen. Ähm. Ja, ich... Boah, ich habe ewig nicht gegen Panzer Support gespielt. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das läuft. Für Level 1 ist der so stark? Level 1. Nein, nein, nein. Sollte er nicht, oder? Die Q macht die... Also... Er hat auch nie gestartet. Wir killen den hier einfach. Ja, das ist einfach Pledge. Ja. Du hast den, ne? Ich kille noch den Jhin. Ich habe ihn nicht. Oh mein Gott. Hast du ihn? Du hast ihn. Nee. Kinnred kommt. Bro. Ich... Keine Ahnung, ich bin komplett am Softenden hier. Die hat keinen Flashcam. Ich weiß auch nicht, warum ich... Die hat umgedreht. Ja, das hat sie. Aber der hat halt auch rumgedreht. Oh, ich bin Level 2. Ich bin Level 2. Ich bin Level 2. Können wir noch? Ja, ja. Vier Sekunden auf Ruck. Ich brauche nur euch. Ich wollte für den Big Money Shot gehen. Ich hätte auf den Jhin gehen sollen. Nein, warum blockt sie es denn nicht? Ich wollte für den Big Money Juicer gehen. Bitte push, bitte push, bitte push. Der Big Money Juicer, er war es nicht. Nee, ich habe gerade... Also... Lass uns nicht drüber reden. Lass uns einfach gewinnen. Lass uns einfach gewinnen, gerade. Also, hattest du noch ein Wort? Das ist eigentlich die einzige relevante Frage. Ja, dann ist es echt wie mein Wett. Dann muss ich mit dir mitgehen. Glaube ich. Doch, denk schon. Es gibt keinen Leistungsabfall. Ich will das Wort hier gar nicht hören. Wirklich. Ich habe ein Q verfehlt, dann den Ordo gecancelt und dann noch ein Q verfehlt. Aber ich habe Premiere Sangre, habe ich bekommen. Also, alles easy. Was der Fick ist Premiere Sangre? Das ist First Blood. Achso. Ich bin dann sehr unleveled jetzt, ne? Oh, du bist Level 1. Lord. Ich habe den gefacecheckt. Das ist kein Fammann, aber... Ja, 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 ja. Ich habe dich geändert. Wir sollten... Ja, alles gut. Wir wollen nur nicht 10. Oh, jetzt, jetzt. Jetzt ist dein Moment. Der kann ja nur nach vorne laufen, oder? Ah, nee, halt. Die können ja einfach... Ähm. Äh. Pingo Mucho. Äh. Aber. Ich glaube, ich musste den Panthenautotanken, weil das vor früh auf dich draufkommt. Nein, nee, ich kann zurück ehren. Ich glaube, das ist schon... Fein. Aber... Äh. Okay. Ich weiß nicht, was ich da... Jetzt ist Panthenautomate mit 3-1. Können. Ey, wenigstens sind wir... Wir sind noch auf Kurs. Wir haben noch nicht 10 Tote. Ich weiß nicht, was die Kinder da will. Die kommt ohne Items. Level 3 kommt die, ob die drauf glauben. Wir haben ja noch nicht mal Bates davor. Das war einfach... Kompletter Hard-Int war das. Ich dachte, da konnten die nichts machen, ja. Oder da konnten wir, glaube ich, nichts machen. Das war einfach kompletter Hard-Int von ihr. Die fightet in der Wave gegen Pantheon-Gin halt. Naja, wir waren halt auch für den 2-1 noch beide. Also da können wir nicht tun. Ich glaube, der hat auch noch nichts gegessen. Jetzt ist halt... Also wir sind jetzt so fucked ich, aber die gesamte gesteckte Wave verloren. Oh mein Gott, und sie intet weiter. Ich komme? Als ich das mag. Ne, 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 ne. Wenn man da gar nichts... Push die Wave, push die Wave, push die Wave. Nein, nein, schau mal hier. Wenn die Tresen... Ey, der Rammus ist auch da, der Rammus ist auch da. Einfach Wave rein. Oh Gott, wir kriegen die Wave nicht mal durch jetzt, oder? Jetzt sind wir bei der Tote, oder? Ja. Ah, sie laufen nicht durch. Wir machen Drake, ne? Okay, das ist gut für uns. Sehr, sehr gut für uns. Du bist ja so, ne? Ich bleibe mal weiter hinten. Vorsicht, jetzt kommen sie. Very nice. Ach, Mann, ey, ich bin so ein Idiot. Geh raus, wenn du kannst. Jo. Tja. Ich habe 19 Cs, ey. Es ist crazy. Ich bin Level 3 mit 19 Cs. Das geht mit fucking Unplayable. Alles, gehen wir schon hin. Oder oben? Vielleicht Zweck ist? Komm, Annie, wo ist der Tibbers? Jawollek. Boah, das war so risky von dir, ne? Das war so risky. Oh mein Gott, wenn sie da... Also, wenn die einfach auf sie dischen, sie tot. Huuuuhh. Die Zeit resetten, ne? Dann kannst du auch mal die Wave Solo-Appeer nehmen. Ja, ja, ist alles noch free. Aber Annie ist auch gar kein schlechter Champion in dem Game. Ne, ne, ne. Garen auch. Sehr, sehr gut für uns. Später. Wir sind bloß Botlane wieder ein bisschen Recover. Nein. Oh mein Gott. Ja, das muss ich sagen, passiert hier sehr viel häufiger als in Europa. Aber er ist schon reconnected, immerhin. Wait, schimpft die Musik, ist aus. Was ist mit der passiert? So, sorry. Gebe ich noch keine Wards? Ja, ne, ne. Vorsicht. Ja, ja. Ich dachte immer mit der Wave. Oh wait. Er killt mich actually. Ich würde gar nicht sagen, die killt mich eh nicht. Ich kann leider noch nicht. Er killt mich. Ah ok, so my bad. Ich dachte wirklich, es ist fein. Aber der Punt in One-Shotted mich einfach. Holy fuck. Yikes. Ok, Double-Kill für Kindred. Trust. Double-Kill für Kindred. Oh ja, der zweite Q. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Freddy, bist du noch da? Oh nein. Okay. Wie gott das? Ich hab nur kurz gebraucht. Einen Moment. Beruhigt hab ich mich jetzt noch nicht, aber ich hab kurz einen Moment gebraucht. Uiuiui. Ja, das ist alles noch im grünen Bereich hier. Dunkelgrün. Zwar, aber grün. Oh mein Gott. Okay, okay. Die Annie ist es. Die ist es einfach. Oh mein Gott. Hm? Ich geh jetzt einfach hier abfucken. Klasse. Aber, wo ist sie nicht hinwärts? Da kommt sie. Na, jetzt Pantheon ist auch wieder bei euch, ne? Ja, ja. Der ist ja gewünscht. Schön, ja. Schön. 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 Okay, jetzt zwei haben wir. Mhm. Ist leider ein bisschen stärker als ich unten, der Jhin. Quatro. Wie geil das klingt beim, äh, beim, äh, sparen des Jhin. Quatro. Ich komme. Nice. Ich bin jetzt hier aufpassen. 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 Ihr könnt auch der Pfandern. Hm. Ich bin jetzt hier aufpassen. Die sind bei der Mitte. Ja, klasse. Ich hab bald Trinity ready. Oh mein Gott, was ist denn auf dem Elf halt? Wenn wir die Annie in Sekunden gucken. Play safe mit, no. Hahaha. Okay, wir gehen für den Invade. 1 HP. Und das hier mit Mitte? Ja, ich hab leider noch keine Ulti. Gott, der Jhin ist Level 9. Level 5. Hat sie jetzt, hat die Kirill wenigstens ihr Mark bekommen? Nein. Ich glaub schon. Hm. Können wir hier was machen beim Dragon? Sollten wir probieren? Ich weiß eigentlich nicht, die sind alle da. Ich glaub, das ist schon sehr risky. Lieber nicht hin. Nee, auf keinen Fall. Vor allem ist Ketter hinter uns. Hm? Wir müssen nur den Jhin einmal für 500 Euro abholen. Der ist 500 Euro. Jesus wäre der wert, weißt du? Wer wir den kriegen? 500 dicke Dinger. Ah, hier ist so ein kack Minion. Da muss es auch her. Ich seh keine Welt mehr, wenn das 3 gegen 3 gewinnen. Na gut, dann schauen wir mal. Schau. Ah, Mien. No. Jetzt war der Delay. Das ist der Low Budget. Oh mein. No Food, no FPS Gameplay. Holy Shit. Der fahrt schon aufs anderen Planeten, da kommt der weg. Alter. Aber bei mir genauso. Meine Kuh ist teilweise. Oh shit. Wait. Hat der dich angeholtet, oder? Ja, ja. Old Flash. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, hier auf die. Alles easy, alles easy. Die Endys, wollen wir heute gestorben? No. Ja. Ja. Aha. Ah, schöner Old. Ah ne. Ja. Wait. Oh Gott, der wartet auf sein Mark. Wait. Oh mein Gott. Der hat auf sein Mark gewartet, oder? Die werden hier schon in den Bord-Turrent hier bekommen. Leute, wie hoch tippt hier ist die Chance, dass wir Challenger kommen? Ich sag, umso geiler wird's, wenn wir's dann schaffen. Ja. Ja, ja, ja. 17% sag mein Chat. Ich glaub das ist echt ein guter Call. Brauchen wir noch mehr Irelia-Gameplay, dann easy. Boah ey. Ich weiß nicht, was mit mir auf Bottlen gerade ist. Ich bin einfach kacke, so. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin einfach Geschlecht. Alles easy, klar. Nicht genen jetzt. Ja, ja. Nein, nein, nein. Nicht genen. Stark bleiben. Ich würd morgen gegen Spanien gewinnen. Oh ja. Nur noch ne Packung Chips holen für morgen. Ich glaub das wär lustig. Der Jhin und Pantheon sind bei der Mitte. Hm, ich denke wir sind tot. Le Tiburz. Oh, le Tiburz. Ich cancel meine eigenen Auto-Attacks. Ich cancel auch jeden Auto. Das ist völlig kriminell, oder? Und als Ad-Care ist ein bisschen schlimmer. Wobei, das Auto ist auch ziemlich schlimm. Nice. Oh mein Gott, die Annie ist so wunderhübsch. Also ihr Gameplay. Wait. In-game. Oh fuck. Daniel? Ich bin... Nein, 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 nein. Ihr dürft wirklich nichts mehr. Ich sag und mache komische Dinge. Boah ey. Nee, frag einfach nicht. Komm. Zwei Wins. Ich frag nicht. Ich glaub auch nicht. Hast du das grad gehört? Was? Wir haben mega laut gedonnert draußen. Äh, voll wenig. Ich bin aber auch Wanders. Bist du weggeflogen, oder was? Hey, hättest du 10 Minuten entfernt, oder so? Komm. Ich treff nicht ein Fußball, warum hab ich Ezreal gepickt, man? Wait. Die Annie hat den... Hä? Warum liegt hier ein Harold? Die Annie hat die gemacht. Ey, aber die Annie ist tot und da liegt ein Harold. Ja, die ist gestorben am Harold. Am... Alter, an dem kann man sterben. Ja. Alles ist möglich, wenn du nur fest genug daran glaubst. Ich hab dir da auch so zwei Tage nichts mehr gegessen. Sobald ich jetzt einen Manamone habe, ne? Dann... Okay, jetzt sind wir richtig am kochen. Ja, jetzt gehen wir mal heim. Jetzt gehen wir mal heim. Boah, 260 Damage schon auf meinem Kuh. Ist das krasse. Äh, ich glaub ich verschmeiß einfach Harold mit in den Dragon, oder? Ja. Jo. Irgendwie so. Ich denke, Juppuzau und das Play. Aber die Annie ist top mit dem Garen, also unsere zwei stärksten Spieler. Dementsprechend... Würde ich sagen, geben wir den Drag ab. Der genische Pantheon Support hält solo top, während unsere beiden gefiederten Solo-Laner gegen den Pantheonen spielen. Und das ist normales, ne? Relativ normal. Sehr gut to play. Gute play, gute play. Soulpoint, gute play. Echt? Wir können den halten? Wer ist denn am Drag von denen überhaupt? Äh, ich glaube in Ramos. Ey, nur Ramos, oder ne? Was willst du denn jetzt hier? Wollen nicht den... Na, der, 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 der Ramos kommt wieder für dich. Pass auf, mehr fährt hold auf. Bro. Sorry. Es ist, also... Ich darf gar nicht lachen, aber ich find's trotzdem lustig. Okay. Nice. Schön gemacht, Team. Let's go. Carried me. Carried me. Carried me. Carried me. Carried me. Okay, gerade will ich erzählen, dass du dieses Donnern nicht hörst. Ich glaube, ich habe gute Kopfhörer. Von Razor, meine Damen und Herren, ne? So. Ähm, wieder bin ich mit... Ha! Du Hund! Ha! Ha! Okay, aber ich will gewinnen. That's all that matters. Ja. Ich glaube auch, wir gewinnen. Aber... Was der Preis war... Ich glaube, der sämtliche Respekt meines Chats... What... What did it cost? Carried me. What did it cost? Ha! Everything. Everything! Ha! Ha! Äh... Wir müssen... Morgen müssen wir für den Redemption Arc gehen. Ja, wir haben heute auch einfach zu spät angefangen. Ja, 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 ja. So, wir haben schlecht geschlafen. Die Luftfeuchtigkeit hat nicht gepasst. Der Blutzuckerspiegel war nicht optimal. Der Twitchit war ein bisschen frech. Das stimmt. Also das sind alles Faktoren. Vor allem der Chat hat mich runtergezogen auf Spiele. Ja, ja, ja. Gleichfalls. Konnte mich nicht konzentrieren. Donnern oder Schüsse? Wir sind in Mexiko City, nicht in Neukölln. Natürlich ist es Donnern. Mann. Ähm. Es ist kein guter Stream, wenn man nicht einmal Berlin frontet. Ja, stimmt, ja. Also Neukölln muss schon immer einmal weggeblämmt werden. Okay, wenn wir das gewinnen, dann ist es unser neunter Win. Und unser Chat liebt uns. Das heißt, die wollen doch bestimmt da neun Winster sein, die Juppo zahlt. Hallo. Asassinato. Duple. Ja, carry uns. Carry uns. Spiele die Asassinate. Duple. Spiele sie. Ich bin jetzt auch nicht mehr komplett useless mittlerweile. Das ist 1, 5, 2. Das ist... Also... Das ist... Aber das ist... Ich hab von Anfang an gesagt, dass das ein roughes ADC-Game ist. Ja, daran lag's. Wait. Bro. Ich hab mich grad an der Nase geklanzt. Aber ich... Oh my... I... Actually... Ich hab... Die erste Chatnachricht von einem gerade. Forfait. Nein, das ist ein Frieden, Leute. Wir sind soweit. Ich hab' überhaupt nichts forfaiten. Das ist komplett over für die Gegner das Game. Oh. Alter. Kymose ist aber auch eine richtige Legende aufgehören. Und er wurde gerade provocadoet, wurde er gerade. Neeeeee. Mein Niko-Mose. Das gibt es denn. Oh my god. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Lebe only damage. Asassinato triple. Test? Ja, hallo. Ich glaub' mein Mikro geht wieder, aber ich hör' keinen Sound mehr. Was? Oh. Okay, lass uns groupen und enden. Ich... Ich brauch... Ich brauch' diesen Winnen jetzt. Wait. Er steht raus, so ist ein Gewicker, oder? Mein ganzer Sinnerb ist... ... am sterben. Meine Cam ist auch frozen. Huh. Das läuft ja. Boah, der Damage von mir ist aber schon am kochen, eh. Los regreso imposibles mit mi especialidad. Ja. Ha. Oh. Huh. 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 Maradina de prometo. Huh. Huh. The move is six. Se volvió loco. I didn't do it. Huh. Oh. ok also während Karin da gerade ein bisschen leid hat das Play gesehen war gut ne war ziemlich gut und ich könnte jetzt vielleicht einfach hier für den Nash gehen ne ist bad call oder nein das macht er nicht das macht er doch nicht Provocado Provocado nein die Ellie ist gestorben okay Provocado Baby got them Provocado lass uns äh I guess Drake'n Baby's Drake oder so so Twitcher wie geht's euch wie gefällt euch Mexiko Projekt bis jetzt ich weiß es ist heute ein bisschen sehr spät geworden ne bin ich ehrlich ist sehr sehr spät ich weiß aber ich hoffe es gefällt euch einigermaßen die können das für Nash probieren zu gehen die gehen ne welche Cam nutzt du ich habe keine Ahnung was das für eine Cam ist das ist nicht mein Setup hast du High Ping aktuell ja vor allem also ich habe relativ hohen Ping aber der Spunk zu Ping ist nicht so schlimm aber das Problem ist dass ich extrem niedrige FPS habe leider das ist wirklich das Problem schon wirklich問題 genau jetzt nein 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 Hm? Können wir Jinn nicht hier killen? Nee, oder? War schon sehr, sehr Lorded Jinn. Okay, wir haben jetzt den Drake und den Nash bekommen. Wir sind in einer super Position, Leute. Wir haben unsere ganzen CDR Items. Tatsächlich hätte ich mal irgendein Ten-Item bauen müssen, aber welches ist gut? Ist es immer noch Cyril, das? Oder geht mir jetzt einfach Lord Dominix mittlerweile? Wie sind niedrige FPS? Schlimm. Also, ich kann euch das nicht erklären. Aber es fühlt sich so an, als würde ich extrem hart lecken. Konzentriere dich auf dein Gameplay, Karne. Alles bestens. Einfach auf Gameplay konzentrieren. So. Auf zwei Bänden. Das ist nicht mein Zimmer. Das ist das Zimmer von dem Yunus, ist das. Also von dem TikToker. Ich bin mein Zimmer. Wie viel Leben hatten die anderen? Ich bin mein, der wird keine Ult mehr haben, oder? Ich mache halt aktuell überhaupt keinen Schaden, dadurch, dass ich keine Armor-Pan habe. Da ein bisschen Grief, mein Item-Build, glaube ich. Sehr, 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 sehr weak. Aber wir bauen jetzt einfach Shoujin und dann gehen wir... I guess they will, was? Oh no, Karne. Oh no. No, Karne. Ja, sie sieht im Vergleich zu Katen. Ich glaube, es ist auch statistisch einer der schlechtesten Articaries aktuell. Ich mag den. Also, ich finde den eigentlich ganz cool. Hab der jetzt aktuell nicht so gut. Boah, der Schaden vom Garen, what? Nein, hat er nicht gemacht. Er ist vorhin mit dem Schutz weggeblätzt und ich hab ihn gedrängt. Aber der wäre auch gestorben, nehme ich an. Das ist so ein Feind. Nice. Das ist doch alles prima hier. Alle tot. Jawoll. Esta en camino, bebe. Jungsha, Jutu, vielen lieben Dank für den Support. Traktor hat gesagt, Black Cleaver jetzt. Cleaver? Okay, dann probieren wir Coachella Oscuru probieren wir dann aus. Aber ich glaube, also mein Damage wird, glaube ich, nie gut sein gegen die ganzen Tanks, oder? Hand aufs Herz. Das gab es bisher zu essen. Wir hatten heute... Also ich hatte heute zwei Protein-Shakes und ein halbes Polo-Kratin. Also heute war nicht so der... der gute Essenstag bis jetzt, Leute. Heute war nicht so krass bis jetzt. Und das kriegt... Aber das kommt jetzt noch. Gleich nach dem Stream. Wir machen jetzt das Game noch und dann gibt es noch einen kleinen Win und dann... Langsam sollte ich nämlich Damage machen anfangen. Also hier zeigen wir mal wirklich sehr, sehr viel schon. Und dann kommt da wahrscheinlich nochmal ran, ne? Wir können nach unten gehen und helfen. Wir haben von unserem Team das Tod, die Innis wieder tot. Jetzt mal den Bärenbild zeigen. Let's be pretty tollelerin. Schade man, Kenneth hat noch kein Ulti gehabt, da bin ich sehr greedy rübergegangen. Ja, die macht ja so viel Schaden, let's go, huge. Da haben wir sehr viel Probe gekriegt, das Problem ist halt, ich mache einfach keinen Schaden bisher, aber an sich habe ich da sehr viel Damage bekommen. Ich mache halt bloß einfach kein Damage, aber das ist okay, wir kriegen sehr viel Leben in unseren Items und wir haben jetzt schon drei Mountain Drags, also ich werde sehr tanky sein, wir könnten auch irgendwie BT noch als letztes bauen. Werden wir bei dem ganzen Projekt ein Smolder-Game von dir sehen, wir können gerne Runde Smolder spielen. Der ist halt sehr langweilig, der Champion, weil du musst halt einfach 20 Minuten die Füße stillhalten und dann kannst du carry ihn. Kannst du die Kindred-Items zeigen, hier, klassischer Full-Crit-Bild. Kein Armor-Pen, Lord Dominix gibt Armor-Pen. Wenn ich mich jetzt nicht schwer täusche, oder nicht? Ich glaube, das hier ist das beste Armor-Pen-Item. Wie lange bleibt der in Mexiko? Zweieinhalb Wochen sind wir jetzt hier. Zweieinhalb Wochen haben wir Zeit für Challenger, Leute. Sieht man sich dieses Jahr eigentlich auf der Twitch-Con? Nee, ich werde nicht gehen auf die Twitch-Con dieses Jahr. Also hatte ich nicht vor. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich habe da nicht wirklich was zu tun und am Ende des Tages streame ich aktuell lieber. Aber ich versuche so viel Zeit wie möglich zu schaffen, wo ich einfach daddeln kann. Weil ich will ganz ehrlich mit euch sein, ich habe aktuell einfach sehr viel Spaß zu zocken. Es gibt so viele geile Games, die kommen, so viele geile Möglichkeiten. Und eigentlich will ich nur daddeln. Ja, da musst du die Wave hier ranholen. Hab ich Security in Mexiko? Ja. Ja, haben wir. Zehn, zehnbärtige, äh, ja, ja, äh, Giga-Chats. Die jederzeit bereit sind, für uns in den Kampf zu gehen. Ich schieße mein Damage mittlerweile gar nicht so bad, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also jetzt mache ich schon Schaden. Hat halt vier Items gebraucht. Scheiße. Weißt du, ich hatte keinen Exhaust, ne? Ne. Die Kindheit hat es auch nicht so mit der Ulti für andere Leute. Die macht es immer nur für sich selber. Und was hat Mario Götze so erzählt? Der war sehr normal, wisst ihr? Der hat einfach von seinem, also so ein bisschen halt erzählt, was er macht, wie es ihm geht, was er aktuell vorhat, was seine Pläne sind. Der war sehr, sehr angenehm. Sehr sympathisch. Ganz normaler Mensch halt, so. Ich war sehr positiv überrascht von Götze. Danke an Killigr für den Support. Willkommen. Wieso Götze? Ich hätte mit dem einen Fotoshooter durch mit dem, für die Kings League jetzt. Ach, Leute, das ist so ein Fiebertraum alles. Ach, Mann, ey, ich hab so Glück in meinem Leben. Das ist so wild. Ich hab einfach so Glück. Ah. Jetzt gehen wir einmal hier den Sack zumachen. Ist die Zeit besser für dich als den Götze? Na gut, das ist der erste Tag. Heute hab ich einfach, also heute hab ich nicht so gut gespielt, wie ich gerne wollte, aber drauf geschissen. Wir haben trotzdem ein solides Scoreline. Wir holen jetzt noch unsere Wins. Morgen ist dann Kings League und dann auch viel Solo-Pio drumherum. Das wird alles ganz entspannt, Leute. Jetzt machen wir ja, also Challenger in Mexiko muss ja noch drin sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Absurdo. Hm? Wer ist das? Ich bin doch kein Lifestyle. So ein Lifestyle-Eiter wäre schon nice gewesen. Und natürlich auch einfach ein Penetration, wäre auch sehr, sehr wichtig gewesen. Aber jetzt so im Late-Game ist mein Damage echt nice, Leute. GG. Noch einer. Noch ein Win to go. Let's fucking go, baby. Let's fucking go. Noch einer. Ist es Kings League auf deinem Kanal? Das ist tatsächlich hier auf meinem Kanal, ja. Warum haben die ausgerechnet dich ausgewählt für die Kings League? Du, ich kann dir das nicht sagen. Ich war bestimmt nicht die erste Wahl von denen, um ehrlich zu sein. Die haben bestimmt andere Leute versucht und gefragt und sind wahrscheinlich einfach die Liste entlang gegangen von den großen Creatoren auf Twitch. und wahrscheinlich haben die davor kein Interesse gehabt oder abgesagt und dann haben sie mich gefragt und ich versuche einfach diese Chancen, die ich durch den Beruf bekomme, mitzunehmen, auch wenn das kein finanzieller Mehrwert ist, sondern einfach diese Chance, auf einen anderen Kontinent zu gehen, reisen zu gehen, zu netwerken, Leute kennenzulernen. Ich finde, das ist so was Besonderes. Und so Glück, also man, das ist halt so ein Glück. Schnell, Kani. Ein schnelles noch. Geh rein. So. Oder will er keins mehr machen? Na gut. Dann essen. Das ist okay, oder Leute? Das ist okay. Das ist okay. Dann lassen wir es so. Ich meine, das sind extra Umstände, oder? Das darf sein. Da wollen wir ihn jetzt nicht zwingen. Das sagt. Erster Tag, 9 zu 3. Sehr, sehr viel Gegenwehr gehabt hier. Schönen Talk mit den Boys freuen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht da draußen. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ja, danke, dass ihr da seid. Danke fürs Reinschauen. Danke für die Subs. Dickes, dickes Dankeschön, dass ihr mir solche Sachen ermöglicht. Und ich hoffe, es macht euch ein kleines bisschen Spaß. Ich hoffe, es wird eine geile Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und schlaft gut. Tschüss. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Du und dein Set haben sogar Faker geklärt. Ja, no way for you. German April. Ja, du triffst jede Clue. No way, no way. Du bist der Man. Der Lefty Man. Bei der Tat klärfst du jeden Fett.